Herzlich Willkommen bei den Leseherrbüchern. Ich bin Joachim Friedrich und ich schreibe Bücher für Kinder. Auf diesem Kanal lese ich meine Bücher vor. Aber wenn du möchtest, kannst du sie auch auf dem Bildschirm mitlesen. Viereinhalb Freunde und die wachsamen Gartenzwerge. Geschrieben und gelesen von Joachim Friedrich mit Bildern von Regina Kehn. Erzählt wird die Geschichte vom Hund Tausendschön und ist der fünfte Band der Serie. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und, wenn ihr Lust habt, auch beim Lesen. Erstes Kapitel. Die Vergangenheit holt mich ein. Morgens um sieben verließ die Gräfin das Schloss. Das tat sie an jedem Morgen, um mit Madeleine einen Spaziergang durch den Park zu machen. Da die Gräfin sehr pünktlich war, konnten Madeleine und ich uns darauf verlassen, dass wir uns an jedem Tag um diese Zeit sehen konnten. Madeleine, allein bei dem Gedanken an ihren Namen läuft mir ein wohliger Schauer über das Fell. Heute weiß ich, dass es meine große Liebe war, obwohl wir aus so unterschiedlichen Verhältnissen kamen. Sie beschützt, umsorgt und gepflegt im großen Schloss der Gräfin. Ich, ein herumstreunender Straßenköter. Wer weiß, was aus uns geworden wäre, wenn er sich damals nicht zwischen uns gedrängt hätte. Wahrscheinlich hätte ich jetzt nach so langer Zeit überhaupt nicht mehr an die Geschichte gedacht, wenn ich ihn nicht zufällig wiedergetroffen hätte. Die Begegnung kam vollkommen überraschend. Wenn ich mich wenigstens auf dieses Treffen hätte vorbereiten können, wäre möglicherweise alles anders gelaufen. Doch als er plötzlich so unvermittelt vor mir stand, verlor ich die Beherrschung. Dabei hatte der Tag ganz harmlos begonnen. Wie an jedem Morgen besuchte mich einer meiner vier Ernährer in meinem kleinen gemütlichen Heim und brachte mir mein Essen vorbei. Es war Steffi. Sie ist ein Mensch der eher angenehmen Sorte, wenn man bei Menschen überhaupt von angenehm sprechen kann. Sie plustert sich nicht auf, wie die meisten, sagt, was sie denkt und versucht auch nicht, uns Hunden irgendwelche seltsamen Verrenkungen beizubringen. Nachdem sie den Napf mit meinem Essen vor mich hingestellt hatte, verabschiedete sie sich mit einem kurzen »Lass es dir schmecken, tausend schön«. Ich wartete, bis sie außer Sichtweite war. Dann wachte ich mich über mein Essen her. Wenn ich es recht bedachte, ging es mir sehr gut, seitdem ich auf diesem umzäunten Stück Land wohnte, das die Menschen Schrebergarten nennen. Vor einiger Zeit war ich auf der Flucht vor einem übermächtigen Gegner Friedhelm hinter einer Mülltonne begegnet. Friedhelm ist auch einer meiner vier Ernährer. Ehrlich gesagt ist er mir sogar noch lieber als Steffi. Ich hatte gleich bemerkt, dass wir beide aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Er ist eine Kämpfer Natur, wie ich. Und er ist auch ein wenig vom Leben benachteiligt worden, so wie ich. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein Straßenköter und als solcher hasse ich es, bei den Menschen zu wohnen. Doch zu diesem Zeitpunkt ging es mir mal wieder ziemlich schlecht, und außerdem bin ich mittlerweile in einem Alter, in dem sich ein Hund auf der Straße immer weniger behaupten kann. So beschloss ich kurzerhand, bei ihm zu bleiben, wenigstens für eine Weile. Ich wäre sogar in seine Wohnung gezogen, wenn es hätte sein müssen. Doch das Schicksal meinte es besser mit mir. Friedhelms Mutter mag keine Hunde, darum haben mich Friedhelm und seine Freunde in diesem Schrebergarten untergebracht. Hier könnte ich es noch eine gute Weile aus, halten. Ich habe eine kleine Hütte, die mich vor Regen und Kälte schützt. Meine Ernährer bringen mir regelmäßig mein Essen vorbei. Und ich habe zwei echte Freunde gefunden. Meine Gartenzwerge. Gartenzwerge sehen so ähnlich aus wie Menschen, nur sind sie sehr viel kleiner. Sie tragen alle eine kleine rote Zipfelmütze und lächeln meistens sehr freundlich hinter ihrem weißen Bart. Verglichen mit den echten Menschen haben sie aber entscheidende Vorteile. Sie reden nicht, sie bewegen sich nicht und sie verlangen nichts von uns Hunden. Sie hören einfach nur zu. Was kann ein Hund mehr von einem Freund verlangen? Nach dem Essen legte ich mich zur Ruhe. Mitten in einem wunderschönen Traum, in dem ich mit anderen Straßenkötern herumtollte und wir unsere Späße mit den Menschen trieben, weckte mich Friedhelm. »Ey, Mann, ey, schläfst du tausend schön?« »Das siehst du doch, du Trottel«, hätte ich immer am liebsten geantwortet. »Ich habe es nicht getan.« Das größte Geheimnis, dass wir Hunde vor den Menschen bewahren, ist unsere Intelligenz. Die einzige Eigenschaft, die uns die Menschen zutrauen, ist Treue. Das liegt an unserem berühmten treuen Blick. Den bringen uns unsere Mütter schon als Babys bei. Dieser Blick ist sehr wichtig. Er bringt Menschen dazu, uns etwas zu essen zu geben. Menschen sind dazu da, uns zu ernähren. Dabei hilft uns, dass sie keine Ahnung haben, dass wir genauso denken und reden können wie sie. Unser Glück ist unser feines Gehör und unsere leise Stimme. So haben sie unser Geheimnis bis heute noch nicht entdeckt. Damit wir bei den Menschen keinen Verdacht erregen, haben wir uns etwas einfallen lassen, um mit ihnen zu reden. Wenn wir bellen, heißt das »Hallo, hier bin ich«. Wenn wir knurren, bedeutet das »Ich bin stinksauer«. Und wenn wir winseln, wollen wir sagen »Aua« oder »Ich will auf den Arm«. Außerdem können wir noch mit dem Schwanz fädeln, was den Menschen sagt, dass wir uns freuen. Lassen wir dagegen den Schwanz hängen, sind wir traurig. So kommen Menschen und Hunde prima miteinander aus. Schon seit vielen, vielen Hunde- und Menschengenerationen. Das Geheimnis unserer Klugheit dürfen die Menschen auf keinen Fall erfahren. Denn dann würden wir wohlmöglich für unser Essen selbst arbeiten müssen. Und das, so denken wir, ist nicht nötig. Menschen haben nämlich eine Eigenschaft, die uns Hunden sehr nützt. Sie schaffen viel mehr Essen heran, als sie selbst brauchen. Von dem, was übrig bleibt, können wir Hunde prima leben. Ich sagte Friedhelm also nichts, sondern knurrte nur ein wenig, um meiner Verärgerung über den abgebrochenen Traum Ausdruck zu verleihen. »Tun mir leid, wenn ich dich geweckt habe«, sagte Friedhelm mit einem Blick, der jedem Hund Ehre gemacht hätte. »Ich weiß auch nicht, warum, aber ich kann Friedhelm einfach nicht lange böse sein. Er ist für mich fast schon wie ein Hund.« Also hörte ich mit dem Knurren auf, setzte meinen treuen Blick auf und wedelte mit dem Schwanz. Es zeigte umgehend Wirkung. Friedhelm strahlte und kraulte meinen Hals. »Bist doch mein bester Tausendschön. Ich hab dir auch ein paar Hundekuchen mitgebracht.« »So ist es recht. Friedhelm weiß, was Hunde brauchen. Ich ließ mir die köstlichen Hundekuchen schmecken, während Friedhelm mir den Hals kraulte. Das Leben ist schön.« Doch leider dauerte unser gemütliches Beisammensein nicht lange. Mein bestes Stück, so nenne ich meine Nase, meldete mir Gerüche, die ich sehr gut kannte. »Was ist los, ihnen stehen und schon erbärmlich stinken?« Ich hielt mein bestes Stück in die Höhe. Wenn ich mich nicht täuschte, waren meine anderen Ernährer im Anmarsch. Friedhelm bemerkte sie erst, als ihre Stimmen vom Gartentor her zu hören waren. »Tatsächlich? Ich glaube, da kommen Steffi, Radieschen und Kalle.« Kurz darauf standen die drei vor uns. Radieschen starrte auf die letzten beiden übrig gebliebenen Hundekuchen. »Hast du ihm schon etwas zu fressen gegeben, Friedhelm? Heute Nachmittag waren doch Steffi und ich dran.« Radieschen ist der Zwillingsbruder von Steffi. Seinen seltsamen Namen haben ihm seine Freunde gegeben, weil er kleiner als seine Zwillingsschwester ist und Rademacher heißt. Da soll ein Hund den Humor der Menschen verstehen. Radieschen ist, um ehrlich zu sein, ein kleiner Angsthase. Schon bei der geringsten Aufregung flattert ihm das Hemd. Wenn es allerdings darauf ankommt, kann man sich auf ihn verlassen. Also ist auch er ein Mensch, mit dem ein Hund auskommen kann. »Du kannst ihm die Sachen, die wir für ihn mitgebracht haben, ruhig geben,« sagte Steffi. »Wie ich tausend schön kenne, futtert er das auch noch auf.« Wie recht sie noch hatte, ich wedelte ein paar Mal mit dem Schwanz und bellte ein wenig dazu, um ihm zu zeigen, dass ich durchaus noch ein Häppchen vertragen könnte. »Wenn jemand vom Essen spricht, bist du gleich dabei tausend schön,« lachte Radieschen und füllte mir einige Köstlichkeiten in meinen Napf. »Ich machte mich auch gleich darüber her.« »Wenn er beim Lernen genauso gut dabei wäre wie beim Futtern, könnte er schon der beste Detektivhund der Welt sein,« meinte Kalle. Ich achtete nicht weiter auf ihn. Kalle konnte mir den Appetit nicht verderben. Er ist das genaue Gegenteil von Steffi. Er redet viel, meistens dummes Zeug, und er hält sich für den Größten. Er ist der Chef einer Detektivbande, die er großspurig »Detektivbüro, Kalle und Co.« genannt hat. Und seit es ihm gelungen ist, ein paar kleine Fälle mehr oder weniger zufällig aufzuklären, ist er kaum noch zu stoppen. Das Unangenehmste an ihm ist aber, dass er ständig versucht, mir irgendwelche Kunststücke beizubringen, die man als Detektivhund angeblich können muss. Doch da ist er bei mir einen Falschen geraten. Was diese blöden Kunststücke betrifft, wie Männchen machen, Stöckchen apportieren, Pfötchen geben, platzen und was sich die Menschen sonst noch an Schwachsinn ausdenken, lebe ich nach dem Motto meines Großvaters. Fünf Minuten dummstellen reicht für die ganze Woche. Man muss nur so tun, als kapierte man nicht, was die Menschen von einem wollen. Dann lassen sie einen irgendwann damit in Ruhe. Nur ist Kalle leider einer von der hartnäckigen Sorte. Er gibt einfach nicht auf. Aber wenn er auch noch so viel meckert, eher fangen die Menschen zu bellen an, als dass ich mache, was er sagt. Zudem kommt mir mein treuer Ernährer Friedhelm meistens zu Hilfe. So auch dieses Mal wieder. »Lass tausend schön in Ruhe, Kalle. Mir gefällt er so, wie er ist. Außerdem, was sollen wir mit einem Detektivhund, wenn wir doch keine Fälle zu lösen haben? Seit unserem Schulausflug ist nichts mehr passiert.« »Das ist ja auch kein Wunder«, richte Kalle sich auf. »Wenn wir nur herumsitzen und den Hund füttern, spüren wir natürlich keine Verbrecher auf.« »Ich treffe mich gleich mit meiner Mutter am Supermarkt. Ich soll ihr beim Tragen helfen«, meinte Friedhelm. »Wir könnt ja mitkommen. Vielleicht entdecken wir was.« Steffi grinste. »Klar, zum Beispiel eine Oma, die bei Rot über die Straße geht. Das wäre doch ein toller Fall für Kalle und Co.« »Euch fehlt einfach der nötige Ernst«, sagte Kalle beleidigt. »Lasst uns Friedhelm begleiten. Glücklicherweise machen wir wirklich ein paar interessante Beobachtungen. Manchmal stolpert man ganz unverhofft über einen Fall.« Diese Menschen nerven wirklich. Anstatt mich in aller Ruhe ein kleines Verdauungsschläfchen machen zu lassen, wollten sie mich wieder einmal kreuz und quer durch die Stadt schleppen, nur um vielleicht Verbrechern auf die Spur zu kommen und Friedhelms Mutter beim Tragen zu helfen. Da sie, wie gesagt, nicht besonders gut auf Hunde zu sprechen ist, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass dabei eine kleine Leckerei für mich herausspränge, ergering. Ich ließ meinen Schwanz hängen und winselte. »Komm, tausend schön«, sagte Friedhelm, »ich nehme dich auf den Arm.« Es ist immer wieder schön, wenn Menschen aufs Wort gehorchen. Allerdings konnte ich mich nur auf dem Hinweg auf diese angenehme Weise fortbewegen. Nachdem wir uns mit Friedhelms Mutter getroffen hatten, drückte sie ihrem Sohn und auch den anderen Tüten in die Hand. Mein bestes Stück sagte mir gleich, dass darin viele ausgesprochen leckere Sachen waren. Wer wartet, bekam ich nichts davon ab und musste außerdem noch laufen. Sie waren schon fast an Friedhelms Wohnung angekommen, da blieb seine Mutter plötzlich stehen. »Ich habe noch etwas vergessen. Meine Nachbarin hat mich gebeten, Fotos für sie abzuholen«, sagte sie und lief auch schon in entgegengesetzter Richtung davon. Meine Ernährer und ich folgten ihr. Ich hatte keine Ahnung, was Fotos waren. Vielleicht waren sie ja essbar und ich bekam wenigstens davon etwas ab. Kurz bevor Friedhelms Mutter und die anderen in eines dieser Häuser gingen, die die Menschen Geschäfte nennen, nahm mein bestes Stück einen Geruch wahr, den ich irgendwie kannte. Es war ein unangenehmer Geruch. Er weckte schlechte Erinnerungen in mir. Nur kam ich nicht mehr darauf, welche Erinnerungen das waren. Während ich den Menschen in das Geschäft folgte, überlegte und schnüffelte ich fieberhaft. In dem Augenblick, als mir einfiel, an wen mich der Geruch erinnerte, sah ich den, der ihn verbreitete auch schon. Vor Schreck blieb ich wie angewurzelt stehen. Zweites Kapitel Ich bringe einen Menschen zu Fall Ich sah ihm an, dass er genauso überrascht war wie ich. Doch er fand seine Sprache als erster wieder. »Das gibt es doch nicht«, rief er mit seiner unangenehmen piepsigen Stimme. »Der kleine hässliche Straßenköter. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch lebst.« »Ich wäre auch beinahe gestorben, als ich dich gesehen habe«, erwiderte ich. »Heißt du eigentlich immer noch Hasso?« Ich sprach diesen Namen mit so viel Abscheu aus, wie ich konnte. Hasso nickte. »Ich bin ja auch immer noch bei dem gleichen Herrchen.« »Herrchen, wie sich das schon anhörte. Als wären die Menschen etwas Besseres als wir Hunde. Aber das war typisch für Hasso. Er ist einer dieser Menschenhunde. Die leben meistens ihr ganzes Leben bei den Menschen, die sie ernähren. Dafür werden sie von ihnen auf kaum vorstellbare Weise erniedrigt. Sie müssen Männchen machen, Pfötchen geben. Ihnen wird das Fell geschoren. Ja, manche von ihnen müssen sogar Kleidchen anziehen und Mützchen aufsetzen. Und infolge dieser Vermenschlichung werden sie zu trägen, abgeschlafften Waschlappen, die fast noch schlechter hören und riechen können als die Menschen. So ein Hund ist Hasso auch. Ich sah mir sein Herrchen an. Es war ein erwachsener Mensch. Besonders sympathisch sah er nicht aus. Darin passte er wenigstens zu Hasso. »Du scheinst ja auch Herrchen gefunden zu haben,« piepste Hasso. »Mir wurde übel.« »Das sind keine Herrchen, sondern meine Ernährer. Ich habe sie voll im Griff.« »Und welchen Namen haben sie dir gegeben?« »Das tut nicht zur Sache.« Hasso scharrte mit einer Pfote auf dem Boden herum. Ein Zeichen seiner Verachtung. »Immer noch das gleiche unverschämte Großmaul wie früher. Nur, dass du noch hässlicher geworden bist. Auf der einen Seite hast du nur noch ein halbes Ohr. Und ein paar Zähne fehlen dir auch schon.« »Im Kampf verloren«, erwiderte ich knapp. »Im Kampf«, kreischte Hasso. »Ich lache mich schief. Mit wem hast du denn gekämpft? Mit Kanalratten vielleicht?« »Meine Gegner hatten jedenfalls mehr Mumm als zehn von euch verweichlichten Stöckchenschleppern zusammen.« »Immerhin hat so ein verweichlichter Stöckchenschlepper dir Madeleine ausgespannt. Oder hast du schon vergessen, dass sie dich meinetwegen verlassen hat?« »Ihr habe mich sowieso gewundert, wie sie an so einen hässlichen Vogel wie ich geraten konnte.« Plötzlich war alles wieder da. Ich dachte an Madeleine, an ihr seidiges Fell und ihre wunderschönen Ohren. Und ich dachte auch daran, wie sich dieser ekelhafte Hasso zwischen uns gedrängt und sie mir entrissen hatte. Ich wollte ruhig bleiben. Doch das gelang mir nicht. Ich spürte dieses Gefühl in mir hochsteigen. Gleich würde es wieder anfangen. Ich wollte es aufhalten. Zu spät. Einen Augenblick lang sah mich Hasso mit großen Augen an. Dann machte er einen kleinen Hüpfer und kreischte, dass es mir in meinen Ohren schmerzte. Es war das widerlichste Lachen, das ich jemals in meinem Leben gehört habe. »Der pfeift, ja! Ein halbes Ohr und nur noch ein paar Zähne im Maul und pfeift. Kein Wunder, dass ich kein Mensch haben wollte und dass Madeleine dich verlassen hat.« Wie oft habe ich mich schon über dieses Pfeifen geärgert. Es passiert immer dann, wenn ich mich aufrege, mich ärgere oder mich freue. Und nun lachte mich dieser blöde Hund auch noch aus. Zu allem Überfluss setzte Friedhelm dem Ganzen noch die Krone auf. Er beugte sich zu mir hinunter. »Was ist los, tausendschön? Warum pfeifst du? Fehlt dir etwas?« Hasso wäre beinahe umgefallen. »Tausendschön! Hat er tausendschön gesagt?« »Uha! Das habe ich auch noch nie gehört. Dieser ohrlose, pfeifende Winzling heißt Tausendschön! Ich lach mich tot!« Ich denke, jeder kann verstehen, dass ich nun die Beherrschung verlor. Ich bin kein gewalttätiger Hund. Aber in dem Augenblick sah ich nur noch rot. Ich stürzte mich auf dieses gackernde Weichei, um ihm meine restlichen Zähne in sein gebürstetes Fell zu rammen. Hasso begriff sofort, dass es mir ernst war. Schlagartig hörte er mit dem Lachen auf und ergriff die Flucht. Ich folgte ihm, knurrend und bellend. Leider war der Raum, in dem sich das Geschäft befand, nicht sehr groß. Außerdem standen mir meine Ernährer, Friedhelms Mutter und Hassos Herrchen im Weg. Der Platz für eine Verfolgungsjagd war also ausgesprochen dürftig. Das blieb nicht ohne Folgen. Die Menschen hatten wegen ihrer unterentwickelten Ohren das Gespräch zwischen Hasso und mir nicht mitbekommen. Deshalb konnten sie auch meinen Wutausbruch nicht verstehen. Weder ihre wütenden Beschimpfungen noch ihre ängstlichen Schreie hielten mich zurück. Ich hatte nur ein Ziel. Hasso eine Lektion zu erteilen. Meine Chancen, ihn zu erwischen, standen gut. Er war angeleimt wie die meisten verweichlichten Menschenhunde. Außerdem machte er einen Fehler, der einem Straßenköter nie unterlaufen wäre. Er lief im Kreis, immer um sein Herrchen herum. Wahrscheinlich hoffte er, dass sein Ernährer ihm helfen würde. Doch der dachte gar nicht daran. Er brüllte nur wie am Spießen, schrie andauernd, was denn in diesen verrückten Köter gefahren sei. Damit meinte er mich. Es störte mich nicht ganz im Gegenteil. Von einem Hundeunterdrücker sympathisch gefunden zu werden, ist beinahe eine Beleidigung für einen echten Straßenköter wie mich. Hasso's unkontrolliertes Herumgerenne hatte zur Folge, dass sich seine Leine allmählich um die Beine seines Herrchens fand, bis sie schließlich völlig eingewickelt waren. Hasso kam mit einem Ruck zum Stehen. Auf diesen Augenblick hatte ich gewartet. Mit einem triumphierenden Pfeifen stürzte ich mich auf meinen japsenden Widersacher. Dabei hatte ich nicht daran gedacht, dass Menschen auf zwei Beinen gehen und manchmal Probleme haben, das Gleichgewicht zu halten, besonders dann, wenn diese Beine mit einer Hundeleine umwickelt sind. Hasso's Herrchen ruderte zunächst mit den Armen und begann zu schreien, um schließlich mit einem lauten Aufschrei auf dem Steinfußboden zu landen. Dabei flog ihm ein seltsames schwarzes Gerät aus der Hand, das sich am anderen Ende des Raumes in mehrere Teile zerlegte. Hasso's Herrchen wäre bei seinem Sturz und mein Haar auf mir gelandet. Doch zum Glück bin ich als Straßenköter mit guten Reflexen ausgestattet. Ich rettete mich durch einen eleganten Sprung zur Seite. Hasso hatte nicht so viel Glück. Er war ja immer noch am Ende der Leine gefangen. Die Beine seines Herrchens waren bei dem Sturz auf den Boden nach oben geschnellt und hatten Hasso an seinem Hals mit in die Höhe gezogen. Er machte einen für einen verweichlichten Menschenhund beachtlichen Satz. Dabei gab er ein grunzendes Geräusch von sich. Es war Musik in meinen Ohren. Der Sturz konnte für den Menschen nicht ohne Schmerzen abgegangen sein. Doch er blieb nicht jammernd liegen, wie es sonst für diese Spezies üblich ist. Er kümmerte sich weder um seinen geschundenen Körper noch um seinen röchelnden Hund. Er hatte nur Augen für dieses seltsame schwarze Gerät, das ihm aus der Hand gefallen war. Auf allen Vieren mit umwickelten Beinen robbte er durch den Raum. Dabei zog er Hasso hinter sich her. »Meine Kamera«, jammerte er, »meine Kamera ist kaputt. Euer verlauster Köter hat meine Kamera auf dem Gewissen.« »Ei, Mann, ey«, rief Friedhelm, »tausend schön ist kein Köter, und verlaust ist er schon gar nicht.« »Friedhelm«, fuhr seine Mutter in an. »Sei bitte still. Was euer Hund da angerichtet hat, reicht ja wohl.« Hasso's Herrchen hatte sich inzwischen von der Hundeleine befreit. Mit einem Satz war er wieder auf den Beinen. »Oh, ja«, rief er, »das reicht allerdings. Wissen Sie, wie teuer diese Kamera ist?« »Ist denn viel kaputt?«, fragte Steffi kleinlaut. »Zeigen Sie mal her«, sagte der Mensch, der augenscheinlich zu dem Geschäft gehörte. Hassos Herrchen reichte ihm die Teile dieses schwarzen Dings, das offensichtlich Kamera hieß. Ich fragte mich, was es wohl mit diesem seltsamen Gerät auf sich hatte und warum dieser Mensch so daran hing. Vielleicht war es ja für ihn ein Spielzeug.« »Na ja«, sagte der Geschäftsmensch, nachdem er sich das Ding genau angesehen hatte, »sie ist doch zu reparieren. « »Das kostet allerdings eine Kleinigkeit. Besser wär's, sie kauften sich gleich eine neue.« »Das werde ich tun«, rief Hasso's Herrchen. »Und Sie bezahlen Sie.« Dabei zeigte er auf Friedhelms Mutter. Nun begann die Sache doch brenzlig zu werden. Ich weiß, dass Friedhelms Mutter zu den ärmeren Menschen gehört. Wenn sie nun Hasso's Herrchen ein neues Spielzeug besorgen müsste, würde ihr das bestimmt nicht leicht fallen. Sie wurde auch gleich rot im Gesicht. »Können wir denn nicht noch einmal darüber reden?« fragte sie. »Ich meine, so eine Kamera ist doch sehr teuer.« »Das hätten Sie sich überlegen müssen, bevor Sie diesen Köter auf die Menschheit losgelassen haben.« Plötzlich sahen mich alle an. Sehr freundlich waren Ihre Gesichter nicht. »Ich denke, wir sollten das nicht hier besprechen«, sagte Friedhelms Mutter. »Wir könnten doch unsere Adressen austauschen, und dann treffen wir uns, um in Ruhe über die Angelegenheit zu reden.« Hasso's Herrchen schüttelte den Kopf. »Das geht nicht. Ich bin neu in der Stadt. Ich will hier einige Zeit arbeiten. Eine Wohnung habe ich noch nicht. Es ist schwer, etwas Preiswertes zu bekommen. Also geben Sie mir das Geld für die neue Kamera jetzt gleich.« Friedhelms Mutter stutzte. Dann hältte sich ihr Gesicht auf. »Sie suchen eine Wohnung? Vielleicht kann ich Ihnen ja dabei helfen.« »Genau«, rief Friedhelm. »Da gibt es doch die Dachkammer in unserem Haus. Die ist gerade frei geworden.« »Dachkammer?« fragte Hasso's Herrchen und verzog das Gesicht. »Na ja, es ist eher eine kleine Dachwohnung. Ein Bad ist auch dabei. Und vor allem ist sie nicht teuer. Ich könnte mich bei dem Hausbesitzer für Sie einsetzen.« »Hört sich gar nicht schlecht an«, sagte Hasso's Herrchen nach einer Weile. »Also gut. Wenn Sie mir die Wohnung besorgen, könnte ich wegen der Kamera noch mal mit mir reden lassen. Aber nicht, bevor ich die Wohnung gesehen und den Mietvertrag in der Tasche habe.« »Selbstverständlich«, strahlte Friedhelms Mutter. »Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Kann ich sie irgendwo erreichen?« »Ich wohne im Hotel. Die Telefonnummer kann ich Ihnen geben.« Ich hatte zwar nicht so ganz kapiert, worum es eigentlich ging, aber anscheinend hatten sich die Menschen wieder beruhigt. Friedhelms Mutter und Hasso's Herrchen schrieben beide etwas auf ein Stück Papier und tauschten dann die Zettel. »Wie heißt Ihr Hund eigentlich?« fragte Kalle plötzlich. »Er scheint ein schlaues Kerlchen zu sein.« »Das war typisch Kalle.« »Wenn Dummheit fliegen könnte, wäre er wahrscheinlich so eine Art Taube.« »Hasso«, antwortete Hasso's Herrchen. »Und schlau ist er bestimmt.« »Schlau«, rief ich. »Hast du gehört, du angeleinter Jammerlappen?« »Schlau sollst du sein. Dabei wissen wir doch beide, wie dämlich du bist.« »Hasso«, antwortete nicht darauf. Stattdessen zog er eine Show ab. Sie heißt »Armer Hund«. Er ließ die Ohren und den Schwanz hängen, winselte und humpelte auf drei Beinen herum. Mit einem Satz waren alle meine Ernährer bei ihm. »Guck mal«, rief Steffi, »er hat sich wehgetan, armer Kleiner.« »Bestimmt hat er sich wehgetan«, stimmte auch Radieschen in das mitleidige Gefasel ein, so wie der bei dem Sturz herumgewirbelt wurde. Und schon hatten meine verräterischen Ernährer nichts Besseres zu tun, als Hasso zu streicheln, zu kraulen und zu bedauern. »Ich beherrsche die arme Hundmasche auch, aber ich setze sie nur sehr selten ein. Es ist einfach zu erniedrigend. Nur Hasso schien das wenig zu stören.« Plötzlich beugte sich Friedhelm zu mir herunter, wie er es immer tut, wenn er mit mir spricht. »Du musst mir aber versprechen, dass du so etwas nicht wieder tust, wenn Hasso und sein Herrchen bei uns wohnen.« »Wohnen«, schrie ich ihn an, »die wohnen bei uns?« Natürlich hörte mich Friedhelm nicht, er drehte sich zu den anderen um. »Ey Mann, ey, bestimmt haben die beiden nur gespielt. Guckt mal, wie Tausendschön sich freut, weil ich ihm gesagt habe, dass Hasso bei uns wohnen wird.« »Ich mich freuen? Was redet er da?« Ich fragte mich schon, ob menschliche Dummheit vielleicht ansteckend sei, als ich bemerkte, dass ich tatsächlich die ganze Zeit mit dem Schwanz gewedelt hatte. Ich war völlig durcheinander. »Mein Name ist übrigens Linke«, sagte Hasso's Herrchen mit einer leichten Verbeugung zu Friedhelms Mutter. »Balthasar Linke.« »Angenehm«, antwortete die. »Ich rufe Sie an. Sie können sich darauf verlassen.« Herr Linke riß kurz an Hasso's Leine. »Komm, Hasso, bei Fuß, wir gehen.« Ohne zu zögernd, trabte Hasso an die Seite seines Herrchens. Wahrscheinlich mußte er den ganzen Tag neben den stinkenden menschlichen Füßen herlaufen. Als es schon fast durch die Tür waren, drehte sich Hasso noch einmal zu mir um. »Wir sehen uns wieder«, rief er mir zu. »Und dann zahle ich dir alles heim. Darauf kannst du einen Knochen vergraben.« Drittes Kapitel Ich bekomme Konkurrenz Das war ja ein schöner Schlamassel. Wie hatte ich mich nur dermaßen von Hasso aus der Fassung bringen lassen können? Nicht nur, dass meine Ernährer sauer auf mich waren. Nun hatte ich den blöden Typen auch noch am Hals. Das konnte ich bestimmt nicht lange ertragen. Ich mußte die Sache möglichst schnell wieder in Ordnung bringen. Doch zunächst war es wichtig, mich um meine Ernährer zu kümmern, denn da bahnte sich schon wieder neuer Ärger an. »Ihr bringt dieses Tier sofort zurück in den Garten«, rief Friedhelms Mutter. »Was ist das nur für ein Hund? Ich will ihn vorläufig nicht mehr sehen. Habt ihr mich verstanden?« »Ja, Mama, haben wir«, antwortete Friedhelm kleinlaut. »Mann, tausend schön«, rief Steffi, als wir wieder vor dem Geschäft standen. »Wie kann ein kleiner Hund nur so viel Ärger machen?« »Zur Strafe läufst du«, sagte Friedhelm so streng er konnte. »Auch das noch!« Ich wollte mich schon in mein Schicksal fügen. Da kam mir ein Gedanke. Warum sollte ich es nicht auch einmal mit der arme Hundmasche probieren? Was Hasso konnte, war für mich schon lange kein Problem. Ich sah meine Ernährer also mit dem erbarmungswürdigsten Blick an, den ich drauf hatte, klemmte meinen Schwanz zwischen die Beine, winselte leise und humpelte auf drei Beinen vor ihnen her. »Guck mal«, sagte Friedhelm längst wieder besänftigt, »es tut ihm leid.« »Von wegen«, mischte Kalle sich ein. »Der hat ein schlechtes Gewissen, und jetzt versucht er uns dazu zu bringen, dass wir ihn doch wieder schleppen. Aber da hat er sich geschnitten.« Ich fragte mich, woher Kalle das wusste. »Ey, Mann, ey! Wahrscheinlich hat er sich bei der Rauferei verletzt. Ich werde ihn tragen.« »Das wirst du nicht«, rief Kalle. »Er soll eine Strafe bekommen.« »Du hast ihn sowieso viel zu sehr verwöhnt.« Friedhelm blieb stehen und sah Kalle wütend an. »Och, jetzt bin ich wohl an allem schuld. Wie?« »Könnt ihr nicht mit der Zankerei aufhören?« ging Radieschen dazwischen. »Es war doch alles halb so schlimm, wenn man mal von der Kamera absieht, und dieser Herr Linke will ja wohl ein Auge zudrücken, wenn es mit der Wohnung klappt.« »Scheint ja ganz in Ordnung zu sein, der Typ«, meinte Kalle. »Zumindest hat er seinen Hund im Griff, was wir von tausend schön nicht gerade behaupten können.« »Allerdings, das hätte diesem Möchtegern-Detektiv so passen können. Außerdem hatte ich mich nun lange genug erniedrigt. Ich beschloss wieder aufrecht, auf meinen vier Beinen zu gehen. Dann trugen sie mich eben nicht. Etwas Bewegung tat mir sowieso gut.« »Da seht ihr es«, rief Kalle gleich. »Er geht schon wieder ganz normal. Und so was will ein Detektivhund sein. Wenn wir so einen wie Hasso hätten, dann...« »Was dann?« fiel Friedhelm ihm ins Wort. »Mir ist tausend schön lieber. Und ich hab dir doch schon mal gesagt, dass wir keinen Detektivhund brauchen, wenn wir keine Fälle lösen.« Ich hob meinen Kopf noch ein wenig höher und schritt voller Stolz die Straße entlang. Gut, dass ich Friedhelm hatte. Wer weiß, was Kalle in seinem Detektivwahn sonst noch alles mit mir anstellen würde. Die nächsten beiden Tage verliefen sehr ruhig. Meine Ernährer ließen sich zwar ab und zu sehen, um mir mein Essen vorbeizubringen, aber sie hielten sich nie lange auf. Noch nicht einmal Friedhelm. Zuerst hatte ich den Verdacht, dass sie wegen Herrn Linkes Spielzeug immer noch sauer auf mich waren. Doch irgendwie spürte ich, dass da noch etwas anderes war. Am Tag darauf trafen sich meine Ernährer wieder bei mir. Friedhelm kam, obwohl es sonst nicht seine Art ist, als letzter. Die anderen schienen schon auf ihn gewartet zu haben. Steffi und Radieschen hatten mich abwechselnd gekrault, während Kalle wie ein eingesperrter Hund hin- und hergelaufen war. »Was ist los, Friedhelm?« fragte Steffi, als er endlich am Gartentor erschien. »Erst machst du es so spannend am Telefon, und dann lässt du uns warten?« »Tut mir leid,« keuchte Friedhelm. »Ich musste noch für meine Mutter einkaufen.« »Es ist ja schon gut,« unterbrach Kalle ihn. »Also, welche Neuigkeiten gibt es? Geht es etwa um einen neuen Fall?« Friedhelm winkte ab. »Ey, Mann, ey, du immer mit deinen Fällen.« »Nein, es geht um Herrn Link und Hasso. Die wohnen doch jetzt in der Dachkammer über unserer Wohnung.« »Das wissen wir doch,« sagte Steffi. »Hast du uns deshalb herbestellt?« »Ach, das war ja interessant. Und wieso wußte ich nichts davon? Die Hunde sind immer die Letzten, die etwas erfahren.« »Nun würde sich Hassos drohen, dass wir uns wiedersehen, also doch bewahrheiten.« »Nein, darum habe ich euch nicht angerufen, aber meine Mutter hat mit Herrn Linke vereinbart, dass sie jetzt für ihn kocht gegen Bezahlung. Sie sagt, so kann sie sich etwas dazu verdienen. Und da hat Herr Linke den Vorschlag gemacht, dass wir ab und zu auf Hasso aufpassen können. Er würde uns auch dafür bezahlen.« »Echt?« rief Kalle. »Das ist ja scharf.« »Wann sollen wir auf ihn aufpassen, wenn er arbeitet?« »Ja, aber wohl nicht immer. Meistens nimmt er ihn mit,« sagt er. »Aber manchmal könnte er ihn nicht gebrauchen.« »Was macht er denn?« wollte Steffi wissen. »Er ist Fotograf. Er sagt, er macht Fotos für irgendein Naturmagazin. Meistens fotografiert er wohl Vögel und so.« »Ich hatte keine Ahnung, was das war, ein Fotograf. Aber Vögel kannte ich dafür umso besser. Wir hatten sie, als ich noch auf der Straße lebte, oft gejagt. Das hatte großen Spaß gemacht. Vielleicht hat das Hassos Herrchen ja auch. Aber das war im Augenblick auch egal. Ich hatte andere Sorgen. Mir war ein fürchterlicher Schreck in die Glieder gefahren. Meine Ernährer wollten auf Hasso aufpassen. Worauf das hinauslaufen würde, konnte ich mir gut vorstellen. Hasso würde sich an sie heranmachen. Er verstand es nur zu gut, sich bei den Menschen einzuschmeicheln. Und am Ende würde er mich womöglich noch aus meinem kleinen Paradies vertreiben. Das musste ich um jeden Preis verhindern. Nur wie? Wie nicht anders zu erwarten, war Kalle gleich hellauf begeistert. »Das ist echt eine supergute Neuigkeit, Friedhelm. So können wir uns ein paar Euro dazu verdienen. Und wer weiß, vielleicht lässt sich Hasso sogar als Detektivhund ausbilden.« »Na also, es ging schon los. Hasso war noch gar nicht da. Und schon machte er mir meine Ernährer streitig. Doch zum Glück gab es noch Friedhelm, Steffi und Radieschen.« »Immer ne. Nun fang nicht gleich wieder an zu spinnen. Herr Link hat nur gesagt, wir sollen auf Hasso aufpassen. Von Ausbilden war nicht die Rede.« »Außerdem wissen wir doch gar nicht, wie oft er ihn uns gibt,« sagte Steffi. »Meistens nimmt er ihn ja mit,« hat Friedhelm gesagt. »Eben,« pflichtete Radieschen ihr bei. »Und einen Fall haben wir auch nicht. Wozu willst du ihn also ausbilden?« Kalle machte einen Schmolmund. »Er könnte einem auch jeden Spaß verderben. Wenn ihr immer schon aufgebt, bevor wir überhaupt angefangen haben, werden wir nie einen richtig aufregenden Fall lösen.« Das geschah ihm ganz recht. Kaum sah er eine Chance, Hasso seine blöden Kunststückchen beizubringen, hat er mich auch fast schon vergessen. »Wie viel will uns Herr Linke denn bezahlen, wenn wir auf Hasso aufpassen?« fragte Steffi. »Keine Ahnung,« sagte Friedhelm, »aber ich dachte, wir könnten zu uns gehen und ihn fragen.« »Heute Nachmittag ist er zu Hause,« hat er gesagt. »Alles klar,« rief Kalle. »Worauf warten wir noch?« »Meine Näherer standen auf und gingen zum Gartentor. Allerdings machten sie keine Anstalten, mich mitzunehmen.« Ich sprang auf und rannte Friedhelm direkt vor die Füße. Das reicht normalerweise schon, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Doch zu meinem Entsetzen schüttelte er den Kopf. »Nein, Thorsten, schön. Dich können wir leider nicht mitnehmen. Meine Mutter hat es verboten. Nach der Sache mit Herrn Linke will sie dich vorläufig nicht mehr sehen.« »Das durfte doch nicht wahr sein. Sollte ich diesem Hasso meine Ernährer etwa ohne jede Gegenwehr überlassen? Nein, niemals. So schnell gibt ein Straßenköter nicht auf.« Doch ich musste es besonders schlau anfangen. Nun zu betteln oder die arme Hundmasche zu probieren, hatte keinen Zweck. Friedhelm ist zwar mein treuster Ernährer und Freund, aber wenn seine Mutter ihm etwas verbietet, hält er sich auch daran. Meistens. Ich entschloss mich, meinen Ernährern in sicherem Abstand zu folgen. Auf dem Weg zu Friedhelms Wohnung konnte ich mir überlegen, wie ich Friedhelm und die anderen dazu bringen könnte, mich doch in die Wohnung mitzunehmen. Als wir bis auf ein paar Dackellängen an das Haus, in dem Friedhelm wohnte, herangekommen waren, hatte ich leider immer noch keinen Plan. Etwas Besseres als der arme Hund war mir nicht eingefallen. Nur würde Winseln und Humpeln allein nichts nützen. Ich musste mir etwas Wirkungsvolleres einfallen lassen. Ich setzte mich also auf die Straße und heulte. Heulen ist die gesteigerte Form von Winseln. Es sagt den Menschen, dass es uns sehr, sehr schlecht geht. Meine Ernährer blieben auch gleich stehen. »Hört mal, ist das nicht eine Autosirene? Da versucht jemand, ein Auto zu stehlen«, sagte Kalle, der Blödmann. Wie so oft war es Steffi, die die Situation als erste richtig erfasste. »Von wegen, Autosirene, das ist tausendschön. Da hinten sitzt er und heult.« So schnell, wie ich es selten gesehen habe, kam Friedhelm auf mich zugestürzt. »Ey, Mann, ey, tausendschön. Was ist mit dir? Bist du so traurig, dass wir dich nicht mitgenommen haben?« Das wurde aber auch Zeit, dass er das kapierte. Ich bekam schon Halsschmerzen von der Heulerei. Ich ließ es in ein Winseln mit traurigem Augenaufschlag übergehen. Friedhelm drehte sich zu seinen Freunden um. »Sollen wir ihn nicht doch mitnehmen? Ich kann es nicht mit ansehen, wenn er sich so quält.« Ich sah Steffi und Radiesin auf einen Blick an, da sie einverstanden waren. Nur Kalle war natürlich dagegen. »Du bist so gutmütig, Friedhelm.« Friedhelm nahm mich auf den Arm. »Und du bist herzlos. Ich werde meine Mutter schon überzeugen.« Kalle zuckte mit den Schultern. »Mach doch, was du willst.« »Habe ich dir nicht gesagt, dass ich das Tier hier nicht mehr sehen will?« rief Friedhelms Mutter, als sie mich auf seinem Arm entdeckt hatte. Sie meinte es ernst. Da halfen auch mein trauriger Augenaufschlag und das Winseln nichts mehr. Obwohl ich kurz davor war, einen Gesichtskrampf zu kriegen, mußte mein Schicksal Friedhelms Überredungskunst überlassen. »Ey, Mann, ey, Mama. Er hat es doch nicht absichtlich gemacht. Außerdem habe ich ihn in den letzten beiden Tagen kaum gesehen. Er ist doch mein bester Freund.« »Mein bester Freund.« »Mann, das ging runter wie Öl.« Und auch der Gesichtsausdruck war nicht schlecht. Wenn Friedhelm ein Hund wäre, müßte er sich bestimmt keine Sorgen um sein Essen machen.« Friedhelms Mutter seufzte. »Eigentlich wollte ich mich dieses Mal nicht wieder von dir überreden lassen, Friedhelm, aber wenn du mich so ansiehst, dann werde ich doch immer wieder weich. Also gut, kommt rein. Aber du sorgst dafür, dass er sich anständig aufführt. Hast du mich verstanden?« »Klar, Mama, mach ich.« »Es ist schon interessant. Zwischen Kindern und Erwachsenen scheint das so ähnlich zu funktionieren wie zwischen Hunden und Menschen. Allerdings konnte ich mich nicht lange über meinen Erfolg freuen. Als wir in die Küche kamen, saß da breitbeinig am Küchentisch Herr Linke vor einem leeren Teller. Er wartete wohl auf sein Essen. Und unter dem Küchentisch, an einem Platz also, der mir schon so oft verboten wurde, lag Hasso und sah mich herausfordernd an. »Hallo, mein kleiner Tausendschön. Habe ich dir nicht versprochen, dass wir uns wiedersehen?« »No, für dich gern verzichtet«, erwiderte ich. »Was machst du da unter dem Küchentisch? Schleimst du dich wieder bei den Menschen ein?« Hasso lachte, dass es mir kalt den Rücken herunterlief. »Ha, ich habe etwas ganz anderes vor. Ich werde nämlich deinen Platz einnehmen.« »Was wirst du?« »Du hast richtig gehört. Ich werde dich von hier verdrängen. Es wird gar nicht lange dauern, und deine vier Menschenkinder werden dich wieder auf die Straße jagen.« Viertes Kapitel. Ich werde hereingelegt. Ich war erst einmal sprachlos. Ich stand nur da und starrte Hasso mit offenem Mund an. So viel Dreistigkeit war mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. Bildte sich dieser verweichlichte Knochenverbundler tatsächlich ein, er könnte meine Ernährer gegen mich aufhetzen? Es hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte mich auf ihn gestürzt, wie in dem Geschäft, in dem die ganze unangenehme Geschichte begonnen hatte. Doch dieses Mal war ich klüger. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich unterdrückte sogar das Pfeifen. In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Sollte er es doch versuchen. Wer zuletzt bellt, bellt am besten. »Und, wie willst du das machen?« fragte ich völlig ungerührt. Vielleicht war er ja dumm genug, mir zu verraten, was er plante. Doch leider fiel er nicht auf meine Frage herein. »Das wirst du schon sehen,« sagte er nur. Meine Ernährer unterbrachen meine Gedanken, indem sie das Thema zur Sprache brachten, das mich auf dem Weg hierher beschäftigt hatte. »Friedhelm hat erzählt, wir sollen auf ihren Hund aufpassen,« fragte Radieschen. Herr Linke nickte, während er sich besah, was ihm Friedhelms Mutter auf den Teller geschaufelt hatte. Ich unterdrückte meinen Geruchssinn, sonst würde ich nur wieder Hunger bekommen. Und dass Friedhelms Mutter mir etwas abgab, war mehr als unwahrscheinlich. »Und Sie würden uns auch dafür bezahlen?« wollte Steffi wissen. Herr Linke lachte laut auf. »Ha, ja, das scheint ja das Wichtigste für euch zu sein.« »Das Wichtigste nicht, aber immerhin.« »Und wie oft sollen wir auf ihn aufpassen?«, fragte Kalle. »Jeden Tag?« »Nein, nein, nur ab und zu. Ich habe eurem Freund ja schon gesagt, dass ich ihn meistens mitnehme, wenn ich für das Naturmagazin fotografiere, aber manchmal kann ich ihn nicht dabei haben.« »Und dann sollt ihr auf ihn aufpassen. Das wird aber nicht sehr oft sein.« »Schade,« rutschte es Kalle heraus. Herr Linke sah ihn verwundert an. »Warum? Hast du Angst, ihr verdient zu wenig?« »Nein, das nicht. Ich hatte nur gehofft, dass...« »Was habt ihr gehofft?«, fragte Herr Linke als Kalle nicht weiterredete. »Na ja, wir hatten gehofft, ihn als Detektivhund ausbilden zu können.« Herr Linke verschluckte sich. Es dauerte eine Weile, bis er mit dem Husten fertig war. »Sagt das noch mal,« keuchte er. »Ihr wollt ihn als Detektivhund ausbilden?« Kalle sah Friedhelm verständnislos an. »Hat Ihnen Friedhelm denn nichts von unserem Detektivbüro erzählt?« »Nein, das hat er nicht,« antwortete Herr Linke. Ich sah deutlich, wie Friedhelm, Steffi und Radieschen hinter Kalles Rücken die Augen verdrehten. Kalle ließ keine Gelegenheit aus, jedem, der es hören wollte oder nicht, einen längeren Vortrag zum Thema Kalle und Co. zu halten. Auch dieses Mal nutzte er seine Chance. Während alle übrigen im Raum mit dem Schlaf kämpften, hörte Herr Linke interessiert zu. »Dann habt ihr ja gewissermaßen schon ein paar Fälle gelöst,« sagte er schmunzelnd, als Kalle endlich fertig war. »Es war nicht zu überhören, dass er unseren Meisterdetektiv nicht ernst nahm.« »Nur Kalle bemerkte es wieder einmal nicht.« »Das kann man so sagen, Herr Linke,« plusterte er sich auf. »Das kann man wirklich so sagen.« »Und wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Detektivbüro zu gründen? Ist dein Vater Polizist oder etwas Ähnliches?« »Nein, nein,« antwortete Steffi für Kalle. »Mein Vater ist ein ziemlich hohes Tier in einer Bank.« »Ich nehme das,« fragte Herr Linke. Kalle nickte nur. »Dann seid ihr wohl reich?« »Naja, reich würde ich nicht gerade sagen,« druckste Kalle rum. »Aber uns geht es nicht schlecht, glaube ich.« Das war die Untertreibung des Tages. Und ob seine Eltern reich waren, jedenfalls für Hundeverhältnisse. Immer, wenn meine Ernährer mich zu Kalles Haus mitgenommen hatten, gab es jede Menge zu essen, auch für mich.« »Es geht euch schon sehr gut, Kalle,« sagte auch Friedhelms Mutter. »Nur keine falsche Bescheidenheit. Ihr wohnt doch in einem wunderschönen Haus.« Herr Linke horchte auf. Das schien ihn sehr zu interessieren. »Tatsächlich in einem schönen Haus?« Friedhelms Mutter nickte. »Ja, ich war einmal dort. Es ist wirklich wunderschön. Und auch die Einrichtung ist sehr geschmackvoll.« Kalle winkte ab. »Ach, der alte Kram!« »Alter Kram,« lachte Herr Linke. »Was meinst du denn damit?« »Antiquitäten,« sagte Friedhelms Mutter. »Alter Kram ist wirklich nicht das richtige Wort. Kalles Eltern haben sehr schöne Antiquitäten dort.« Kalle wurde es immer peinlicher. Ich bemerkte es mit einer gewissen Schadenfreude. »Ist doch auch egal. Mir gefällt es hier sehr gut, eigentlich sogar noch viel besser als zu Hause. Friedhelm hat wenigstens keine Geschwister, die einen nerven.« »Dafür hat er einen Hund, der um so mehr nervt,« lachte Friedhelms Mutter. »Auch Herr Linke und sogar meine Ernährer meinten, sie müssten mitlachen. Wirklich sehr komisch.« »Können wir jetzt vielleicht mit Hasso ein wenig üben?« fragte Kalle. »Ich meine, solange Sie hier sind, Sie müssen ja noch essen.« Herr Linke sah Hasso an, der immer noch wie ein nasser Sack unter dem Tisch lag. »Meinetwegen, wenn Hasso damit einverstanden ist.« Hasso stand auf und bleckte sein Gebiss. Das sollte mir anscheinend Angst machen. »Und ob ich das bin?« piepste er. »Jetzt werde ich deinen Ernährer mal zeigen, was ein richtiger Hund alles drauf hat.« »Richtiger Hund!« rief ich ihm nach, während er mit meinen Ernährern aus der Küche ging. »Dass ich nicht lache!« Einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich nicht einfach bleiben sollte, wo ich war. Musste ich mir dieses entwürdigende Schauspiel ansehen? Doch dann folgte ich ihnen. Vielleicht konnte ich das Schlimmste verhindern. In Friedhelms Zimmer begann Kalle gleich mit seinem Unterricht, der in Wirklichkeit nichts anderes war als eine Menge unsinniger kleiner Kunststückchen, die jeder Welpe auf einer Pfote hätte vollführen können. Er setzte sich in die Mitte des Zimmers. »Dann wollen wir mal«, meinte er großspurig. »Als erstes wollen wir sehen, ob Hasso aufs Wort gehorcht.« Hasso sah mich an. Wahrscheinlich wartete er nur darauf, dass sich die Nerven vor Lorde mit Friedhelms Mutter und meine Ernährer wieder wütend auf mich wurden. Aber da konnte er lange warten. Kalle folgte Hasso's Blick. »Gut, dass tausend schön auch dabei ist. Vielleicht kann er ja etwas lernen.« Oh ja. Bestimmt konnte ich von zwei hochnäsigen Nichtskönnern eine Menge lernen. Kalle ließ wirklich nichts aus. Männchen machen, Pfötchen geben, irgendwelche Gegenstände herumschleppen, hinsetzen, aufstehen und als absolute Krönung Spuren suchen. Dabei muss man mit der Nase am Boden vernehmlich schnüffelnd herumirren, obwohl man überhaupt nicht weiß, was man eigentlich suchen soll. Ich muss wohl nicht besonders betonen, dass Hasso alles tat, was Kalle von ihm verlangte. Ohne mit den Ohren zu zucken, machte er jeden Schwachsinn mit. Wie nicht anders zu erwarten, waren meine Ernährer begeistert. Sogar Friedhelm war sichtlich beeindruckt. »Ey, Mann, ey, der macht ja wirklich alles, was du sagst, Kalle.« »Ob sein Herrchen ihm das bei gebracht hat?«, wollte Radieschen wissen. Seine Schwester nickte. »Wahrscheinlich. Ich frage mich nur, zu, er das braucht.« »Genau, Steffi«, rief ich, »wozu soll der ganze Quatsch gut sein?« »Ist doch klar«, meinte Kalle und kraute Hassos Hals. »Es war widerlich.« »Weil er ein kluger Hund ist, dem bringt man solche Sachen eben bei.« Natürlich musste Hasso auch noch seinen Kommentar dazu abgeben. »Na, tausend schön, da stauzt du, was? Ich habe deine Ernährer schon so gut wie in der Tasche.« »Wenn du dich da mal nicht täuscht«, erwiderte ich. »Die sind anders als die meisten Menschen. Die lassen sich nicht so leicht hinters Licht führen.« »Ach nein? Hast du nicht gehört, was sie eben gesagt haben? Ich bin ein kluger Hund.« Das reichte. »Kluger Hund?« schrie ich ihn an. »Du bist kein kluger Hund. Du hast dich nur bei ihnen eingeschleimt, dich vor ihnen erniedrigt.« »Erniedrigt«, lachte Hasso. »Ich habe ihnen einen kleinen Gefallen getan. Du hast doch selber, wie das funktioniert.« »Und dein Stolz? Hast du überhaupt keinen Stolz? Merkst du denn nicht, dass du dich zu ihrem Spielzeug machst? Vor Typen wie dir kann man doch keinen Respekt mehr haben.« Hasso legte den Kopf schief. »Ihr Straßenköter habt ein lichtes Problem. Ihr seid so stolz, dass ihr aus Mülltonnen fressen müsst oder sogar verhungert. Das kann uns nicht passieren.« »Nein, bestimmt nicht. Aber eins sage ich dir. Ich verhungere lieber, als dass ich mich so erniedrige, wie du es tust.« Wieder ließ Hasso sein grässliches Lachen hören. »Hä, hä, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du das wahrscheinlich auch ausprobieren können. Dann wirst du nämlich wieder auf der Straße stehen und in Mülltonnen herumwühlen.« Friedhelm drehte sich zu mir um. »Was ist los tausend schön? Warum pfeifst du so? Ist dir nicht gut?« Allerdings war mir nicht gut. Ich kochte vor Wut. Ich war zwar nicht auf meine Ernährer angewiesen, ganz bestimmt nicht. Irgendwie hätte ich mich schon durchgeschlagen. Das habe ich mein ganzes Leben getan. Aber in dem Augenblick schwor ich mir, meine Ernährer diesem widerlichen Hasso nicht kampflos zu überlassen. Jawohl, ich würde kämpfen. Dann würden wir ja sehen, wer von uns beiden schließlich das Feld räumen musste. Im Augenblick war Hasso allerdings im Vorteil. »Möglicherweise ist er ja neidisch auf Hasso,« sagte Kalle und stand auf. »Kop, wir gehen in die Küche und erzählen Herrn Linke, dass er bei Hasso gute Arbeit geleistet hat.« Ohne mich eines Blickes zu würdigen, gingen meine Ernährer an mir vorbei in die Küche. Eine Weile starrten Hasso und ich uns schweigend an. »Nun kommt der nächste Teil meines Plans,« sagte er plötzlich. »Was hast du vor?« »Was wirst du gleich sehen?« Er stand auf, ging zur Zimmertür und sah hinaus. »Wir sind alle in der Küche, die Gelegenheit ist günstig.« Ehe ich fragen konnte, was er damit meinte, sprang er auf und rannte mit voller Wucht gegen einen kleinen Tisch, der in einer Ecke von Friedhelms Zimmer stand. Mit lautem Gepolter fiel er um und Hasso jaulte laut auf. Mit einem Schlag wurde mir klar, was er damit bezweckte. Es war das Hinterhältigste, was mir in meinem ganzen Leben je begegnet war. Doch ich konnte nichts mehr dagegen unternehmen. Als kurz darauf meine Ernährer, Friedhelms Mutter und auch Herr Linke ins Zimmer gestürzt kamen, hinkte Hasso winselnd auf drei Beinen durch das Zimmer. Fünftes Kapitel Ich entdecke meine Instinkte wieder. »Was ist denn hier los?«, rief Herr Linke. Hasso humpelte auf ihn zu, stellte sich so vor ihn hin und winselte leise. Er schien seinen Ernährer gut zu kennen, jedenfalls reagiert der so, wie Hasso es vorhergesehen hatte. »Sehen Sie sich das an!«, rief er. »Ihr verflexte Köter hat meinen Hund schon wieder gejagt, wie in dem Fotogeschäft.« »Ey, Mann, ey! Tausendschön ist kein... Tausendschön hast du Hasso tatsächlich gejagt?« Was sollte die blöde Frage? Ich konnte ihm ja doch nicht darauf antworten. Ich überlegte fieberhaft, wie ich meine Ernährer davon überzeugen konnte, dass sie einem menschsgemeinen Schwindel aufgesessen waren. Doch sämtliche Möglichkeiten, die ein Hund hat, sich bei den Menschen verständlich zu machen, reichten nicht aus. »Habe ich dir nicht gesagt, dass er neidisch auf Hasso ist?«, rief Kalle. Rietems Mutter sagte dann endlich das, was Hasso mit seinem Dreck erreichen wollte. »Ich habe euch doch gesagt, ich will das Tier hier nicht mehr sehen. Warum lasse ich mich nur immer überreden? Ihr bringt ihn sofort nach draußen.« »Bitte, Mama,«, machte wenigstens Friedhelm noch einen zaghaften Versuch. »Es war bestimmt nicht tausendschöns Schuld. Vielleicht haben sie nur gespielt.« »Warum er das getan hat, tut nichts zur Sache. Ich lasse mir nicht meine Wohnung verwüsten. Du bringst den Hund hinaus, Friedhelm, und dabei bleibt es.« »Soll ich ihn in den Garten bringen?« »Nein, setz ihn auf die Straße. Den Weg zum Garten müsste er ja allmählich kennen. Du sollst mir noch beim Opfer schelfen.« Seufzend hob mich Friedhelm auf seinen Arm und trug mich hinaus. Ich musste einsehen, dass auch diese Runde an Hasso gegangen war. Auf dem Weg hinunter drückte mich Friedhelm fest an sich. »Tausendschön, tausendschön, was machst du nur immer? Ich verstehe das nicht.« Friedhelm und ich sahen uns in die Augen. Es war einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich wünschte, ich könnte mit den Menschen reden, könnte Friedhelm erzählen, was wirklich geschehen war. »Trotzdem«, rief er plötzlich, als hätte er meine Gedanken gelesen, »irgendwas stimmt an der ganzen Sache nicht. Du bist zwar ein eigenwilliger kleiner Kerl, und wahrscheinlich mag ich dich deshalb so gerne, aber du bist nicht bösartig. Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass du Asso ohne jeden Grund gejagt hast, oder weil du neidisch auf ihn bist. Das ist völliger Quatsch. Wahrscheinlich gibt es zwischen Friedhelm und mir so eine Art Seelenverwandtschaft, die auch ohne Worte funktioniert. Friedhelm ist aus jenem Holz geschnitzt, aus dem man Hunde macht.« Er trug mich noch ein Stück die Straße hinunter. Dann setzte er mich vorsichtig auf den Boden. »So, du lauf schön nach Hause, mein Kleiner. Ich komme nachher noch vorbei und bringe dir dein Abendessen.« Damit drehte er sich um und schlich mit hängenden Schultern zum Haus zurück. Als ich ihn so sah, hatte er mir fast mehr Leid als ich mir selber. Eine Weile stand ich unschlüssig herum und wusste nicht, was ich tun sollte. Für einen Augenblick kam mir sogar der Gedanke, mich von meinem kleinen Häuschen und meinen Gartenzwergen zu verabschieden und wieder zurück auf die Straße zu gehen. Doch dann dachte ich an Friedhelm. Das konnte ich ihm nicht antun. Und ich dachte an Hasso. Nein, so leicht würde ich es ihm nicht machen. Ich beschloss, mir ein ruhiges Plätzchen in der Nähe zu suchen, um in aller Ruhe nachdenken zu können. Bis jetzt war mir Hasso also immer einen Schritt voraus gewesen. Er hatte einen Plan gehabt, wie er mich hereinlegen konnte, während mir nichts weiter übrig geblieben war, als es hinzunehmen. Das sollte sich nun ändern. Nur wie sollte ich das anstellen? So angestrengt ich auch überlegte, mir wollte nicht einfallen, wie ich mich an Hasso rächen konnte. Ich hatte schon eine ganze Weile vergeblich so gegrübelt. Da sah ich meine Ernährer aus dem Haus kommen. Sie unterhielten sich liebhaft. Wahrscheinlich redeten sie über den Zwischenfall mit Hasso und mir. Ich überlegte, ob ich Friedhelm und den anderen folgen sollte. Doch irgendetwas hielt mich zurück. Ich blieb, wo ich war. Kurz nach den Kindern kamen auch Hasso und sein Herrchen aus dem Haus. Sie gingen in die gleiche Richtung wie meine Ernährer. Ich folgte ihnen in einigem Abstand. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, ob das, was ich tat, mir nutzte. Ich ließ mich einfach von meinen Instinkten leiten. Ich fragte mich, warum Herr Linke und die Kinder nicht zusammengingen, wo sie doch anscheinend den gleichen Weg hatten. Vielleicht hatten sie mittlerweile Hasso's wahren Charakter erkannt und wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch das konnte ich wohl kaum hoffen. Es war schon seltsam. Meine Ernährer liefen voran. Herr Linke und Hasso ein Stück hinter ihnen und ich folgte wiederum meinem verhassten Widersacher und seinem Herrchen. Und keiner merkte etwas von dem anderen. Insgeheim musste ich lachen. Ich konnte nicht nur Hasso und Herrn Linke genauestens riechen. Mein bestes Stück konnte auch den Duft von Friedhelm und den anderen noch deutlich wahrnehmen. Und Hasso, der merkte noch nicht einmal, dass ich hinter ihm war. Ich kannte den Weg, den die Prozession nahm. Er führte zu Kalles Haus. Wahrscheinlich brachten ihn die anderen nach Hause. Es schien also nicht sehr aufregend zu werden. Seltsam war nur, dass Hasso und Herr Linke die ganze Zeit hinter ihnen blieben. Schließlich waren wir bei Kalle angekommen. Friedhelm, Radieschen und Steffi verabschiedeten sich kurz von ihm. Dann gingen sie weiter. Vermutlich begleitete Friedhelm nun die Zwillinge nach Hause. Während meine Ernährer vor Kalles Haus gestanden hatten, waren auch Herr Linke und Hasso nicht weitergegangen. Wollten sie von den Kindern nicht gesehen werden? Der Sache musste ich auf den Grund gehen. Zunächst folgte Herr Linke meinen übrigen Ernährer noch ein Stück. Dann bog er in eine andere Straße ein. Ich ärgerte mich darüber. Es schien doch alles nur ein Zufall gewesen zu sein. Trotzdem entschloss ich mich dazu, weiter Herrn Linke und Hasso zu folgen. Friedhelm dabei zu beobachten, wie er Steffi und Radieschen nach Hause brachte, half mir nicht weiter. Leider stellte sich bald heraus, dass auch die Verfolgung von Hasso und seinem Herrchen nicht viel hergab. Sie liefen planlos in den Straßen um Kalles Haus herum. Hasso hob ab und zu sein Bein, um schließlich wieder zu Friedhelms Haus zurückzukehren. Als die beiden hinter der Haustür verschwunden waren, merkte ich plötzlich, wie groß mein Hunger inzwischen geworden war. Ich hatte lange nichts mehr gegessen. Hatte Friedhelm nicht gesagt, er wolle mir noch ein Abendessen vorbeibringen? Möglicherweise wartete er auch schon im Garten auf mich. Ich drehte mich um und rannte los. Unterwegs ging mir durch den Kopf, dass mir die Verfolgung von Hasso und den anderen großen Spaß gemacht hatte. Es war fast wie in den guten alten Zeiten gewesen. Das konnte mir nur helfen, meine Instinkte wieder auf Trab zu bringen. So kam ich nicht aus der Übung. Ich sah Friedhelm schon von weitem im Garten herumlaufen. Es sah so aus, als suchte er mich. Ich wollte schon freudig auf ihn zuspringen, um mir mein Essen abzuholen. Als mir einfiel, dass er vielleicht noch immer nicht besonders gut auf mich zu sprechen war. Ich riss mich zusammen und trabte schuldbewusst auf ihn zu. Hey, Mann, da bist du ja tausend schön. Ich hatte schon Angst, du hättest dich verlaufen. Verlaufen! Ein Straßenköter verläuft sich nicht. Sowas passiert nur Menschen. Wo bist du denn gewesen, mein Kleiner? Sieh her, ich habe dir etwas Gutes mitgebracht. Er hielt mir meinen Napf unter die Nase, aus dem es herrlich duftete. Während ich mir die Köstlichkeiten schmecken ließ, setzte sich Friedhelm neben mich auf den Boden. Er wollte mir also wieder etwas erzählen. Das konnte mir bei meinen Plänen nur zugute kommen. Hey, Mann, das war vielleicht ein Tag. Erst war meine Mutter sauer auf mich, und dann habe ich mich auch noch mit Kalle herumgezankt. Ich hörte mit dem Essen auf und sah ihn an. Worüber Kalle und Friedhelm sich gestritten hatten, war nicht schwer zu erraten. Ja, du brauchst mich gar nicht so unschuldig anzusehen, tausend schön. Es ging um dich. Er hat mir dauernd vorgeschwärmt, wie gut sich Hasso als Detektivhund machen würde. Das konnte ich mir lebhaft vorstellen. Wahrscheinlich malte er sich schon aus, wie er gemeinsam mit Hasso hinter irgendwelchen Verbrechern herjagte. Ich habe dich natürlich verteidigt. Steffi und Radieschen haben sich herausgehalten. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass sie Kalle recht gaben. Und ehrlich gesagt, mir blieb fast der Bissen im Halse stecken. Was kam denn jetzt? Sollte Friedhelm auch schon auf Hasso's Seite sein? Bei Kalle wunderte mich das nicht. Aber mein Friedhelm? Emone, kannst du nicht auch ein paar von den Sachen lernen, die Hasso drauf hat? Wenigstens Männchen machen und Pferde suchen? Das durfte nicht wahr sein. Mir war der Appetit vergangen. Ich ließ meinen Napf stehen, obwohl ich noch nicht alles aufgegessen hatte, und ging zu meinen Gartenzwergen. Friedhelm lief hinter mir her. Tausend schön, was ist denn los? Du hast noch nicht aufgegessen, sonst lässt du doch nichts stehen. Ich kümmerte mich nicht um ihn, sondern ging in meine Hütte und legte mich hin. Kurz darauf erschien Friedhelms Gesicht vor dem Eingang zu meiner Behausung. Er kniete davor. Ich sah ihn traurig an, und dieses Mal musste ich mich dafür nicht einmal anstrengen. Bist du beleidigt, tausend schön? Aber wie ist das möglich? Du kannst doch gar nicht verstanden haben, was ich gesagt habe. Oder doch? Mensch, tausend schön, manchmal frage ich mich, ob du nicht viel klüger bist, als wir uns alle vorstellen können. Ich schloss die Augen und ließ meinen Ernährer mit seinen Fragen allein. Kurz darauf hörte ich, wer aufstand und ging. In dieser Nacht schlief ich schlecht. Immer wieder wachte ich auf und dachte daran, was in den letzten Tagen geschehen war. Ehe ich mich versehen hatte, war mein kleines Paradies in Gefahr geraten, und ich hatte keine Ahnung, wie ich es retten konnte. Und nun drohte auch noch mein letzter Verbündeter, mich im Stich zu lassen. Und alles nur wegen dieser blöden Detektivsache. Wie oft hatten wir schon irgendwelche Menschen beobachtet, weil Kalle behauptet hatte, es wären Verbrecher. Meistens war es dann doch eines von Kalles Hirngespinsten gewesen. Andererseits muss ich zugeben, dass er das eine oder andere Mal doch Erfolg gehabt hatte. Mit einem Schlag kam mir ein Gedanke, den ich nicht mehr loswurde. Warum sollte ich nicht auch einmal von den Menschen lernen? Das ging zwar gegen meine Hundeehre, aber schließlich war dies eine außergewöhnliche Situation. Das Wichtigste, das ein Detektiv können muss, sagt Kalle immer, sei es, Verdächtige unauffällig zu beobachten. Man müsse nur Geduld haben und sie beschatten. Irgendwann würden sie einen Fehler machen. Und wenn man als Detektiv dann zur Stelle sei, könnte man sie schnappen. Warum sollte ich es also mit Hasso nicht genauso machen? Gleich am nächsten Tag würde ich mich auf die Lauer legen. Ich hatte Zeit und ich hatte Geduld. Irgendwann würde auch er einen Fehler machen. Er würde irgendetwas tun, was seinen wahren Charakter enthüllte. Dann müsste ich meine Ernährer nur noch auf die richtige Spur bringen. Ich wußte zwar noch nicht genau, wie ich das machen sollte. Aber wenn es so weit war, würde ich auch einen Weg finden. Schließlich, wenn ich ein Straßenköter, der mit allen Wassern gewaschen ist. Sechstes Kapitel Der nächste Morgen war wie geschaffen für mein Vorhaben. Die Sonne schien, die Luft war klar und es wehte ein leichter Wind. Bei diesem Wetter konnte mein bestes Stück auch über weite Entfernungen selbst schwache Gerüche noch gut wahrnehmen. Ich verabschiedete mich von meinen Gartenzwergen und wollte gehen. Da fiel mir ein, dass ich noch nicht gefrühstückt hatte. Bestimmt würde bald einer meiner Ernährer auftauchen, um meinen Napf zu füllen. Ich überlegte, ob ich warten sollte. Für meinen Magen wäre das bestimmt besser gewesen. Ich wußte ja nicht, wie lange ich hasse und sein Herrchen beschatten mußte. Das konnte den ganzen Tag dauern. Andererseits war es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn meine treulosen Ernährer eine leere Hütte vorfanden. Sollten sie sich ruhig Sorgen machen. Ich hatte Glück. Kaum war ich vor Friedhelms Haus angekommen und hatte mich auf die Lauer gelegt, kam er auch schon aus der Tür. Unter dem Arm trug er etwas, das verdächtig nach Essen aussah. Ich strengte mein bestes Stück an und meinte auch, einen leichten, köstlichen Hauch wahrzunehmen. Ich muß gestehen, dass es mich einiges an Überwindung kostete, in meinem Versteck zu bleiben, doch mein eiserner Wille siegte. Ich ließ Friedhelm ziehen. Danach hat sich eine Weile überhaupt nichts, jedenfalls nichts, was für mich von Interesse gewesen wäre. Es gingen zwar einige Leute ein und aus, doch Hasso oder sein Herrchen ließen sich nicht blicken. Inzwischen meldete sich mein Magen lautstark zu Wort. Die Detektivarbeit kann ein hartes Brot sein. Wie oft habe ich Kalle das schon sagen hören? Ich begann zu begreifen, was er damit meinte. Als meine Gedanken schon mehr damit beschäftigt waren, wie ich an etwas Essbares herankommen könnte, wurde mein Warten endlich belohnt. Herr Linke kam mit Hasso an der Leine aus der Tür. Ich sah ihn von Weitem an, dass sie gut gelaunt waren. Wahrscheinlich hatten sie gerade gegessen und ich ärgerte mich nicht, auf Friedhelm gewartet zu haben. Zumindest konnte ich nun endlich aus meinem Versteck heraus und mich bewegen. Unterwegs würde ich schon irgendwo etwas Essbares finden. Ich ließ Hasso und seinem Herrchen einen kleinen Vorsprung. Dann machte ich mich auf den Weg. Wenn ich es mit ernsthaften Gegnern zu tun gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich vorsichtiger gewesen und außer Sichtweite geblieben. Doch da ich wußte, dass Hasso eine Nase wie ein Mensch hatte, blieb ich nur so weit hinter ihnen, dass ich sie sogar noch sehen konnte. Schon als Herr Linke aus der Tür gekommen war, hatte ich das schwarze Ding bemerkt, das bei dem Streit zwischen Hasso und mir zu Bruch gegangen war. Herr Linke trug es wieder um den Hals. Entweder hatte er es reparieren lassen oder er hatte sich ein neues Spielzeug besorgt. Während ich ihm und Hasso folgte, konnte ich beobachten, was er damit tat. Zeit zu Zeit blieb er stehen und hob es vor seine Augen. Dann ging er weiter. Einen richtigen Sinn ergab das für mich nicht, auch konnte ich mir nicht vorstellen, wie das mit seinem Beruf zu tun haben sollte. So unvorsichtig, wie die beiden sich bewegten, war bestimmt kein Vogel in der Nähe. Außerdem schien er sich mehr für Häuser zu interessieren als für Bäume, auf denen Vögel doch normalerweise leben. Einige der Häuser schienen ihn sogar besonders zu interessieren. Er lief ein paar Mal davor auf und ab, bevor er mit Hasso weiterging. Aber sonst taten die beiden nichts, was mir weitergeholfen hätte. Sie liefen scheinbar ziellos in der Gegend herum. Hasso blieb dabei ständig angeleint. Immer wenn er etwas entdeckt hatte und darauf zulaufen wollte, riß Herr Linke ihn an seinem Hals zurück. Ich beneidete Hasso nicht mehr. Da war schon besser, nichts im Magen zu haben, als alle paar Augenblicke gewürgt zu werden. Trotzdem würde ich demnächst schlapp machen, wenn die beiden nicht bald einmal anhielten, damit ich mich nach einem Happen umschauen konnte. Es dauerte dann aber doch noch eine ganze Weile, bis sie mir endlich den Gefallen taten. Sie waren zum Stadtgarten gegangen. Diesen Platz hatte ich früher sehr geliebt. Bei schönem Wetter ließen die Menschen genug Essbares für uns Wunder an den Bänken und auf den Wiesen liegen. So ein Tag war heute auch. Hasso und Herr Linke steuerten auf die große Wiese in der Mitte des Parks zu. Wahrscheinlich wollten sie Vögel beobachten, denn davon gab es mehr als genug hier. Doch zu meiner Überraschung befreite Herr Linke Hasso von seiner Leine aber nur, um wieder etwas Schreckliches mit ihm anzustellen. Stöckchen abortieren! Wie oft hatten meine Kumpel und ich uns früher über dieses Hirnlose herumschleppen von Holzresten lustig gemacht. Ich schaute den beiden eine Weile amüsiert zu. Da sie nicht den Eindruck machten, bald mit dem Schwachsinn aufhören zu wollen, konnte ich mich endlich um meinen geplagten Magen kümmern. Es dauerte länger, als ich dachte, bis ich von dem, was ich gefunden hatte, wenigstens so satt geworden war, dass mein Magen nicht mehr knurrte. Ich hatte mich dabei zudem noch recht weit von der Wiese entfernt, auf dem Hasso mit dem Holz im Maul herumrannte. Von ich war ich nicht zu lange fortgeblieben. Ich machte mich auf die Pfoten und rannte so schnell ich konnte zurück. Als ich an der großen Wiese ankam, wurde meine Befürchtung zur Gewissheit. Hasso und sein Herrchen waren nicht mehr da. Ich versetzte sofort mein bestes Stück in Alarmbereitschaft und streunte durch den Park, um ihr Aroma aufnehmen zu können. Doch nun war das schöne Wetter ein Nachteil. Es waren zu viele Menschen da. Ab und zu meinte ich zwar Hassos Geruch zu erkennen, aber er vermischte sich gleich wieder mit den Düften der vielen Menschen und Hunde um mich herum. So hatte das keinen Sinn. Niedergeschlagen verließ ich den Park. Ich hatte ähnliche Situationen schon oft mit Kalle und den anderen erlebt. Nur war es mir bisher immer ziemlich egal gewesen, ob meine Ernährer bei ihren Beobachtungen Erfolg hatten oder nicht. Doch nun war es anders. Dieses Mal war ich selbst betroffen. Ich verstand nun viel besser, warum Kalle immer so geknickt war, wenn eine unserer Beschattungsaktionen ohne Ergebnis geblieben war. Plötzlich kam mir ein Gedanke. Kalle! Als Herr Linke und Hasso meinen Ernährern gefolgt waren, hatten sie zielstrebig den gleichen Weg genommen bis zu Kalles Haus. Erst dann waren sie so planlos durch die Straßen gegangen wie an diesem Morgen. Vom Park bis zu dem Haus, in dem Kalle wohnte, war es nicht weit. Vielleicht wollten sie ja heute wieder dorthin gehen. Es gab zwar keinen logischen Grund dafür, aber meine Instinkte sagten mir, dass ich recht haben könnte. Und siehe da, ich konnte mich auf sie verlassen. Zuerst witterte mein bestes Stück nur ein leichtes Aroma, einen Hauch von Hasso, sozusagen. Doch je näher ich Kalles Behausen kam, desto stärker wurde sein Geruch, bis ich sicher sein konnte, dass ich auf der richtigen Fährte war. Als ich Hasso dann tatsächlich vor Kalles Haus entdeckte, war ich überrascht. Weniger ihn zu sehen, als darüber, dass er allein war. Ich suchte mir ein Versteck, von dem aus ich Hasso gut beobachten konnte. Ich war gespannt, was er tun würde. Wenig anders zu erwarten, tat er gar nichts. Er saß einfach nur da und guckte blöd aus dem Fell. Erst beim näheren Hinsehen ging mir auf, was da vor sich ging. Hasso war mit seiner Lein an einen Baum angebunden. Wie entwürdigend! Er wartete also auf sein Herrchen. Kurz darauf erschien der Linke auch. Er kam aus einer kleinen Gasse gleich neben Kalles Haus. Allerdings schien er sich mehr für das Haus als für seinen Hund zu interessieren. Er beachtete ihn gar nicht, sondern ging ein oder zweimal vor dem Haus auf und ab, wie er es schon bei den anderen Häusern getan hatte. Dabei nahm er mehrmals dieses schwarze Ding, die Kamera, vor sein Gesicht. Schließlich ging er zurück zu Hasso und band ihn los. Ohne nach links oder rechts zu sehen, liefen die beiden davon. Das ging so schnell, dass ich sie beinahe wieder verpasst hätte. Doch dieses Mal wäre es nicht so schlimm gewesen. Ohne Umwege kehrten sie zurück zu Friedhelms Haus, in dem sie nun ja auch wohnten und verschwanden darin. Ich blieb noch eine Weile in meinem kleinen Versteck vor dem Haus sitzen und überlegte. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich war zwar stolz darauf, dass sich Hasso und sein Herrchen wieder aufgespürt hatte, nachdem ich sie im Park verloren hatte, nur hatte mich das nicht sonderlich weitergebracht. Der Linke war ein paar Mal vor Kalles Haus auf und ab gegangen, während Hasso auf ihn wartete. Das war nicht gerade aufregend. Auch die Sache mit der Kamera war keine heiße Spur. Trotzdem sagte mir eine innere Stimme, dass ich eine bedeutende Entdeckung gemacht hatte. Nur welche? Ich musste abwarten. Ein guter Detektiv muss Geduld haben. Auf dem Rückweg zum Garten hatte ich ein klein wenig gehofft, auf meine Ernährer zu treffen. Die paar Häppchen, die ich im Park ergattert hatte, waren gerade mal für den hohlen Zahn gewesen. Meinen Hunger hatten sie längst nicht gestillt. Leider wurde ich enttäuscht. Nur meine Gartenzwerge warteten treu und schweigend auf mich. Um so glücklicher war ich, als ich in einer Ecke meiner Behausung ein Häuflein dieser kleinen, rundenen Leckereien fand, die meine Ernährer Hundekuchen nannten. Selten haben sie mir besser geschmeckt. So schlief ich schließlich ein, zwar immer noch nicht ganz satt, aber einigermaßen zufrieden. Immer ne, da bist du ja wieder tausend schön. Ich kann Friedhelm wirklich gut leiden, aber wenn er mich mit seiner lauten Stimme aus meinen Träumen reißt, könnte ich ihn beißen. Ich war vor Schreck wahrscheinlich in die Höhe gesprungen und sah mich verstört um. Du hast ihn wohl geweckt, Friedhelm, meinte Steffi. Guck mal, wie der guckt, rief Radieschen. Wie soll der schon gucken, meinte Kalle. So guckt er doch immer, wenn er gepennt hat. Alle meine Ernährer gaben sich also die Ehre, mich zu besuchen. Hoffentlich hatten sie mir etwas zu essen mitgebracht. Das war wohl das Mindeste, was ich verlangen konnte, nachdem sie mich so unsanft geweckt hatten. Doch im gleichen Augenblick verging mir der Appetit schon wieder. Sieh mal tausend schön, strahlte Friedhelm. Wir haben jemanden mitgebracht. Und tatsächlich, da stand er in voller Lebensgröße. Hasso. Kalle hatte ihn an der Leine. »Hallo, mein Freund«, säuselte er mit süßer Stimme. »Schön, daß ich dein wunderschönes Heim auch mal zu sehen bekomme.« »Du musst gar nicht so zu schleimen«, erwiderte ich. »Bei mir funktioniert das nicht, und außerdem ist mein Heim nicht wunderschön, es ist praktisch. Und das ist das Wichtigste.« Wieder einmal mußte ich mir Hassos grässliches Lachen anhören. »Hä, hä, 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 praktisch. Ich würde nicht eine Sekunde noch nicht verbringen.« Konnte mich gerade noch zurückhalten. Beinahe hätte ich ihm all die Dinge vorgeworfen, die er mit sich machen ließ und die ich am Morgen beobachtet hatte. Doch bevor ich nicht ganz genau wußte, was er und sein Herrchen bei Kalle zu suchen hatten, wollte ich ihn, solange es ging, in Sicherheit wiegen. »Warum haben sie dich mit dir hergeschleppt?« fragte ich ihn stattdessen. »Was werden sie dir gleich sagen?« antwortete Hasso und sah sich weiter in meinem Garten um. Es war fast so, als nehme er ihn Stück für Stück in Besitz. Ich spürte, wie mir die Wut bis in die Ohren und die Schwanzspitze stieg. »Guck mal, Hasso«, sagte Kalle und zog ihn an der Leine in die Richtung meiner Hütte. »Da wohnt Tausendschön.« »Und was tat dieser unverschämte Schuft von Hasso? Er lief ohne zu zögern in meine Behausung, in mein kleines, privates Reich.« »Hast du die Gartenzwerge gesehen?« fragte Friedhelm, als Hasso endlich wieder herauskam. »Das sind Tausendschöns Freunde.« Hasso sah Friedhelm an. »Warum fragst du mich dauernd, du Blödmann?« Sie wollte Hasso schon die passende Antwort geben. Da ließ Kalle mich aufhorchen. »So, nun hast du Tausendschöns Zuhause genug bewundert. Können wir jetzt vielleicht endlich mit der Arbeit anfangen? Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier.« »Äh, Mann, muss das wirklich sein?« »Aber das haben wir doch besprochen,« sagte Radieschen. »Und nun machen wir es auch.« »Genau,« lichtete Steffi ihrem Bruder bei. »Wir wollen schließlich sehen, was Tausendschön drauf hat.« Ich sah von einem zum anderen und fragte mich, was um alles in der Welt sie damit meinten. Kalle plusterte sich auf. »Also gut, Schluss mit der Diskussion. Ich werde die Kommandos geben, und wer von den beiden die Übungen besser ausführt, der ist auch der bessere Detektivhund.« Siebtes Kapitel. Meine Ernährer enttäuschen mich. »Das meint er doch nicht ernst, oder?« schrie ich Hasso an. »Oh, doch. Er meint es sogar sehr ernst. Sie haben alles genau besprochen, wie Radieschen gesagt hat. Ich war dabei.« »Natürlich, er war dabei. Wenn es so weiterging, würde er bald im Bett meiner Ernährer schlafen.« »Was sollte ich nur tun?« »Ich musste es so drehen, dass ich meinen Stolz bewahrte und trotzdem meine Ernährer für den Augenblick zufriedenstellte.« »Wenn ich Hasso erst los war, würden sie bestimmt von alleine mit aufführen.« Kalle baute sich vor Hasso auf. »Mach, Männchen, Hasso!« Ohne zu zögern tat Hasso, wie ihm geheißen. »So ein Waschlappen!« »Sehr gut, Hasso«, sagte Kalle zufrieden und tätschelte seinen Hals. Dann drehte er sich zu mir um. »Mach, Männchen, Tausendschön.« Ich reichte ihm meine linke Vorderpfote. »Nein, nicht Pfötchen geben, Tausendschön. Männchen!« Kalle schüttelte den Kopf. »Das zählt nicht.« »Immer ne. Und ob das zählt, ist doch völlig egal, ob Männchen oder Pfötchen. Er hat auf jeden Fall etwas gemacht. Das hat er sonst nie getan. Außerdem hört sich das fast gleich an.« »Friedhelm hat recht,« sagte auch gar nicht schlecht. Kalle hob die Arme. »Also gut, also gut. Ich gebe ihm einen halben Punkt, aber mehr nicht.« Kalles nächstes Kommando ließ nicht lange auf sich warten. »Hasso, gib Pfötchen!« Hasso reichte ihm erst die linke und dann die rechte Vorderpfote. Warum nicht auch gleich die Hinterpfoten? Logischerweise machte ich Männchen, als Kalle mir das gleiche Kommando gab. »Siehst du,« rief Friedhelm. »Er hat es nur falsch verstanden. Vielleicht hört er ja schlechter als Hasso.« »Klar hört er schlechter als Hasso,« sagte Steffi. »Er hat ja auch ein halbes Ohr weniger.« »Ey, Mann, ey, sehr komisch. Ich bestehe darauf, dass Tausendschön die gleiche Punktzahl erhält wie Hasso.« »Mein Friedhelm, eine Kämpfernatur. Ich wusste es ja schon immer.« »Nichts da,« rief Kalle. »Er bekommt wieder einen halben Punkt.« »Dann stimmen wir ab. Schließlich bist du nicht alleine hier.« Kalle zuckte mit den Schultern. »Meinetwegen. Wer ist also dafür, dass Tausendschön und Hasso die gleiche Punktzahl bekommen?« Im gleichen Augenblick war Friedhelms Hand oben. Steffi zögerte noch, während Radieschen seine Schwester ansah. Als sie dann die Hand hob, tat er es auch. »Ich hätte mich vor Vergnügen im Dreck fälzen können. Diesem Blödmann von Hasso würde ich es schon zeigen.« Ich stellte mich dicht vor ihn hin. »Na, was sagst du nun, du Angeber?« »Warten wir es ab. Noch ist es nicht vorbei.« »Ich finde das zwar nicht richtig,« sagte Kalle mit säuerlichem Gesicht, »aber ich beuge mich der Mehrheit. Jetzt kommen wir sowieso zum schwierigeren Teil.« »Hasso sucht die Fährte.« Sofort klebte Hasso's Nase am Boden und er lief durch die Gemüsebeete, als würde er tatsächlich etwas riechen. »Du brauchst gar nicht so anzugeben,« rief ich ihm zu. »Du würdest einen Menschen noch nicht einmal erkennen, wenn er dir seinen Schweißfuß vor die Nase hält.« »Das ist eindeutig ein Punkt,« rief Kalle. Die anderen widersprachen nicht. »Die Menschen haben wirklich keine Ahnung. Nur weil ein Hund mit der Nase am Boden herumläuft, findet er noch lange keine Spur.« »So, und nun du, Tausendschön,« hörte ich Kalle sagen. »Such die Fährte. Ich hatte mir schon vorher überlegt, was ich in dem Fall tun wollte. Lief zunächst ein wenig zwischen meinen Ernährern herum, um die Spannung zu erhöhen. Dann suchte ich mir eine schöne Stelle und begann, den Boden aufzukratzen.« »Das war ja wohl nichts,« lachte Kalle. »Dieses Mal brauchte Frieden mich gar nicht zu verteidigen. Das übernahm Radieschen. Und ob? Er kann eine Fährte doch auch unter der Erde suchen, wenn zum Beispiel etwas vergraben wurde.« Kalle kratzte sich auf dem Kopf herum. »Also gut,« sagte er schließlich, »das kann man gelten lassen.« Friedhelm beugte sich zu mir herunter. »Nur noch eine Übung, Tausendschön. Das machst du schon.« »Noch eine Übung also.« »Wir kommen jetzt zur letzten Übung,« rief Kalle, als hätten wir, wer weiß wie viele Zuschauer. »Stöckchen apportieren.« »Nein, nein, nicht das. Bitte nicht. Das ist zu viel.« »Was willst du denn?« fragte Hasso. »Das ist doch das Einfachste. Du holst nur das Stöckchen wieder, das er fortgeworfen hat, und legst es ihm vor die Füße.« »Ich weiß, wie das funktioniert, du Weichei,« schrie ich ihn an. »Aber ich mach das nicht. Alles. Aber nicht das.« »Dann hast du ihm verloren,« sagte Hasso nur und holte den Stock zurück, den Kalle quer durch den Garten geworfen hatte. Fieberhaft überlegte ich, wie ich an der Übung vorbeikommen konnte und trotzdem einen Punkt bekam. Mir fiel nichts ein. In mir stieg eine Wut hoch, wie ich sie selten gefühlt habe. »Los, tausend schön, oder Stöckchen?« Ich lief zu ihm und pinkelte ihm ans Bein. »Tausend schön, du altes Schwein, was machst du denn da?« schrie er und hüpfte auf einem Bein durch den Garten. »Jetzt hat er aber verloren.« Ich sah zufriede im Steffi und Radieschen. In ihren Gesichtern war deutlich zu erkennen, dass sie ihm Recht gaben. »Eigentlich hätte tausend schön dafür ja einen Sonderpunkt verdient,« grinste Steffi. »Aber trotzdem hat Hasso wohl gewonnen.« »Ey, Manni, ja und? Was soll das beweisen?« »Dass Hasso der bessere Detektivhund ist,« antwortete Kalle, während er versuchte, sein Bein mit Gras trocken zu reiben. »Meinetwegen,« rief Frithelm. Seine Stimme wurde immer lauter. »Soll er doch der bessere Detektivhund sein. Mir ist er trotzdem lieber als Hasso.« Steffi schüttelte den Kopf. »Ich weiß auch nicht. Mir kommt tausend schön irgendwie cleverer vor.« »Da hast du es,« rief ich. »Sie hat den Durchblick.« »Du brauchst dich gar nicht anzustrengen,« sagte Hasso mit einem widerlich eingebildeten Unterton. »Noch ein paar Tage, und ich habe sie alle soweit. Du wirst sehen.« »Ich bin dafür, dass Hasso von nun an Mitglied bei Kalle und Co. ist,« sagte Kalle. »Ämle, spinnst du? Und tausend schön? Willst du den etwa hinauswerfen?« Kalle zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Auf jeden Fall will ich Hasso aufnehmen.« »Wir könnten sie doch beide aufnehmen,« schlug Radieschen vor. »Es kann doch nichts laden, zwei Hunde zu haben.« »Da ist was dran,« sagte Kalle. »Hasso bekommen wir ja sowieso nur ab und zu. Wenn er nicht da ist, kann tausend schön seinen Job übernehmen, als Ersatz sozusagen. Was sagt er dazu?« »Stiffi und Radieschen sahen sich an und nickten.« »Und was ist mit dir, Friedhelm?« Ich sah, wie Friedhelm mit sich kämpfte. Doch dann fiel er um. »Also gut, meinetwegen.« »Hauptsache tausend schön darf weiter bei Kalle und Co. mitmachen.« »Ich fasste es nicht. Ich konnte nicht glauben, was ich da vor meiner Nase abspielte.« »Gut,« meinte Kalle zufrieden. »Dann ist es also beschlossene Sache.« »Das wurde aber auch Zeit,« stöhnte Steffi. »Ich muss noch Hausaufgaben machen. Außerdem sollen wir Hasso noch vor dem Abendessen nach Hause bringen.« »Das ist der Anfang von deinem Ende,« rief Hasso mir zu, während Kalle ihn an seiner Leine aus dem Garten zog. »Ich besuche dich morgen tausend schön,« rief Friedhelm mir vom Gartentor aus zu. Das tröstete mich wenig. Wohl mir aus, konnte er zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, wie lange ich noch auf dem Gartenweg saß und das Tor anstarrte, obwohl meine Ernährer und Hasso längst fort waren. Das war nur geschehen. Hasso hatte wiedergewonnen, obwohl ich dieses Mal doch vorbereitet war. Stück für Stück nahm er mir meine Ernährer weg. Nur Friedhelm hielt noch zu mir, aber wer weiß, wie lange noch. Irgendwann würde Hasso es sicher noch schaffen, ihn auch auf seine Seite zu ziehen. Ich wurde immer wütender, wenn ich daran dachte, wie Kalle sich eingestellt hatte, als Friedhelm ihn damals gefragt hatte, ob ich nicht auch in seiner blöden Detektivwande mitmachen dürfe. Schließlich hatte er sich großzügig bereit erklärt, mich als halbes Mitglied aufzunehmen. Und Hasso? Da war überhaupt nicht mehr von halber Mitgliedschaft die Rede. Er wurde gleich ohne Wenn und Aber aufgenommen. Und ich sollte Hasso vertreten, wenn der nicht da war. Ich, Vertreter von Hasso, es war nicht zu glauben. Mit düsteren Gedanken verzog ich mich in meine Hütte zu meinen Freunden. Irgendwann schlief ich ein. Es wurde eine unruhige Nacht. Ich träumte allerlei wirres Zeug. Es war ein Durcheinander von Erinnerungen an die kleinen und großen Abenteuer, die ich mit meinen Ernährern schon erlebt hatte. Ich träumte von meiner ersten Begegnung mit Friedhelm, von Madeleine und von den wilden Zeiten auf der Straße. Doch immer wieder erschien Hasso in diesen Träumen, um mir mein Leben zu vermiesen, mir meine Freunde wegzunehmen und mir meine große Liebe auszuspannen. Als ich endlich aufwachte, fühlte ich mich, als hätte ich die letzten vier Wochen im Tierheim verbracht. Ich kroch aus meiner Hütte. Ich hob mein bestes Stück in den Wind und atmete tief durch. Was ich roch, war der Duft der Freiheit. Und die würde ich mir von niemandem nehmen lassen. Von meinen Ernährern nicht und auch nicht von Herrn Linke und erst recht nicht von Hasso. Ich fasste einen Entschluß. Ich würde zurück auf die Straße gehen. Heute noch. Jetzt gleich. Achtes Kapitel Eine letzte Chance für meine Ernährer Als ich mich von meinen schweigsamen Freunden verabschiedet hatte und vom Gartentor aus einen letzten Blick auf mein gemütliches Zuhause warf, tat mir mein Entschluß schon fast wieder leid. Doch es musste sein. Bevor ich verjagt wurde, ging ich lieber selber. Beinahe ohne es zu wollen, schlug ich den Weg zu Friedhelms Haus ein. Er war der einzige, den ich wirklich vermissen würde. Er hatte bis zum Schluss zu mir gehalten. Ich wollte ihn noch einmal sehen, bevor ich endgültig ging. Doch wieder kam es anders, als ich es mir gedacht hatte. Als ich von meinem Versteck aus das Haus beobachtete, hatte ich mit Friedhelm gerechnet. Es musste etwa die Zeit sein, zu der er zu mir aufbrach, um mir mein Frühstück zu bringen. Doch nicht er kam aus der Tür, sondern Hasso und Herr Linke. Was wollten die denn so früh auf der Straße? Am Tag zuvor hatte ich doch lange auf sie warten müssen. Da waren sie wieder. Meine Instinkte. Was hatte ich zu verlieren? Ob ich nun jetzt zurück auf die Straße ging oder später, war schließlich nicht so wichtig. Einen Augenblick zögerte ich noch. Dann lief ich den beiden nach. Anders als am Tag zuvor und auch anders als beim ersten Mal, als ich die beiden verfolgt hatte, gingen sie sehr zielstrebig und noch viel schneller die Straße entlang. Ich hatte sogar manchmal Mühe, ihnen zu folgen. Doch bald schon hätte ich sie weder riechen noch sehen müssen, um zu wissen, wohin sie gingen. Sie waren auf dem Weg zu Kalles Haus. Bei allem Elend hätte ich beinahe gelacht. Meine Beschattungsaktionen spielten sich nur zwischen Friedhelms Haus und Kalles Haus ab. Ich hätte mir das Herumrennen genauso gut sparen können. Wenn ich an einem von den beiden Orten wartete, würden Hasso und Herr Linke früher oder später dort auftauchen. Doch dann wurde doch alles ganz anders als an den anderen Tagen. Als Hasso und sein Herrchen an Kalles Haus angekommen waren, sah sich Herr Linke prüfend um und band Hasso wieder an dem Baum fest. Er ging ein paar Mal auf und ab. Nachdem er auch noch über die Mauer gesehen hatte, die das Haus umgab, ging er zurück und drückte auf den kleinen Knopf neben der Tür. Ich hörte das Läuten bis in mein Versteck. Was er wohl von Kalle wollte? Vielleicht sollte er wieder auf Hasso aufpassen? Doch das konnte nicht sein. Kalle war mit Friedhelm und den anderen in der Schule. Nachdem es Herr Linke ein paar Mal mit dem Knopf versucht hatte, klopfte er sogar an die Tür. Merkte er denn nicht, dass niemand zu Hause war? Da war er noch dämlicher als sein Hund. Endlich gab er es auf und ging zu Hasso zurück. Er band ihn jedoch nicht los, sondern beugte sich zu ihm herunter und sprach mit ihm. Ich stellte den Rest meiner Ohren auf und lauschte. Undeutlich konnte ich einige Worte verstehen. Es hörte sich an wie »Ich komme gleich wieder« und »Schön aufpassen«. Hasso sollte also aufpassen, während Herr Linke fort war. Nur wohin wollte er gehen? Als ich dann sah, was er tat, blieb mir beinahe das Herz stehen. Er ging zurück, am Tor vorbei, in den Garten und verschwand dann hinter dem Haus. Was wollte er da? Ich musste kein großer Detektiv sein, um zu erkennen, dass da etwas nicht stimmte. Ohne dass Hasso mich sehen konnte, schlich ich zu der Mauer, die um Kalles Haus herumgebaut war. Ich merkte schnell, dass ich nicht hinübersehen konnte. Sie war zu hoch für mich. Ich sprang in die Höhe, um vielleicht so einen Blick auf die Rückseite des Hauses zu haschen. Doch so sehr ich mich auch anstrengte, ich schaffte es nicht. Nur, wenn ich durch das Tor in den Garten gelaufen wäre, hätte ich sehen können, was Herr Linke dort trieb. Doch das war nicht möglich, denn dann hätte ich an Hasso vorbeigemußt. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als zurück zu meinem Versteck zu gehen, um von dort aus die weiteren Geschehnisse zu beobachten. Es dauerte eine ganze Weile, bis Herr Linke sich wieder blicken ließ. Er sah sich noch einmal um, dann band er hasselos, und die beiden liefen schnell in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Ich folgte ihnen nicht. Bestimmt gingen sie wieder zurück nach Hause. Sogar von meinem Versteck aus konnte ich sehen, wie zufrieden Herr Linke mit sich war. Er lächelte und summte leise vor sich hin. Das, was er dort hinter dem Haus hatte tun wollen, mußte ihm wohl gelungen sein. Ich wußte zwar nicht, was das gewesen war, aber dafür war ich mir sehr sicher, dass es etwas gewesen war, das weder Kalle noch seine Eltern gewollt hatten. War mir gelungen, was Kalle immer versuchte? War ich einem Verbrecher auf die Spur gekommen? Meine Instinkte hatten mich nicht im Stich gelassen. Dieses Mal war ich mir jedoch nicht sicher, ob ich mich darüber freuen sollte. Ich wollte doch wieder auf die Straße zurück, meine treulosen Ernährer verlassen. Sollten sie doch selber sehen, was sie sich mit Hasso eingehandelt hatten. Andererseits hatte ich endlich etwas gefunden, was Hasso und sein Herrchen möglicherweise entlarvte. Herr Linke war nicht besser als sein Hund. Dass man als Mensch nicht in die Gärten anderer Menschen schleicht, wenn die nicht zu Hause waren, wußte sogar ich. Wenn meine Ernährer das herausfanden, würden sie Hasso bestimmt nicht mehr als Detektivhund haben wollen. Sie würden ihn fortjagen und ich könnte mein schönes Leben ungestört weiter fortführen. Während ich ziellos durch die Straßen lief, überlegte ich fieberhaft, was ich tun sollte. Plötzlich merkte ich, dass ich mich, ohne es beabsichtigt zu haben, auf dem Weg zurück zum Garten befand. Das machte mir meine Entscheidung leichter. Meine Ernährer sollten noch eine Chance bekommen. Ich würde bleiben. Zumindest würde ich noch einmal versuchen, den wahren Charakter von Hasso und seinem Herrchen aufzudecken. Manchmal bekommt man Hilfe von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hätte. Dieses Mal war es Kalle. Pünktlich erschienen Steffi und Radieschen, um mich zu versorgen. Während ich noch aß, kam auch Friedhelm. Er setzte sich gleich zu mir und streichelte mich. »Ey, Malle, hätte ich mich bloß nicht auf diesen blöden Wettbewerb eingelassen. Tausendschön als Vertreter von Hasso, so ein Quatsch!« Er sprach mir aus der Seele. »Mich finde es ja auch irgendwie blöd,« gab Radieschen zu. »Aber du musst doch zugeben, dass Hasso ein toller Hund ist, der macht alles, was man ihm sagt.« Steffi nickte. »Das stimmt schon, aber ist das nicht auch langweilig? Mit Tausendschön war es immer irgendwie aufregender und lustiger. Man weiß bei ihm doch nie, was er als nächstes anstellt.« »Ey, Malle, genau!« rief Friedhelm. »Wisst ihr noch, wie wir ihn auf unsere Klassenfahrt mitgenommen haben?« Gerade wollten die drei schöne Erinnerungen austauschen, da erschien Kalle auf der Bildfläche. Ihm war schon von Weitem anzusehen, dass er sehr aufgeregt war. Außerdem meldete mein bestes Stück, dass Kalles Geruch stärker war als sonst üblich. Ich wusste gleich, dass etwas Aufregendes geschehen war.« Das erkannten auch die anderen Ernährer. »Ey, Malle, was ist denn mit dir los? Bist du einem Gespenst begegnet?« Kalle keuchte, als wäre er den ganzen Weg zum Garten gerannt. »Mensch, Friedhelm, das ist gar nicht so weit hergeholt. Echt!« »Hast du wirklich ein Gespenst gesehen?« fragte Radieschen ängstlich. »Ach Quatsch, aber bei uns zu Hause hat jemand eingebrochen.« »Was?« riefen Steffi, Radieschen und Friedhelm wie aus einem Munde. »Ein Einbruch bei euch?« »Ey, Malle, so richtig? Türen aufgebrochen, Schmuck und Geld geklaut?« »Ach ja, jetzt fiel es mir wieder ein. Wenn ein Mensch in das Haus eines anderen geht und etwas wegnimmt, das ihm nicht gehört, ist das ein Einbruch.« Kalle hatte davon erzählt. »Es muss heute tagsüber passiert sein,« rief Kalle. »Stellt euch vor, am helllichten Tag.« Plötzlich machte es Klick in meinem Kopf. »Warum hatte ich nicht gleich daran gedacht? Mir blieb vor Aufregung fast das Herz stehen.« »Herr Linke, das hatte er also heute Morgen dort gemacht. Er war in Kalles Haus eingebrochen.« »Ihm, Kalle, warum pfeifst du denn tausend schön? Warum bist du so aufgeregt? Hast du etwa verstanden, was Kalle gesagt hat?« »Was erzählst du denn da, Friedhelm?« rief Steffi. »Seit wann können Hunde unsere Sprache verstehen? Wahrscheinlich spürt er nur, dass etwas Aufregendes vor sich geht.« »Was ist denn gestohlen worden?« wollte Radieschen wissen. »Das ist es ja gerade, was die ganze Sache noch viel unheimlicher macht. Nichts! Es ist absolut nichts weggekommen. Ich habe alles genau nachgeprüft. Meine Mutter hat auch gesagt, dass sie nichts vermisst.« »Und wie ist der Einbrecher hereingekommen?« fragte Friedhelm. »Hatte die Türen aufgebrochen oder die Fenster?« Kalle schüttelte den Kopf. »Das ist noch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Alle Fenster und Türen waren verschlossen. Und nicht der kleinste Kratzer ist daran zu sehen. Das Badezimmerfenster stand allerdings offen, aber das hat meine Mutter aufgemacht, bevor sie fortging.« Steffi stemmt ihre Fäuste in die Hüften. »Sag mal, Kalle, spinnst du oder was? Es ist nichts gestohlen worden und alle Türen und Fenster waren geschlossen. Oder ihr habt sie selbst geöffnet. Woher zum Kuckuck willst du dann wissen, dass eingebrochen wurde?« »Es gibt uns Horrorgeschichten von einem Einbruch am helligen Tag. Und dann ist das nur wieder eine deiner Spinnereien.« »Spinnereien?« kreischte Kalle. »Das ist keine Spinnerei. Ich habe Indizien. Nein, ich habe Beweise.« »Und welche Beweise sind das?« fragte Steffi. Ihrem Gesicht war deutlich anzusehen, dass Sie, Kalle, schon längst nicht mehr ernst nahmen. Ich war allerdings ganz anderer Meinung. Auch wenn es mir schwer fiel, ich musste Kalle ausnahmsweise einmal Recht geben. Schließlich hatte ich Herrn Linke um das Haus schleichen sehen. Trotzdem war ich neugierig darauf, woran Kalle gemerkt hatte, dass jemand in dem Haus gewesen war. Alle, auch ich, sahen ihn erwartungsvoll an. Doch plötzlich druxte er herum. »Na ja, es ist nämlich so. Ich habe Fäden gespannt.« Steffi riss die Augen auf. »Was hast du?« »Ich habe Fäden gespannt. Das machen die Detektive immer. Im Fernsehen. Wenn sie wissen wollen, ob jemand während ihrer Abwesenheit in ihrer Wohnung war, spannen sie dort dünne Fäden. Wenn die durchgerissen sind, war jemand da.« »Ähm, Mann, ey. Die können doch sonst wer durchgerissen haben. Wahrscheinlich sogar du selber.« »Das ist ausgeschlossen,« rief Kalle. »Ich überprüfe die Fäden immer genau, bevor ich aus dem Haus gehe.« »Dann waren das vielleicht deine Eltern,« meinte Radieschen. »Nein,« kreischte Kalle verzweifelt. »Bestimmt nicht, glaub mir. Ich habe sie dort aufgespannt, wo meine Eltern selten hingehen. Und ich passe immer auf, dass ich sie nicht zerreiße. Außerdem sind die Fäden nicht mein einziger Beweis.« »Ey, Mann, ey, was denn noch?« »Eine Fußspur auf dem Teppich. Sie ist sehr undeutlich. Nur ein geschultes Auge kann sie erkennen. Sie hat sogar ein charakteristisches Merkmal. Die Sohle muss ein Loch in der Mitte haben.« Steffi tippte sich mit dem Finger an die Stirn. »Du hast auch ein Loch, Kalle. Aber da oben.« »Ey, Mann, ey, vielleicht waren das ja wirklich Geister. Die brauchen die Türen nicht aufzubrechen. Die schweben einfach durch die Wand.« »Möglicherweise waren das auch die Heinzelmännchen,« sagte Radieschen und grinste seine Schwester an. »War die Wohnung denn irgendwie sauberer als vorher, Kalle?« Steffi lachte laut auf, und auch Radieschen und Friedhelm hielten sich schon den Bauch vor Lachen. »Und ein Heinzelmännchen hat sich die Füße nicht abgeputzt und ist auf dem Teppich herumgelaufen. Das mit dem Loch im Schuh.« »Ey, Mann, ey, vielleicht waren es ja auch tausend schönes Gartenzwerge. Die sehen doch so ähnlich wie Heinzelmännchen aus. Sollen wir mal nachsehen, ob einer eine Sohle mit einem Loch hat?« Ich fand das nicht sehr witzig. Kalle sagte doch die Wahrheit. Nun waren sie endlich einmal einem echten Fall auf der Spur, und keiner merkte es. Außer Kalle und mir. Kalle war inzwischen knallrot angelaufen, während die anderen noch prusteten und kicherten, als wären sie von Sinnen. Was bei mir das Pfeifen ist bei den Menschen, die Gesichtsfarbe. »Ihr seid saublöd, wisst ihr das? Wenn ihr mir nicht glauben wollt, dann kommt doch mit, ich zeige es euch.« »Au ja«, rief Steffi, »das will ich sehen. Vielleicht erwischen wir ja noch eins der Heinzelmännchen. Dann frage ich es, ob es nicht mein Zimmer aufräumen kann.« Kalle warf Steffi einen vernichtenden Blick zu, drehte sich um und stapfte davon. »Ey, Mann, ey, sollen wir tausend schön mitnehmen? Vielleicht kann er ja die Fährte der Heinzelmännchen aufnehmen.« »Macht doch, was ihr wollt«, rief Kalle, ohne sich umzusehen, und stiefelte weiter. Ohne es zu wissen, hatte Friedhelm mich auf eine Idee gebracht. »Genau, das war es.« »Ich wusste ja nur zu gut, wo die Übeltäter wohnten. Es war so kein Problem, meine Ernährer auf die richtige Spur zu bringen. Die würden sich wundern.« »Schon nach kurzer Zeit bemerkte ich, dass Kalle den falschen Weg einschlug. Sein Haus lag in einer ganz anderen Richtung. Trotzdem lief er unbeirrt ein paar Dackellängen vor uns anderen her. Selbst meine Ernährer hatten genug Orientierungssinn, um zu merken, dass wir nicht auf dem Weg zu Kalles Haus waren. Sie liefen ein wenig schneller, um ihn einzuholen. »Ey, Mann, ey, wo willst du denn hin? Ich denke, wir gehen zu dir nach Hause.« »Gehen wir ja auch,« brummte Kalle. »Später. Zuerst holen wir den Hund.« »Hund? Der meinte doch wohl nicht Hasso.« »Meinst du Hasso?«, fragte Steffi. »Sicher meine ich den. Tausend Schönen haben wir ja schon dabei, aber ich will sicher gehen, dass wir einen Hund dabei haben, der die Spur auch aufnehmen kann, solange sie noch frisch ist.« Gerade war mir Kalle ein wenig sympathischer geworden, weil er als einziger verstanden hatte, was wirklich vorgefallen war, da verscherzte er sich wieder alles. »Du weißt doch gar nicht, ob wir ihn bekommen,« meinte Radieschen. »Das werden wir ja sehen,« sagte Kalle nur und lief noch etwas schneller. »Bei meinem Glück in der letzten Zeit wunderte ich mich nicht darüber, dass der linke Hasso tatsächlich mit meinen Ernährern gehen ließ. Jedenfalls kamen Kalle, Steffi und Radieschen schon nach kurzer Zeit mit ihm aus der Tür. Friedhelm hatte vor dem Haus gewartet, weil ich nicht mit hinein durfte. »Was soll das denn werden?«, fragte Hasso. »Wir gehen zu Kalles Haus. Kannst du dir nicht denken, was wir da wollen?« »Nee, wieso?« »Weil wir dich des Einbruchs überführen werden,«, sagte ich und stellte mit Schrecken fest, dass ich schon wie Kalle redete. »Kannst du dich nicht mal deutlicher ausdrücken, du Müllschlucker?«, giftete Hasso mich an. »Du warst doch heute an Kalles Haus, und dein Herrchen ist hineingegangen, obwohl er es nicht durfte. Das nennt man Einbruch.« »Jetzt hatte ich ihn.« Er stellte verschreckt die Ohren auf. »Woher weißt du das?« »Ich habe euch zufällig beobachtet,« log ich. »Zufällig? Wahrscheinlich hast du deine Mülltonnen herumgewühlt.« »Du wirst schon sehen. Ich werde meine Ernährer auf die richtige Spur bringen. Wenn dein sauberes Herrchen erst einmal eingesperrt ist, kannst du sehen, wo du bleibst. Dann wirst du noch froh sein, wenn du eine Mülltonne findest, in der du wühlen kannst.« Hasso hatte sich wieder gefangen. Er lachte laut auf. »Wie will ein blöder Hund noch blödere Menschen auf die richtige Spur bringen?« Ich sagte nichts mehr. Sollte er sich ruhig in Sicherheit wiegen, der würde sich noch wundern. Als wir endlich zu Kalles Haus kamen, liefen meine Ernährer einträchtig nebeneinander her. Kalles Gesicht hatte inzwischen wieder eine normale Farbe angenommen. Die anderen lachten auch nicht mehr. »Ist deine Schwester zu Hause?« fragte Radieschen ängstlich, als sie vor der Haustür standen. »Keine Angst, die Luft ist rein, außerdem ist sie seit unserem Klassenausflug gar nicht mehr so schlimm.« Drinnen sah sich Steffi neugierig um. »Ich sehe nichts Verdächtiges, nur der Fußboden glänzt so schön,« sagte sie, während Radieschen und Friedhelm hinter vorgehaltener Hand kicherten. Ohne darauf einzugehen, lief Kalle auf eine Tür zu, bückte sich und hob mit spitzen Fingern etwas auf. Bei genauem Hinsehen war ein dünner, weißer Faden zu erkennen. »Ein Stück Nähgarn,« sagte Steffi. »Das haben die Heinzelmännchen wohl übersehen. Die sind auch nicht mehr, was sie einmal waren.« »Jetzt reicht es mir aber,« schrie Kalle sie an. Steffi hob sie Hände. »Ist ja schon gut, reg dich nicht auf, war nur ein kleiner Scherz.« Kalle schnorfte. »Mindest vier Fäden sind durchgerissen. Das kann doch kein Zufall sein.« Meine restlichen Ernährer sahen sich mit einem vielsagenden Blick an. »Und was ist mit dem Fußabdruck?« fragte Radieschen. Zielstrebig lief Kalle auf ein Fenster zu und legte sich davor auf den Teppich. »Kommt her,« rief er den anderen zu. »Man kann es nur sehen, wenn man sich hinlegt und von der Seite guckt.« Riethelm, Radieschen und Steffi legten sich seufzend neben Kalle und guckten von der Seite. Hasso und ich sahen ihn über die Schulter. »Immer ne, da ist tatsächlich ein bräunlicher Fleck.« Kalle war gleich wieder oben auf. »Genau. Und siehst du die helle Aussparung in der Mitte? Eine Schuhsohle mit einem Loch.« »Oder da ist mal ein Donut hingefallen,« meinte Steffi. Hasso sah mich an. »Sag mal, ich bin dein Ernährer.« »Wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich ihm kaum widersprechen können.« »Die spinnen überhaupt nicht,« sagte ich aber stattdessen. »Das wirst du schon bald merken.« »Hasso, bei Fuß,« unterbrach uns Kalle. »Man, der nervt vielleicht,« stöhnte Hasso, trottete zu Kalle und sah ihn mit treuem Blick an. Den hatte er wirklich gut drauf. Das musste ihm der Neid lassen. Kalle kniete sich neben Hasso auf den Boden und zeigte auf den Fleck. »Da, Hasso! Such, Hasso! Such! Such den bösen Onkel!« Mir wurde wieder einmal klar, für wie dämlich uns die Menschen halten. Nicht nur, dass sie mit uns redeten, als wären wir noch kleine Welpen. Sie wiederholen auch alles ein paar Mal, wenn sie etwas von uns wollen. »Warum lässt du tausend schön nicht suchen?« rief Friedhelm dazwischen. »Das fragst du noch? Als er das letzte Mal eine Fährte aufnehmen sollte, hat er auf dem Boden herumgekratzt. Das bringt uns hier ja wohl kaum weiter. Oder glaubst du, der Einbrecher liegt unter dem Teppich?« »Hey!« rief Hasso mit zu. »Hast du das gehört? Der glaubt tatsächlich, ich führe ihn zu meinem Herrchen.« Ich antwortete nicht darauf. Ich wußte, dass Hasso nun eine kleine Show abziehen würde, um meine Ernährer zu verwirren. »Meinetwegen.« Ich konnte warten. »Meinen Auftritt würde ich früh genug haben.« Hasso stellte seine Ohren und seinen Schwanz auf und begann schnüffelnd im Zimmer herumzulaufen. »Da, da, es tut sich was!« rief Kalle begeistert. Er sprang auf und rannte hinter Hasso her. Es war erbärmlich. Nach einigen Runden durch das Haus sah Hasso auf. »Ich denke, hier habe ich ihn genug herumgescheucht. Nur werden wir in den Garten gehen.« »Warum ist er denn so oft im Haus herumgelaufen?« fragte Radieschen. »Wahrscheinlich hat er den Weg des Einbrechers verfolgt,« antwortete Kalle ihm. »Du meinst den Einbrecher, der nichts mitgenommen hat,« ergänzte Steffi. Im Garten wiederholte sich das gleiche Spielchen. Nachdem er Kalle kreuz und quer über den Rasen geführt hatte, blieb Hasso vor einem Baum stehen und sprang bellend daran hoch. »Ein Mann, was hat denn das wieder zu bedeuten?« Ich sah förmlich, wie es hinter Kalles Stirn arbeitete. »Vielleicht hat der Einbrecher ja auf einem Baum gesessen und das Haus beobachtet. Als dann alle gegangen waren, stieg er herunter. Dann ist er über den Rasen gelaufen, um zu sehen, ob die Luft auch wirklich rein war. Danach ist er ins Haus eingebrochen.« »Ja, sicher«, rief Steffi. »Vielleicht war es aber auch gar kein Einbrecher, der wie ein Blöder im Haus herumgeirrt ist, um dann doch nichts mitzunehmen. Vielleicht waren es ja auch nicht die Heinzelmännchen oder tausend schönes Gartenzwerge. Vielleicht war es ja ein Eichhörnchen, das Nüsse gesucht hat, die von Weihnachten übrig geblieben sind. »Vielleicht hast du aber auch einfach nur eine Macke, Kalle. Ich gehe jetzt nach Hause. Mir reicht's.« »Stiffi, bitte,« flähte Kalle. »Ich gebe ja zu, dass die Spurensuche noch nicht richtig in Gang gekommen ist. Aber wir müssen Hasso mehr Zeit geben. Bestimmt findet er etwas.« »Also gut«, schnaufte Steffi. »Eine Chance bekommt er noch. Aber nur noch eine.« »Hast du gehört, du Straßenköter?«, rief Hasso mir zu. »Eine Chance bekomme ich noch.« »Na, dann wollen wir deine Ernährer mal etwas auf Trab bringen.« Er hörte auf, an dem Baum herumzuspringen, drehte sich um und rannte durch das Gartentor auf die Straße hinaus. »Ihm nach«, brüllte Kalle. Und schon hetzten meine Ernährer hinter Hasso her. Sie hatten es nicht anders verdient. Ich weiß nicht, wie lange die vier hinter Hasso herrannten. Irgendwann konnten sie ihm nicht mehr folgen. Pustend und schnaufend blieben sie zurück. Hasso rannte einfach weiter. »Wenn ihr mich sucht, ich bin zu Hause, ihr Idioten!«, rief er noch. »Dann war er verschwunden.« Meine schlappen Ernährer brachten zunächst kein Wort heraus. So außer Atem waren sie. »So, ein Mist«, keuchte Kalle endlich. »Wenn wir noch ein wenig durchgehalten hätten, wären wir am Ziel gewesen. Das habe ich im Gefühl.« Friedhelm keuchte noch schlimmer. »Äh, Mann, ey, ich will überhaupt nichts mehr. Meine Lunge platzt gleich. Oh, oh, und meine Knie sind aus Wackelpudding.« Steffi und Radieschen konnten immer noch nicht sprechen. Sie standen nur da und rangen nach Luft. Nun war es soweit. Endlich war ich an der Reihe. Ich wartete noch, bis meine Ernährer wieder einigermaßen normal atmeten. Dann stellte ich, so wie Hasso es auch getan hatte, meinen Schwanz und den Rest meiner Ohren auf und machte mich auf den Weg. »Wo will tausend schön denn hin?«, rief Radieschen. »Ei, Mann, ey, der will uns etwas zeigen. Seht doch, der Schwanz und die Ohren, und wer der uns anguckt.« Kalle hatte die Situation am schnellsten erfasst. Manchmal ist er ja doch zu gebrauchen. »Die Spur«, rief er begeistert. »Bestimmt will er auch die Fährte aufnehmen.« »Und wovon träumst du nachts?«, entgegnete Steffi. »Aber dann folgten sie mir doch, wie es sich für gute Ernährer gehört.« Zehntes Kapitel. Meine Ernährer sind auf der falschen Spur. Ich nahm den kürzesten Weg zurück zu Kalles Haus. Um die Sache glaubwürdiger zu gestalten, musste ich meine Fährtensuche an der Fußspur auf dem Teppich beginnen. Ich lief allerdings nicht so schnell wie Hasso, schließlich sollten meine Ernährer mir gut folgen können. An Kalles Haus angekommen, schnüffelte ich zunächst ein wenig an der Fußspur herum. Da staunte sogar Steffi. »Das gibt es doch nicht. Er macht es tatsächlich.« »Habe ich es euch nicht gesagt?«, rief Friedhelm begeistert. »Habe ich es euch nicht immer gesagt? Tausend schön ist ein super Hund.« Gut, dass der Junge das endlich einmal sagte. Steffi war jedoch gleich wieder skeptisch. »Warten wir es ab. Vielleicht hat er es ja auch nur bei Hasso gesehen. Und nun macht er es nach.« Meine Ernährer stellen meine Geduld immer wieder auf harte Proben. Ich ließ mich jedoch nicht von ihrem Gerede beirren, sondern verfolgte meinen Plan. Nachdem sie begriffen hatten, worum es ging, lief ich schnüffelnd aus dem Haus, durch den Garten und dann auf die Straße. Wieder nahm ich den kürzesten Weg. »Es sieht fast so aus, als wollte er zu dir, Friedhelm,« sagte Radieschen nach einer Weile. »Ey, Mann, was will er denn da?« »Das wollte ich schon dort. Warum verstanden sie nicht endlich, was ich ihnen sagen wollte?« Ich schnüffelte noch etwas heftiger, um der Sache Nachdruck zu verleihen. »Selbstverständlich roch ich nichts. Das war auch gar nicht notwendig. Ich kannte ja mein Ziel.« Als wir die Haustür erreicht hatten, waren meine Ernährer immer noch ratlos. »Und jetzt?« fragte Kalle. »Was sollen wir hier? Das ergibt doch alles keinen Sinn.« Steffi nickte. »Du merkst aber auch alles.« Da die tollen Detektive an diesem Tag scheinbar besonders schwer begriffen, musste ich noch etwas deutlicher werden. Ich stellte mich auf die Hinterbeine, kratzte an der Tür und jaulte dazu. »Schließ die Tür auf, Friedhelm,« sagte Kalle. »Sonst haben wir gleich wieder deine Mutter am Hals.« Kaum war die Tür so weit geöffnet, dass ich hindurch passte, schlüpfte ich hinein und rannte die Treppe rauf bis vor die Tür zu Hassos Behausung. Dabei vergewisserte ich mich, dass meine Ernährer mir folgten. Ich setzte mich vor die Tür und jaulte und bellte abwechselnd, um ganz sicher zu gehen. »Ey, Mann, ey! Jetzt weiß ich, was er uns sagen will,« rief Friedhelm endlich. »Er will zu Hassos. Er will mit ihm spielen.« Ich war noch nie ohnmächtig, doch in dem Augenblick wäre es fast so weit gewesen. Herr Linke ließ mir keine Zeit dazu, die Tür öffnete sich und er stand in voller Größe vor mir. »Was ist denn hier los? Wer macht da einen solchen Lärm?« »Entschuldigen Sie bitte, Herr Linke,« sagte Friedhelm. »Tausendschön möchte so gerne mit Hassos spielen, darf er?« »Nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ich mag es nicht, wenn Fremde in meiner Wohnung herumstöbern.« Das konnte ich mir gut vorstellen. Er hatte nur Angst, dass ihm jemand auf die Schliche kam. Nur kapierten meine Ernährer das nicht. Mit betretenen Gesichtern standen sie da und wussten nicht, was sie tun sollten. Da hatte ich ihnen ihren Einbrecher sozusagen in einem Fressnapf serviert. Was taten sie? Sie redeten vom Spielen. Es war nicht zu fassen. Zu allem Überfluss hatte Hasso mitbekommen, was Friedhelm sein Herrchen gefragt hatte. »Spielen willst du mit mir? Das finde ich aber schön,« säuselte er. »Ich kenne da ein schönes Spiel. Wie wäre es mit dummer Hund und schlauer Hund?« »Ich wüsste auch schon, welche Rolle du übernehmen könntest.« »Ich weiß noch ein besseres Spiel,« gab ich zurück. »Fellrupfen, und ich weiß schon, wer wem das Fell rupft.« »Kannst du es ja versuchen?« Zum Glück für Hasso erschien Friedhelms Mutter an der Treppe. Wer weiß, ob ich sonst nicht die Beherrschung verloren hätte. »Bist du da oben, Friedhelm? Das Abendessen ist fertig. Sag bitte auch Herrn Linke Bescheid.« Dann hat sich das mit dem Spielen ja wohl erledigt. »Komm, Hasso, Fressi, Fressi,« sagte Herr Linke und zog die Tür hinter sich zu. »Kalle Radieschen und Steffi sind auch da, Mama,« lief Friedhelm zu seiner Mutter herunter. »Sie können mitessen, wenn Sie wollen. Es ist genug da.« »Und Tau sind schön,« fragte Friedhelm vorsichtig. »Oh ja, das war eine gute Idee. Die Einbrecherjagd hatte mich sehr hungrig gemacht.« Friedhelms Mutter erschien an der Treppe und sah zu uns herauf. »Ist er etwa auch wieder hier? Friedhelm, habe ich dir nicht gesagt?« »Ey, Mann, ey, Mama, Hasso darf doch auch mit, und Tau sind schön würde so gerne mit ihm spielen.« Ich setzte mich auf die oberste Treppenstufe, legte den Kopf schief und winselte leise. Friedhelms Mutter sah mich an. In ihren Augen sah ich etwas, das aussah wie schmelzender Schnee. Ich winselte etwas lauter und kratzte mit der Vorderpfote auf dem Boden herum. »Ah, schön, dann bring ihn schon mit, wenn dieses Strubbelmonster nur nicht so süß wäre. Aber du passt auf ihn auf, Friedhelm.« »Ist er nicht ein kluger Hund?«, fragte Friedhelm Kalle, als wir die Treppe heruntergingen. »Wir könnten ihn doch wirklich als volles Mitglied bei Kalle und Co. aufnehmen.« »Krieg dich wieder ein. Er soll sich erst einmal als guter Detektivhund beweisen und uns auf eine richtige Spur führen. Dann werden wir weitersehen.« Kalle konnte froh sein, dass ich kein Mensch bin. Sonst hätte ich ihm nun etwas von guten Detektivhunden und guten Detektiven erzählt. Wer einen Einbrecher noch nicht einmal erkannte, wenn er vor ihm stand, der hat es auch nicht verdient, dass ich in seiner Detektivbande als volles Mitglied arbeitete. Es sah so aus, als fühlten sich Herr Linke und Hasso in Friedhelms Wohnung schon wie zu Hause. Herr Linke setzte sich gleich an den Küchentisch und machte sich über das Essen her, ohne auf die anderen zu warten. Hasso stellte sich neben einen Napf, der anscheinend für ihn auf dem Boden bereitstand, und sah Friedhelms Mutter auffordernd an. Ich beschloss den Streit, mit Hasso bis nach dem Essen ruhen zu lassen und stellte mich neben ihn. »Ja, ja«, sagte Friedhelms Mutter ungeduldig zu Hasso. »Du bekommst schon etwas.« Sie bückte sich und füllte Hasso seinen Napf. Es roch ausgezeichnet. »Du und dein Herrchen essen mir doch die Haare vom Kopf,« sagte sie so leise, dass Herr Linke es nicht hören konnte. Hasso und ich verstanden es selbstverständlich. »Wenn du so blöd bist und uns durchfütterst, ist das dein Problem,« sagte Hasso. »Ich dachte, ich höre nicht richtig.« »Hä, ist das der Dank dafür, dass sie dir deinen Napf vollschaufelt?« »Dank? Wofür? Soll ich den Menschen etwa dafür dankbar sein, dass ich den ganzen Tag nach ihrer Pfeife tanzen muss?« »Da ist gutes Essen ja wohl das Mindeste, was ich als Gegenleistung verlangen kann.« »Dann werde doch endlich selbstständig, werde ein Straßenköter, dann bekommst du wenigstens deine Freiheit zurück.« »Es ist mir so anstrengend,« sagte Hasso mit vollem Mund. »Bekommt tausend schön auch etwas,« fragte Friedhelm seine Mutter. »Den lasse ich schon nicht verhungern.« »Siehst du,« sagte ich zu Hasso, »ich bekomme auch etwas zu essen, ohne Männchen machen zu müssen.« »Dafür bekommst du auch weniger,« gab Hasso zurück. »Er hatte recht. Mir hatte sie noch nicht einmal die Hälfte von dem gegeben, was Hasso in seinem Napf hatte.« »So ungerecht ist die Welt!« Während des Essens grübelte ich darüber nach, wie ich meinen Ernährer noch beibringen konnte, dass Herr Linke in Kalles Haus eingebrochen war. Während Hasso und ich schweigend nebeneinander standen und uns das gute Essen schmecken ließen, wurde mir bewusst, dass Hasso und ich zum ersten Mal zusammen waren, ohne uns anzugiften. Das war eine günstige Gelegenheit. Wenn ich es geschickt anstellte, konnte ich Hasso vielleicht aushorchen. Möglicherweise verriet er mir etwas, das mir nützlich sein konnte. »Bist du schon lange mit deinem Herrchen zusammen?« fragte ich möglichst unverbindlich. »Nur lange nicht denken kann,« antwortete Hasso kauend. »Und was macht dein Herrchen so, ich meine, um an sein Essen zu kommen?« »Keine Ahnung, ist mir auch egal. Es ist auf jeden Fall immer genug da.« »Hat es etwas mit diesem schwarzen Ding, der Kamera, zu tun?« »Ich glaube, ja. Er läuft immer damit herum. Wir gehen zu irgendwelchen Häusern, ich muss aufpassen und er geht hinein, so ist das immer. Und wenn wir dann weitergezogen sind, sucht er sich neue Häuser aus.« »Das war ja interessant. Ich hatte also Recht behalten. So sind wir Hunde. Beim Essen sind wir am friedlichsten. Jetzt wusste ich, dass Kalle nicht das einzige Opfer war. Herr Linke war schon in anderen Häusern gewesen. Und er würde auch noch zu weiteren gehen. Aber was noch viel wichtiger war, Hasso hatte gesagt, dass sie weiterziehen würden. »Wenn ihr weitergezogen seid, fragte ich ihn. Wie meinst du das?« Hasso sah von seinem Napf auf. Leider war er doch nicht ganz so dumm, wie ich dachte. »Du hast wohl schon Hoffnung, dass wir bald wieder verschwunden sind, wie? Aber dieses Mal muss ich dich enttäuschen, Müllschlucker. Mein Herrchen hat gesagt, dass es ihm hier prima gefällt. Am liebsten würde er für immer bleiben.« »Ist ein Napf leer, Hasso,« unterbrach Kalle unser interessantes Gespräch. »Dann komm zu mir. Wir werden in Friedheims Zimmer noch ein wenig üben. Schließlich musst du fit sein, wenn es einmal ernst werden sollte.« Ohne zu zögern trottete er zu Kalle. »Manchmal kotzt mich das an. Echt?« brummte er dabei. »Na dann hör doch nicht auf ihn,« rief ich ihm nach. »Geh einfach nicht hin!« Hasso drehte sich zu mir um. »Das kann ich nicht. Ich mache es schon zu lange.« Wenn Hasso nicht ein so blöder, arroganter, verweichlichter und hinterhältiger Vollidiot gewesen wäre, hätte er mir beinahe Leid getan. Aber wenn ich nur daran dachte, dass er und sein Herrchen vielleicht für immer hier blieben, sträubte sich jedes einzelne Hamer des Fels. Das musste ich mit allen Mitteln verhindern. Inzwischen war Herr Linke mit dem Essen fertig. Er räkelte und streckte sich auf seinem Stuhl. »Das hat ja mal wieder prima geschmeckt. Daran könnte ich mich gewöhnen.« »Das freut mich,« sagte Friedheims Mutter, obwohl sie gar nicht so aussah. Herr Linke stand auf. »Ich gehe noch mal kurz in meine Wohnung. Ich werde mir eine bequeme Strickjacke anziehen. Sie können ja in der Zwischenzeit das Geschirr waschen. Dann können wir gleich zusammen fernsehen.« Ohne dass Herr Linke es sehen konnte, warfen sich Friedheim und seine Mutter einen Blick zu, der nicht schwer zu deuten war. Ihnen fiel Herr Linke scheinbar genauso auf die Nerven wie Hasse und mir. Herr Linke schlurfte aus der Küche. Schuhe waren wirklich eine der lächerlichsten Erfindungen der Menschen. Kein Wunder, dass sie so schlecht laufen können. Moment mal. Schuhe. Das war es doch. Kalle hatte doch diesen Abdruck einer Schuhsohle mit einem Loch in der Mitte auf dem Teppich entdeckt. Wenn Herr Linke einen solchen Schuh hatte, war er so gut wie überführt. Der Augenblick war günstig. Herr Linke ging in seine Wohnung. Ich musste versuchen, unbemerkt hinter ihm hineinzukommen. Ich schlich mich aus der Küche. Da sich Kalle, Steffi und Radieschen mit Hasso beschäftigten und Friedhelm seiner Mutter beim Abwasch half, konnte ich Herrn Linke unauffällig folgen. Elftes Kapitel Ich finde einen Schuh mit Kaugummi Herr Linke ließ nicht nur die Tür zu Friedhelms Wohnung hinter sich offen stehen, sondern auch seine eigene. So war es viel leichter für mich, in seine Wohnung zu kommen, als ich gedacht hatte. Ich war ihm in sicherem Abstand die Treppe hinauf gefolgt. Als er hinter seiner Tür verschwunden war, wartete ich noch ein wenig. Dann schlich ich ihm nach. In der Wohnung war es düster und es roch muffig. Das passte zu Hasso und seinem Herrchen. Ich fragte mich, wie es Hasso den ganzen Tag dort aushielt. Wieder einmal wurde mir bewusst, wie gut ich es in meinem Garten an der frischen Luft auch hatte. Schritt für Schritt tastete ich mich vorwärts. Ich musste sehr vorsichtig sein. Wenn der Linke mich entdeckte, bevor ich den besagten Schuh gefunden hatte, war mein Plan gescheitert. Mein bestes Stück hatte mir gleich verraten, in welcher Richtung die Schuhe zu finden waren. Ich hörte Herrn Linke in einem Zimmer herumkramen, das in entgegengesetzter Richtung zu den Schuhen lag. Jetzt oder nie. Ich folgte dem Geruch, bis es aus einer Kiste so erbärmlich stank, dass dort nur die Schuhe aufbewahrt sein konnten. Angewidert versuchte ich, die Kiste mit meinen Zähnen zu öffnen. Nach einigen gescheiterten Versuchen gelang es mir tatsächlich. Der Gestank wurde unerträglich. Ich biß die mir gebliebenen Zähne zusammen und durchsuchte das stinkende Durcheinander. Vorsichtig, mit rebellierendem Magen, drehte ich einen Schuh nach dem anderen um. Und dann hatte ich ihn tatsächlich gefunden. Seine Sohle hatte zwar kein Loch in der Mitte, aber es klebte ein Kaugummi genau an dieser Stelle. Dadurch war der Fleck in der Mitte des Fußabdrucks entstanden. Kaugummi ist ein widerliches Zeug. Die Menschen kauen darauf herum und dann spucken sie es einfach auf den Boden, damit wir Hunde mit den Pfoten daran kleben bleiben. Zu Vorsicht drehte ich die anderen Schuhe auch noch um. Es war jedoch keiner dabei, der einen Fußabdruck wie den auf Kalles Teppich verursacht haben könnte. Es musste der Schuh mit dem Kaugummi sein. Nun nichts fiel raus aus der Wohnung. Ich klemmte mir den Schuh zwischen die Zähne, rannte mit angehaltenem Atem zur Wohnungstür und ließ den Schuh vor schrecklich wieder fallen. Die Tür war geschlossen. Ich stellte meine anderthalb Ohren auf und lauschte. Nichts mehr zu hören. Ich schlich zu dem Zimmer, in dem Herr Linke herumgekramt hatte und sah vorsichtig um die Ecke. Es war niemand da. Hassus Herrchen musste vor mir aus der Wohnung gegangen sein. Nun saß ich schön in der Patsche. Die Tür allein zu öffnen war unmöglich für mich. Dazu war ich viel zu klein. Das ist der Nachteil, wenn man ein Hund ist. Ich konnte auch nicht warten, bis Herr Linke und Hasso wieder zurückkamen. Erstens würde das möglicherweise sehr lange dauern und meine Ernährer würden mich vermissen. Außerdem nutzte es mir nichts, wenn Herr Linke mich mit dem Schuh sah. Mir blieb also nichts anderes übrig, als lautstark auf mich aufmerksam zu machen. Wenn ich Glück hatte, kam nicht nur Herr Linke, sondern auch meine Ernährer. Dann hatte ich die Zeugen, die ich brauchte, und Herr Linke konnte sich nicht herausreden. Ich jaulte, bellte und kratzte mit den Pfoten an der Tür. Lange ohne Erfolg. Meine Kehle wurde trocken, mein Bellen heiser, und ich wollte schon aufgeben. Da wurde die Tür aufgerissen. Vor Schreck wich ich einen Schritt zurück und stolperte über den Schuh, der immer noch neben mir stand. Zuerst sah ich nur Herrn Linke und Hasso, doch dann erschien auch Friedhelm an der Tür. Nach und nach folgten die anderen, auch Friedhelms Mutter. Nun war es soweit. Ich nahm Herrn Linkes Schuh zwischen die Zähne und wollte ihn meinen Ernährern zeigen. Leider kam ich gar nicht dazu. Als Herr Linke das sah, stürzte er sich auf mich und entriss mir den Schuh. Du verflickster kleiner Köter, schrie er mich an. Meine Schuhe zerkauen, das könnte dir so passen. Ey, Manni, was machst du denn da, tausend schön? Herr Linke drehte sich zu Friedhelm um. Kannst du mir vielleicht sagen, wie er hier hereinkommt? Wahrscheinlich ist er ihnen vorhin nachgelaufen, als sie in ihre Wohnung gegangen sind, meinte Steffi. Friedhelm, rief seine Mutter. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf ihn aufpassen? Man kann diesen Hund wirklich keine Minute aus den Augen lassen, ohne dass er etwas anstellt. Tut mir leid, Mama, ehrlich. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich werde auch nicht mehr schlau aus ihm. Die Situation wurde brenzlig. Wenn ich nicht bald handelte, würden meine Ernährer den wahren Grund für mein Verhalten wieder nicht erfahren. Herr Linke hielt seinen Schuh noch in der Hand. In einem günstigen Augenblick stürzte ich mich darauf und verbiss mich darin, um ihn, dem Einbrecher, zu entreißen. Leider hielt Herr Linke seinen Schuh fester in der Hand, als ich erwartet hatte. Und so hatte ich mich zwar an den Schuh verbissen, baumelte aber in der Luft. Ich riß ein wenig daran, knurrte und wackelte mit dem Kopf in der Hoffnung, Herr Linke würde seinen Schuh dann loslassen. Doch stattdessen hob er mich noch ein Stück höher. Ich fühlte, wie einige Zähne in meinem Gebiss bedrohlich nachgaben. Ich ließ den Schuh wieder los, bevor meine Zähne darin stecken blieben. Ich stürzte zu Boden. Kurz vor dem Aufprall spürte ich einen kräftigen, schmerzhaften Stoß an meinem Hinterteil. Der Typ hatte mir tatsächlich einen Tritt gegeben. Kopf überkugelte ich die Treppe hinab und blieb benommen liegen. »Hey, da sind's schön«, hörte ich Hassos unangenehme Stimme durch den Nebel. »Ich wusste gar nicht, dass Straßenköter auch fliegen können.« Undeutlich sah ich, wie Friedhelm mit ausgestreckten Armen und geballten Fäusten auf Herrn Linke losging. »Ey, Mann, ey, was haben Sie mit meinem Hund gemacht?« Wenn seine Mutter ihn nicht im letzten Augenblick zurückgehalten hätte, wer weiß, was Friedhelm dann mit ihm gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte er ihn gebissen oder was Menschen sonst in solchen Situationen tun. »Jetzt ist das genug, Friedhelm. Du nimmst diesen Hund und bringst ihn zurück. Ich will ihn hier nicht mehr sehen. Und beim nächsten Mal werde ich mich ganz sicher nicht mehr umstimmen lassen.« »Aber Mama« »Nein, Friedhelm, sofort«. Langsam kam Friedhelm die Treppe herunter und nahm mich auf den Arm. »Tut's weh, mein Kleiner?« Und ob es schmerzte. Allerdings nicht so, wie der Erkenntnis, dass ich wieder erfolglos geblieben war. »Und ihr geht jetzt besser auch nach Hause?« sagte Friedhelms Mutter zu Steffi Radieschen und Kalle. Die hatten seit meinem Treppensturz gar nichts mehr gesagt, sondern nur vor Legen in der Gegend herumgestanden. »Mir ist die Lust aufs Fernsehen auch vergangen«, rief Herr Linke die Treppe herunter und warf die Tür wütend hinter sich zu. »Blöder Typ«, sagte Friedhelm leise. »Kommt ihr noch mit in den Garten?« fragte Friedhelm seine Freunde, als wir auf der Straße waren. »Kalle schüttelt den Kopf.« »Nein, lieber nicht, ich muss nach Hause. Außerdem bin ich froh, wenn ich tausend schön nicht mehr sehen muss.« »Ich möchte nur wissen, was in Ihnen gefahren ist«, sagte auch Steffi. »Vielleicht ist er ja eifersüchtig auf Hasso«, meinte Radieschen. »Wir sollten uns in nächster Zeit wieder mehr um ihn kümmern. Wer weiß, was er sonst noch alles anstellt.« »Stimmt das, was Radieschen gesagt hat?« fragte Friedhelm mich, als wir auf dem Weg zum Garten waren. Zum Glück trug er mich immer noch. »Mir tat jeder Knochen weh.« »Nein, das stimmt nicht«, rief ich, so laut ich konnte. »Herr Linke ist ein Einbrecher und Hasso ist die abscheulichste Kreatur, die mir jemals über den Weg erlaufen ist.« Er hörte mich nicht. Es war immer noch viel zu leise. »Ach, tausend schön«, seufzte Friedhelm. »Wenn du doch nur reden könntest, dann könntest du mir wenigstens sagen, was mit dir los ist. Aber so verstehe ich dich nicht mehr. Wie konntest du nur die Schuhe von der Linke zerbeißen? Das hast du doch sonst nicht gemacht.« »Reden, ich kann doch reden, ich kann, ich kann.« »Es war zum Verzweifeln.« »Es war mir bisher noch nie passiert, dass ich mir ernsthaft gewünscht hatte, ein Mensch würde das Geheimnis der Hunde kennen.« In dem Augenblick ging mir jedoch tatsächlich durch den Kopf, ob ich es Friedhelm nicht verraten sollte. Ich verwarf es aber gleich wieder. Der Preis für diesen Verrat wäre einfach zu hoch gewesen. »Andererseits bin ich eigentlich gar nicht so böse auf dich«, sagte Friedhelm plötzlich mit einem kleinen Lächeln. »Wenn ich ehrlich bin, fand ich es sogar gut, dass du die Schuhe von diesem Linke zerkaut hast. Der Typ ist so lästig wie eine Schmeißfliege.« »Oh ja, die kannte ich. Die waren wirklich lästig. Schmeckten aber nicht schlecht.« »Am Anfang fand ich es ja gut, dass er in unserem Haus wohnt und bei uns ist, wegen Hasse und so«, erzählte Friedhelm weiter. »Meine Mutter kann das Geld ja auch gebrauchen. Aber mit jedem Tag wird er dreister. Mittlerweile hängt er nur noch bei uns rum und tut so, als würde alles ihm gehören.« »Meiner Mutter geht das auch ganz schön auf den Geist.« Das war ja interessant. Hatte ich mich also wirklich nicht getäuscht, als ich den Blick gesehen hatte, den Friedhelm und seine Mutter sich zugeworfen hatten? Wenn ich Glück hatte, würden die beiden allein dafür sorgen, dass Hasse und sein Herrchen aus meinem Leben verschwanden. Aber das genügte nicht. Erstens konnte ich mich darauf nicht verlassen und zweitens wollte ich Herrn Linke als Einbrecher überführen. Das war ich meiner Ehre schuldig. Wenn Hasse die Wahrheit gesagt hatte, würde Kalles Haus nicht das Einzige bleiben, in das er einbrach. Ich musste mich also wieder an die Fersen der beiden heften. Und dann musste ich dafür sorgen, dass sie auf frischer Tat ertappt würden. Dieses Mal würde ich besser vorbereitet sein. In den nächsten Tagen wurde meine Geduld wieder einmal hart auf die Probe gestellt. Jeden Tag, wenn meine Ernährer in ihrer Schule waren, beobachtete ich Herrn Linke und Hasse. Zum Glück waren sie meistens auch zu dieser Zeit unterwegs. Wahrscheinlich war das die beste Zeit für ihre dunklen Zwecke. Allerdings taten sie nichts, was auch nur im Entferntesten nach Einbruch aussah. Stattdessen vertrödelten sie ihre Zeit mit nicht enden wollenden Spaziergängen und mit Stöckchen apportieren. Herr Linke bekam nicht genug davon und hast so rannte sich die Seele aus dem Leib. Sein Herrchen hatte zwar immer seine schwarze Kamera umgehängt, aber meistens benutzte er sie nicht. Sie baumelte nur an seinem Hals. Einmal ging er allerdings zu dem Geschäft, in dem die ganze Geschichte begonnen hatte. Ich schlich ihnen nach bis zur Tür und belauschte sie. Daraus geschah nichts Aufregendes. Herr Linke holte dort ein kleines Päckchen ab und ging wieder. Wenn mich mein bestes Stück nicht täuschte, war noch nicht einmal etwas Essbares in dem Päckchen gewesen. Meine Ernährer machten ihre Ankündigung, sich mehr um mich zu kümmern, tatsächlich wahr. Sie kamen jeden Tag, brachten mir viele leckere Sachen und spielten mit mir. Kalle hielt sich sogar mit seinen Detektiv-Kunststückchen zurück. Entweder Hasso reichte ihm als Opfer, oder er hat es aufgegeben. So oder so, mir war es recht. Ein paar Mal brachten sie Hasso auch mit. Ich ließ mir nichts anmerken und verhielt mich friedlich. Ein Streit mit ihm hätte meinem Vorhaben womöglich geschadet. Mir fiel auf, dass auch er ruhiger geworden war. Er war nicht mehr so arrogant und giftig wie zu Anfang. Einmal fragte er mich sogar nach Einzelheiten über das Leben auf der Straße. Ob er doch zur Vernunft kam und das Leben in Freiheit der Sklaverei vorzog? Als er dann jedoch wieder brav kalles Kommandos befolgte, begrub ich diese Hoffnung. Während ich ihn widerwillig dabei beobachtete, fielen mir plötzlich dünne rote Streifen in seinem Fell auf. Es sah aus, als wäre er geschlagen worden. Ob das sein Herrchen gewesen war? Wenn nicht er, wer dann? Dieser gemeine Kerl! Geschlagen zu werden, ist keine Mund zu gönnen. Noch nicht einmal Hasso! Das war nur noch ein Grund mehr, Herr Linke zu überführen. Nun mußte bald etwas geschehen, denn ich wußte nicht, wie lange ich das noch durchhalten würde. Zwei Tage später war es dann endlich soweit. Herr Linke interessierte sich näher für ein Haus in einer ruhigen Seitenstraße. Wie er es schon bei Kalles Haus gemacht hatte, schlich er darum herum und hob ein paar Mal seine Kamera vor das Gesicht. Es wurde wieder ernst. Daran gab es keinen Zweifel. Als Hasso und Herr Linke schon längst fortgegangen waren, saß ich immer noch in dem Versteck, aus dem ich die beiden beobachtet hatte, und überlegte, was ich nun tun sollte. Ich mußte meine Ernährer dazu bringen, das besagte Haus zu beobachten, bevor Herr Linke eingebrochen hatte. Wenn er dann kam, konnten sie ihn auf frischer Tat ertappen. Dann würden Steffi, Radieschen und Friedhelm sich nicht mehr über den Einbruch in Kalles Haus lustig machen. Sie würden nicht mehr sagen können, daß es die Einzelmännchen, wer immer das auch sei, oder meine Gartenzwerge gewesen wären. Die Gartenzwerge, das wäre doch eine Möglichkeit. Zwölftes Kapitel Meine schweigsamen Freunde helfen mir Noch in der gleichen Nacht setzte ich meinen Plan in die Tat um. Der Weg vom Garten zu dem Haus, das Herr Linke beobachtet hatte, war nicht weit. Trotzdem war ich vollkommen erledigt, als ich mit meiner Arbeit fertig war. Am nächsten Morgen kam Friedhelm mit meinem Essen. Ich ließ mir nichts anmerken, denn morgens haben meine Ernährer immer noch wenig Zeit. Ich mußte nur darauf achten, daß er nicht in meine Hütte sah. Zum Glück hatte er sich verspätet und noch weniger Zeit als sonst. Er stellte nun das Essen vor mich hin und verschwand gleich wieder. Bis zum Nachmittag war genug Zeit, meinen Plan noch einmal in Ruhe durchzugehen. Ich fand keine schwache Stelle. Es mußte einfach klappen. Als es dann wirklich soweit war, zitterten meine Ohren trotzdem vor Aufregung. Mein bestes Stück verriet mir, daß meine Ernährer im Anmarsch waren noch, bevor ich sie oder sie mich sehen konnten. Ich legte mich vor meine Hütte und wartete. Als sie in Sichtweite waren, begann ich leise zu winseln. Friedhelm bemerkte es als erster. Er kam auf mich zugerannt. »Ei, Mann, ey, was ist denn mit Tausend schön los?« Ich winselte noch ein wenig lauter. »Ob er krank ist?« fragte Steffi besorgt. »Vielleicht war das Essen, das Friedhelm ihm heute Morgen gebracht hat, nicht in Ordnung,« meinte Radieschen. »Ei, Mann, ey, das war ganz frisch.« Ich stand auf und lief schnüffelnd um sie herum. Dann ging ich immer noch schnüffelnd zum Eingang meiner Hütte und wieder zu ihnen zurück. Das wiederholte ich ein paar Mal. Meine Ernährer sahen mir mit großen Augen dabei zu. »Da stimmt doch was nicht,« sagte Kalle. »Sieht so aus, als wollte er uns irgendwas zeigen.« »Ja,« rief auch Steffi, »aber was?« »Ich musste also noch deutlicher werden. Ich ging in meine Hütte hinein und heulte laut. Dann ging ich wieder hinaus und heulte noch einmal.« »Da scheint etwas mit der Hütte nicht in Ordnung zu sein,« sagte Steffi endlich. Friedhelm kniete sich gleich hin und sah hinein. »Ei, Mann, ey,« rief er so laut, dass Kalle und Steffi zusammenzuckten. »Was ist denn los, um Himmels Willen?« rief Radieschen. Friedhelm sprang auf. »Die Gartenzwerge, sie sind weg!« Fast gleichzeitig lagen auch meine anderen drei Ernährer auf ihren Knien vor meiner Hütte und sahen hinein. »Tatsächlich,« sagte Kalle, »sie sind weg!« »Aber wo sind sie denn hin?« fragte Radieschen. »Ob sie jemand gestohlen hat?« Steffi stand auf und tippte sich an die Stirn. »Wer sollte den Gartenzwerg aus einer Hundehütte stehlen? So was gibt's doch nicht. Noch nicht einmal im Film.« Wie ich es vorausgesehen hatte, war in Kalle gleich der Detektiv erwacht. »Warum denn nicht?« »Weil sich niemand solche Mühe macht, um ein paar alte Gartenzwerge zu klauen. Die sind doch nichts wert.« »Das überhörte ich. Schließlich waren meine schweigsamen Freunde das Wertvollste, was ich besaß.« »Darum geht es doch gar nicht,« erwiderte Kalle. »Aber es gibt Leute, die klauen, weil sie krank sind. Denen ist völlig egal, ob sie das gebrauchen können oder nicht. Kleptomanen heißen die.« »Das weiß ich auch,« schnaufte Steffi. »Aber die gehen in Kaufhäuser und stehlen Heftzwecken, Baby-Schnuller oder Hosenknöpfe. Die kriechen nicht in Hundehütten herum und suchen Gartenzwerge.« Es war an der Zeit, den zweiten Teil meines Plans in die Tat umzusetzen. Ich begann wieder zu schnüffeln. Als ich sicher war, dass mich meine Ernährer beobachteten, lief ich durch das Gartentor. Ich wartete, bis sie mir folgten. »Er verfolgt eine Spur,« flüsterte Kalle, der Schlaumeier. »Ey, Mannel, hoffentlich wird das nicht wieder so eine Katastrophe wie beim letzten Mal.« »Glaub ich nicht,« sagte Radieschen. »Er geht nicht zu dir nach Hause, er geht in die entgegengesetzte Richtung.« Steffi lachte auf. »Ich bin echt gespannt, was er nun wieder anstellt.« Mit der Nase am Boden führte ich sie langsam zu dem Haus, in dem Herrn Linkes neue Opfer wohnten. Ich weiß nicht, was meine Ernährer erwartet hatten, aber sicher nicht das, was sie zu sehen bekamen, als wir am Ziel unserer kleinen Reise angelangt waren. »Ey, Mannel,« rief Friedhelm, »da stehen die Gartenzwerge, da stehen sie.« Alle vier rannten an mir vorbei auf meine schweigsamen Freunde zu. Dann blieben sie fassungslos vor ihnen stehen. Ich hatte sie links und rechts von der Eingangstür des Hauses postiert. Meine Ernährer hatten sie nicht übersehen können. »Es sind tatsächlich tausend schöne Gartenzwerge,« sagte Steffi. »Die abgewetzten Dinger sind gar nicht zu verwechseln.« »Was machen die nur hier?«, fragte Radieschen. Kalle räusperte sich. »Die Frage ist doch wohl eher, wer sie hierher gebracht hat und warum.« »Vielleicht war es ja tausend schön selbst,« sagte Steffi. »Manchmal ist sie mir wirklich ein bisschen zu schlau. Dafür kann ich mich in dieser Hinsicht auf Kalle umso mehr verlassen.« Er winkte ab. »Niemals, dazu ist er viel zu schwach. Die Dinger sind echt schwer.« »Ey, Mannel, das gibt doch keinen Sinn. Warum sollte jemand die Gartenzwerge aus tausend schönes Hütte holen und sie hier herstellen?« Steffi grinste. »In der Zeitung habe ich neulich von einem Verein zur Befreiung der Gartenzwerge gelesen. Die klauen Gartenzwerge aus Gärten und setzen sie in der freien Wildbahn aus.« »Ey, Mannel, irgendwie sehen sie aus, als wollten sie das Haus bewachen.« »Die wachsamen Gartenzwerge. Wahrscheinlich wollen sie in unsere Detektivbande aufgenommen werden.« »Oder sie wollten ihr sauber machen,« rief Radieschen, »so wie bei Kalle neulich.« »Seid total blöde, wisst ihr das?« rief Kalle entrüstet, während sich die anderen vor Lachen die Bäuche hielten. »Dieses Mal werden wir der Sache auf den Grund gehen. Da lasse ich mich nicht so abspeisen wie bei dem Einbruch neulich,« wetterte Kalle weiter. »Diesen Fall kläre ich auf. Das steht fest.« Ich jubelte laut und machte einen kleinen Hüpfer. Mein Plan hatte geklappt. Ich hatte meine Ernährer und vor allem Kalle. Richtig eingeschätzt. »Warum pfeiftausend schön denn nun schon wieder?«, fragte Radieschen. »Immer ne. Der freut sich, weil er seine Gartenzwerge wieder hat.« Ich ließ sie in dem Glauben. Das Wichtigste war das weitere Vorgehen, wie Kalle es immer ausdrückte. Er würde sich nun mit den anderen auf die Lauer legen und das Haus beobachten. Das tat er immer, wenn er einen Fall lösen wollte. »Als erstes werden wir zu den Leuten gehen, denen das Haus gehört und sie verhören,« sagte Kalle. »Was war denn mit dem los?« »Was wollte der machen?« »Wieso wollte er nicht das Haus beobachten?« »Klappte denn überhaupt nichts mehr?« »Ich hätte ihm am liebsten in die Wade gebissen.« »Es wäre doch wirklich schön, wenn dieser Mensch nur einmal tun würde, was ich von ihm erwartete.« »Das kannst du doch nicht machen,« rief Radieschen. »Willst du die Leute etwa fragen, ob sie tausend schönes Gartenzwerge geklaut haben?« In mir kam wieder etwas Hoffnung auf. »Vielleicht waren die drei anderen Ernährer ja dagegen und überredeten Kalle, nicht in das Haus zu gehen.« »Etwas geschickter würde ich bei dem Verhör schon vorgehen, aber im Augenblick sind halt alle verdächtig.« »Du spinnst ja,« rief Steffi, »deine geschickten Verhöre kenne ich besser, als mir lieb ist. Wahrscheinlich bringst du uns wieder in Schwierigkeiten oder wir blamieren uns bis auf die Knochen.« »Und was willst du tun? Hast du einen besseren Vorschlag?« »Und ob ich den habe? Wir nehmen die Gartenzwerge und stellen sie wieder in tausend schönes Hütte, und damit ist der Fall erledigt.« »Niemals!« »Das würde ich auch nicht machen,« sagte Radieschen. »Wenn uns jemand dabei beobachtet, denkt er noch, wir würden die Gartenzwerge stehlen.« »Ey, Mann, ey, lasst uns doch an der Tür läuten und sehen, was passiert. Wenn jemand öffnet, sagen wir, dass das unsere Gartenzwerge sind. Und wenn niemand zu Hause ist, nehmen wir sie so mit.« »Auf jeden Fall klingeln wir erst einmal,« sagte Kalle. »Was wir dann tun, werden wir sehen.« Bevor die anderen es verhindern konnten, war er an der Tür und drückte auf den Klingelknopf. Drinnen läutete es vernehmlich. Friedhelm nahm mich auf den Arm. Es war mir sehr recht. Wer weiß, was uns erwartete. Wenige Augenblicke später waren hinter der Tür deutlich schlurfende Schritte zu hören. Die Tür öffnete sich, und ein älterer, männlicher Mensch sah meine Ernährer und mich verwundert an. »Was kann ich für euch tun, Kinder?« fragte er freundlich. »Habt ihr euch verlaufen?« »Nein, wir kommen wegen der Gartenzwerge,« begann Kalle sein äußerst geschicktes Verhör. Der ältere, männliche Mensch sah noch ein wenig verwundert hat rein. »Welche Gartenzwerge?« »Ich habe keine Gartenzwerge.« »Ich kann die Dinger nicht leiden.« »Wenn ihr welche verkaufen wollt, seid ihr bei mir an der falschen Adresse.« Steffi knuffte Kalle ihren Ellbogen in die Seite. »Wir wollen auch keine verkaufen. Eher umgekehrt sehen sie. Unser Hund hier fühlt sich immer so einsam.« Sie zeigte auf mich. Ich legte den Kopf schief und sah leidend aus dem Fell. »Meine Güte!« rief der ältere, männliche Mensch. »Da habt ihr aber auch ein erbarmungswürdiges Exemplar. Ist der überfahren worden?« »Nee«, rief Kalle der Blödmann. »Der sieht immer so aus.« »Immer ne.« Steffi brachte die beiden mit einem Blick zum Schweigen. »Er ist einsam. Kein anderer Hund will mit ihm spielen. Und darum wollten wir sie fragen, ob wir die Gartenzwerge haben können. Die sehen doch schon ziemlich alt aus.« Der ältere, männliche Mensch zog seine Augenbrauen zusammen. »Ich habe euch da gerade gesagt.« In dem Moment fiel sein Blick auf meine schweigsamen Freunde. »Was ist denn das? Wie kommen die Dinger hierher?« »Sind das denn nicht ihre?« fragte Steffi mit Unschuldsmine. »Nein, ganz sicher nicht.« »Dann können wir sie also mitnehmen?« »Meinetwegen macht mit ihnen, was ihr wollt. Hauptsache, sie verschandeln nicht meinen Vorgarten.« »Wir würden aber trotzdem gerne noch mit ihnen darüber reden, wie die Gartenzwerge ihrer Meinung nach hierher gekommen sein könnten.« Der ältere, männliche Mensch beugte sich ein wenig zu Kalle vor. »Es ist mir völlig wurscht, wie die hässlichen Dinger hierher gekommen sind, mein Junge. Hauptsache, sie verschwinden wieder. Außerdem sind meine Frau und ich sozusagen auf dem Weg in den Urlaub. Unser Zug geht in zwei Stunden. Wir müssen uns also beeilen. So, und nun entschuldigt mich bitte.« »Das war aber ein unsympathischer Typ«, sagte Kalle, als wir wieder vor der geschlossenen Tür standen. »Omwohl ich ziemlich sauer auf Kalle war, musste ich ihm in diesem Punkt recht geben.« »Hässliche Dinger«, hatte der Mensch meine schweigsamen Freunde genannt. »Ist doch egal«, sagte Steffi. »Auf jeden Fall. Können wir die Gartenzwerge mitnehmen, und das wollten wir doch.« Adieschen und sie nahmen je einen meiner Gartenzwerge auf den Arm. »Wollt ihr so einfach gehen?« rief Kalle. »Sicher. Was denkst du denn?« »Ohne mich. Ich bleibe hier und beobachte das Haus.« »Ey, Mann, ey, wozu soll das denn gut sein?« »Das weiß ich noch nicht, aber irgendwas stimmt da nicht. Das habe ich im Gefühl. Ihr könnt ja gehen. Ich bleibe auf jeden Fall hier.« Damit ging er auf die andere Straßenseite und setzte sich auf die Wiese hinter einen Strauch. Seltsamerweise hatte er sich genau das Versteck ausgesucht, aus dem auch ich Hasse und Herrn Linke beobachtet hatte. Möglicherweise hatte ich Kalles detektivischen Instinkt bisher unterschätzt. »Das ist mir echt zu blöde«, sagte Steffi wüten. »Ich gehe zurück.« Nun hatte ich doch erreicht, was ich wollte. Zumindest Kalle hatte ich dazu gebracht, das Haus zu beobachten. Wenn die anderen nicht mitmachten, war das nicht schlimm. Es genügte, wenn einer meiner Ernährer Hasse und sein Herrchen auf frischer Tat ertappte. Aber ich wollte auf jeden Fall dabei sein. Ich sprang von Friedhelms Arm, lief zu Kalle und setzte mich neben ihn. Steffi Radieschen und Friedhelm kamen mir nach. »Ey, Mann, ey, was machst du denn tausend schön?« »Sieht so aus, als wolle er bei mir bleiben«, sagte Kalle mit breitem Grinsen. »Möglicherweise habe ich seinen detektivischen Instinkt bisher unterschätzt.« Steffi seufzte und sah ihren Bruder an. »Ach, so gut, dann bleibe ich eben auch hier. Ich weiß zwar nicht, was das Ganze soll, aber ich habe heute Nachmittag sowieso nichts Besseres vor.« Sie stellte den Gartenzwerg ab und setzte sich neben Kalle. Friedhelm und Radieschen taten es ihr nach. Kalle und Co. waren also wieder zusammen auf Beobachtungsposten. Doch dieses Mal waren wir einem richtig großen Fall auf der Spur. Und zwar meinem. Dreizehntes Kapitel Ich bringe meine Ernährer in Gefahr. Manchmal klappt rein gar nichts und dann kann man wieder anfangen, was man will, und es klappt alles. So ein Glückstag schien ich erwischt zu haben. Kurz nachdem wir unseren Beobachtungsposten eingenommen hatten, kamen der ältere männliche Mensch und seine Frau mit Koffern bepackt aus ihrem Haus. Sie stiegen in ein Auto und fuhren davon. Wenn Herr Linke wusste, dass sie nicht zu Hause waren, würde er möglicherweise schon bald in das Haus einbrechen. Mir sollte es recht sein. Je eher, desto besser. Als Herr Linke und Hasso wenig später tatsächlich die Straße entlang kamen, konnte ich es kaum glauben. Ich war so froh darüber, dass mich noch nicht einmal mein aufgeregtes Pfeifen störte. »Ey, Mann, ey, was? Hey, guckt mal, wenn er kommt. Das sind doch Hasso und Herr Linke. Was wollen die denn hier?« fragte Radieschen. »Was schon? Die gehen spazieren?« antwortete seine Schwester. Kalle schüttelte den Kopf. »Glaub ich nicht. Der fummelt doch an seiner Kamera herum. Ich möchte wissen, was der hier fotografiert.« »Vögel wahrscheinlich.« Wenn der Vögel fotografierte, war ich selbst ein Vogel. Ich war mir immer sicherer, dass diese komische Kamera etwas mit den Einbrüchen zu tun hatte nur. Was? »Bei dem Straßenlärm sind doch im Umkreis von hundert Metern keine Vögel zu fotografieren«, entgegnete Kalle. Ich fragte mich, ob in Kalle schon der erste Verdacht keimte, wie er selbst immer sagt. »Wenn wir nur noch ein wenig Zeit in unserem Versteck blieben, würde ich mein Ziel erreicht haben.« Doch dann tat Kalle etwas, das meinen Plan, meine ganzen Anstrengungen mit einem Schlag zunichte machte. Er sprang auf und rannte auf Herrn Linke zu. »Ei, Mone, was ist denn jetzt los?« »Keine Ahnung«, sagte Steffi. »Aber lasst uns auch schnell hingehen. Wer weiß, was Kalle sonst wieder anstellt.« Mir reichte völlig, was er bisher schon angerichtet hatte. Ich hetzte hinter Steffi Radieschen und Friedhelm her. Wenn uns der Einbrecher schon sah, wollte ich wenigstens nicht verpassen, was er sagte. Als er Kalle entdeckte, blieb er mit einem Ruck stehen und starrte ihn an. Ich sah in Herrn Linkes Gesicht. Es passierte etwas damit. Ich wusste nicht, ob er ängstlich, überrascht oder wütend war. Möglicherweise war es ja auch alles gleichzeitig. Kalle rannte auf ihn zu und winkte. »Hallo, Herr Linke, können wir Sie mal sprechen?« Hassos Herrchen brauchte einen Augenblick, bis er sich gefasst hatte. Inzwischen waren meine anderen Ernährer und ich auch bei ihm eingetroffen. »Was macht ihr denn hier? Was habt ihr hinter dem Gebüsch gemacht? Wollt ihr mehr auflauern?« Hassos stand der Schrecken noch viel deutlicher ins Gesicht geschrieben als seinem Herrchen. »Ehtausend schön! Du wirst ihnen doch wohl nicht das Hundegeheimnis verraten haben.« »Natürlich nicht. Ich habe sie nur auf die richtige Spur geführt.« »Nein«, rief Steffi schnell, bevor Kalle etwas sagen konnte. »Es war wegen der Gartenzwerge.« »Wie? Welche Gartenzwerge?« »Das ist eine längere Geschichte, Herr Linke. Es geht um dieses Haus dort.« Kalle zeigte auf das Haus, für das sich Herr Linke sehr interessiert hatte. »Wir haben uns nämlich gefragt, wie die Gartenzwerge dort hingekommen sind.« Wieder veränderte sich Herr Linkes Gesichtsausdruck. Dieses Mal war eindeutig Ärger darin zu sehen. »Jetzt pass mal auf, mein Junge«, sagte er drohend zu Kalle. »Wenn ihr Gören mich hier auf den Arm nehmen wollt, könnt ihr was erleben. Also, was wollt ihr wirklich von mir? Was ist mit dem Haus da?« »Ei, Mann, ey! Es geht wirklich um die Gartenzwerge, Herr Linke.« »Das reicht jetzt«, schnauzte Herr Linke. »Ihr habt ihn misstrauisch gemacht. Das ist gar nicht gut«, sagte Hasso. In seiner Stimme war nichts Überhebliches mehr zu hören. Sie klang eher ängstlich. Ich fühlte ein wunderbares Gefühl in mir hochsteigen. »Nun hast du Angst um dein Herrchen, wie?« »Es geht nicht um ihn oder um mich. Es geht um dich und deine Ernährer. Du weißt nicht, wie er ist, tausend schön.« »Wie meinst du das?« In dem Augenblick drehte sich Herr Linke um und riß an Hassos Leine. Der wurde herumgewirbelt und statt einer Antwort kam nur ein Röchelnder raus. »Was ist denn mit dem los? Ich habe ihn auch nur nach den Gartenzwergen gefragt«, sagte Kalle, als Herr Linke und Hasso schon nicht mehr zu sehen waren. »Ich weiß auch nicht, was ihn so wütend gemacht haben könnte. Irgendwie komisch«, meinte Radieschen. »Kommt, wir gehen«, sagte Steffi. »Ich habe ja gleich gewusst, dass es nichts bringt, hier zu warten. Wir tragen die Gartenzwerge zurück in den Garten und vergessen die ganze Sache.« Auf dem Weg zum Garten wollte mir Hassos letzter Satz nicht mehr aus dem Kopf gehen. »Was hatte er nur damit gemeint? Warum ging es um mich und meine Ernährer?« Plötzlich fielen mir die Streifen wieder ein, die ich auf Hassos Fell gesehen hatte. Ob Herr Linke gefährlicher war, als ich angenommen hatte? Vielleicht hatte ich mich und meine Ernährer, ohne es zu wollen, in ernsthafte Gefahr gebracht. Nicht nur ich grübelte über die Geschehnisse nach. Auch meine Ernährer gingen schweigend nebeneinander her, was sie sonst nur selten tun. Womit sie sich in Gedanken beschäftigten, war nicht schwer zu erraten. Nun hatte ich es endlich geschafft, sie Hasso und Herrn Linke gegenüber misstrauisch zu machen. Nur konnte ich mich nicht mehr darüber freuen. Ich hoffte nur, dass der Spuk bald vorüber war und wir wieder das Leben führen konnten, das wir hatten, bevor Herr Linke und Hasso es durcheinander brachten. Am nächsten Morgen wartete eine neue, unangenehme Überraschung auf mich. Keiner meiner Ernährer kam, um mir mein Frühstück zu bringen. Ob sie mich vergessen hatten? Oder sollte ihnen Herr Linke bereits etwas angetan haben? Nein. So weit würde er sicher nicht gehen. Denn schließlich hatten sie ihm, bis auf Kalles blöde Frage, nichts getan. Trotzdem war ich unruhig. Ich lief zu Friedhelms Haus und wartete dort. Es tat sich jedoch nichts. Auch an der Schule konnte ich sie nicht entdecken. Es wuselten zu viele Menschenkinder dort herum. Am liebsten wäre ich auf den Platz vor der Schule gegangen, wo sie immer alle herumtoben und schreien. Ich hatte allerdings Angst, dort nicht wieder lebend herauszukommen. Schließlich lief ich zu dem Haus, das wir am Tag zuvor beobachtet hatten. Als ich dort weder meine Ernährer noch Hasso oder Herr Linke entdecken konnte, ging ich wieder in meinen Garten. Dort wartete ich. Die Zeit schien nicht zu vergehen. Mein Magen knurrte und selbst meine Gartenzwerge konnten mich nicht trösten. Ich war heilfroh, als Friedhelm endlich am Gartentor erschien. Er hatte ein großes Paket unter dem Arm. Ey, Mann ey, tut mir echt leid, tausend schön. Heute Morgen ging alles drunter und drüber. Ich hatte echt keine Zeit mehr, dir dein Essen zu bringen. Dafür habe ich jetzt gleich zwei Portionen dabei. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Angst, die man ausgestanden hat, sich als unbegründet erweist und das Ganze dann auch noch mit einem guten Essen gekrönt wird. Friedhelm setzte sich neben mich und sah mir schweigend zu. Trotzdem spürte ich, dass er mir etwas sagen wollte. Erst als ich meinen Napf schon fast geleert hatte, rückte er endlich damit heraus. Ey, Mann ey, die anderen werden staunen, wenn sie die Neuigkeit hören. Welche Neuigkeit denn? fragte ich ihn. Manchmal vergesse ich, dass er mich nicht verstehen kann. Das passiert mir allerdings nur bei Friedhelm. Eigentlich sollte ich mich ja darüber freuen. Trotzdem habe ich ein seltsames Gefühl dabei. Ich frage mich die ganze Zeit, warum das so ist. Was meinte er? Warum kam er nicht endlich zur Sache? Ich platzte fast vor Neugier. Herr Linke ist nämlich heute Morgen zu uns gekommen, erzählte er. Darum habe ich es auch mit dem Frühstück nicht mehr geschafft. Er sprach nicht weiter. Meine anderen Ernährer waren eingetroffen. Gerade in dem Augenblick, als es spannend wurde. Hallo, tausend schön, begrüßte mich Steffi. Hat es dir mal wieder geschmeckt? Ey, Mann ey, er muss einen ziemlichen Hunger gehabt haben. Das stimmte allerdings. Den hat er doch immer, sagte Kalle. Aber heute besonders. Ich bin nicht dazu gekommen, ihm sein Frühstück zu bringen. Warum denn nicht? Stellt euch vor, der Linke war heute ganz früh bei uns. Und er hat gekündigt. Gekündigt? Fragte Radieschen. Was soll das? Der Mann ey, was schon, er zieht aus. Er hat meiner Mutter gesagt, dass er noch ein paar Tage in einem Hotel wohnen will und dann in eine andere Stadt geht. Sie muss nicht mehr für ihn kochen und er geht uns auch nicht mehr auf den Geist, wenn er jeden Tag bis in die Nacht bei uns fern sieht. Ist doch super, oder? Und das so? Fragte Kalle. Und er geht natürlich mit ihm. Das ist der einzige Nachteil. Irgendwie hatte ich mich an ihn gewöhnt. Das wäre wohl nicht wahr sein. Sollte Friedhelm etwa auch schon? Aber das war jetzt egal. Sie gingen weg, machten sich aus dem Staub. Ich war hasso los. Wie oft hatte ich mir in meinen Träumen vorgestellt, wie ich mich fühlen würde, wenn es endlich soweit war. Diese Träume hatten immer mit Herumhüpfen, im Dreck wälzen und Jubeln zu tun. Nun war es geschehen und dieses Gefühl wollte sich einfach nicht einstellen. Ganz im Gegenteil. Ich fühlte mich plötzlich schlechter als vorher. Sind Sie schon weg? Wollte Steffi wissen. Friedhelm zuckte mit den Schultern. Weiß ich nicht. Als ich vorhin aus dem Haus gegangen bin, habe ich es in seiner Wohnung rumpeln und rascheln gehört. Wahrscheinlich hat er gerade seine Sachen gepackt. Sollen wir uns nicht wenigstens von ihm verabschieden und von hasso? Fragte Kalle. Ey, Mann, ey, Kalle hat recht. Tausendschillen möchte sich bestimmt auch von hasso verabschieden. Die beiden haben sich doch so gut verstanden. Ich ließ ihn in seinem Glauben und trottete hinter meinen Ernährern her. Als wir zu Friedhelms Haus kamen, stand ein Auto davor. Ey, Mann, ey, ein Taxi. Wie, ob er damit wegfährt? Als Antwort öffnete sich die Tür und hasso kam heraus. Hinter ihm keuchte Herr Linke, schwer mit Koffern und Taschen bepackt. Meine Ernährer liefen auf ihn zu. Können wir Ihnen helfen? Fragte Kalle. Ohne uns anzusehen, ging Herr Linke an uns vorbei und wuchtete seine Taschen in das Auto. Friedhelm hat uns erzählt, dass Sie ausziehen, sagte Steffi. Wir wollten uns noch von hasso verabschieden und von Ihnen natürlich. Erst jetzt schien hasso's Herrchen uns zu bemerken. Er kam auf uns zu. Auf euren Abschied kann ich verzichten. Danke. Ich rate euch nur, mir so bald nicht mehr über den Weg zu laufen. Ey, Mann, ey, was haben wir Ihnen denn getan? Warum sind Sie so sauer auf uns? Der Linke gab keine Antwort und setzte sich in das Auto. Hassos Leine hielt er dabei in der Hand. Der stand aber noch vor dem Auto und sah mich mit einem seltsamen Blick an. Was ist denn los? Fragte ich ihn. Er hat es gemacht, heute Nacht. Er ist heute Nacht in dem Haus gewesen. Er ist dort eingebrochen, fragte ich. Wegen der Fotos, hat er gesagt. Fotos? Was ist das? Woher soll ich das wissen, du Blödmann? Und was ist mit uns? Will er uns etwas tun? Hasso wollte mir antworten, doch er kam nicht mehr zu. Herr Linke riß wieder so heftig an seiner Leine, dass Hasso mit einem Satz in dem Auto verschwand. Was hatte er mir sagen wollen? Waren wir in Gefahr? Wenn dieser blöde Mensch doch nur ein wenig später an seiner Leine gerissen hätte. Das Auto fuhr an. In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Wenn ich wissen wollte, ob Herr Linke etwas gegen uns plante, gab es für mich nur eine Möglichkeit. Ich musste herausfinden, wohin sie fuhren. Dann konnte ich sie weiter beobachten und so vielleicht mehr erfahren. Ich überlegte nicht lange und rannte dem Auto nach. Meine Chance war mehr als gering, aber ich musste es versuchen. Vierzehntes Kapitel Ich gehe in einen Menschenzoo Aus den Augenwinkeln sah ich meine Ernährer. Sie versuchten mir zu folgen. Sie riefen und ruderten mit ihren Armen. Schon nach kurzer Zeit blieben sie zurück und gaben schließlich auf. Menschen haben eine sehr schlechte Kondition. Das Schicksal war mir gnädig. Das Auto kam in dem dichten Verkehr nur langsam voran. Immer wieder musste es anhalten. Auch wenn es manchmal fast in dem Gewühl verschwand, schaffte ich es doch irgendwie, es nicht aus den Augen zu verlieren. Endlich, ich spürte meine Beine kaum noch und mein Herz hämmerte bis in meine Ohren, hielt das Auto an und Herr Linke und Hasso stiegen aus. Herr Linke nahm seine Taschen und sie verschwanden beide in einem Haus. Ich setzte mich in eine Ecke und wartete, bis ich mich wieder einigermaßen erholt hatte. Als die Schmerzen in meiner Brust nachließen und ich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, überlegte ich fieberhaft, wie es weitergehen sollte. Wie ich meine Ernährer kannte, machten sie sich bestimmt Sorgen um mich, besonders Friedhelm. Nur, wenn ich zu ihnen zurücklief, um ihnen zu zeigen, dass mir nichts geschehen war, hätte ich in der Zeit Hasso und sein Herrchen verpassen können. Ich entschied mich zu bleiben, wo ich war. Irgendwann würden die beiden bestimmt wieder herauskommen. Es konnte zwar lange dauern, aber ich hatte ja gut und reichlich gegessen. Also konnte ich ruhig in den Garten zurückgehen und schlafen. Am nächsten Morgen konnte ich meine Beschattung ja fortsetzen. Friedhelm hatte sich anscheinend größere Sorgen gemacht, als ich gedacht hatte. Als ich in den Garten kam, saß er vor seiner Hütte und wartete auf mich. Ich hatte ihn erst gar nicht gesehen, weil es mittlerweile stockfinster geworden war. Wenn ich mein bestes Stück nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich über ihn gestolpert. Er hatte als einziger ausgeharrt. Die anderen waren schon weg. Sicher hatte sich Kalle als erster verzogen. Gut, dass ich nicht zurück auf die Straße gegangen war, sondern nur mein Zuhause gekämpft hatte. Es lohnte die Mühe. Friedhelm nahm mich auf den Arm und kraulte mein halbes Ohr. Wolltest du nicht, dass das so geht, tausend schön, bist du deshalb dem Auto nachgelaufen? Aber das ist doch viel zu schnell für dich. Ich sah ihn an. Wie konnte ich ihm nur begreiflich machen, was wirklich vor sich ging? Warum siehst du mich so an, tausend schön? Hatte es vielleicht einen anderen Grund, warum du dem Auto nachgelaufen bist? Mensch, tausend schön, ich möchte zu gerne wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Das war schon komisch. Er sagte Mensch zu mir, und für mich war er fast wie ein Hund. Friedhelm setzte mich sandt vor meiner Hütte ab und stand auf. Jetzt muss ich aber gehen. Meine Mutter wartet sicher schon auf mich. Schlaf gut. Morgen früh bringe ich dir auch ganz bestimmt wieder ein Frühstück. Mit diesen schönen Aussichten vor Augen schlief ich ein. Die letzten Tage mussten sehr an meinen Kräften gezehrt hatten. Ich schlief wie ein Stein. Als ich wach wurde, sah ich meinen Napf mit Essen vor mir stehen. Noch halb im Schlaf hörte ich Friedhelm Stimme. Tausend schön, aufwachen. So lange hast du ja noch nie geschlafen. Er hatte recht. Ich konnte mich auch nicht erinnern, dass mich je einer meiner Ernährer zum Frühstück hatte wecken müssen. Ich war sonst immer schon wach, lange bevor sie kamen. Dann lass es dir schmecken, tausend schön. Ich muss los, es ist schon spät. Mit einem Schlag war ich hellwach. Spät? Wie spät? Hoffentlich nicht zu spät. Ich schlang mein Essen herunter und rannte so schnell ich konnte zu dem Haus, in dem Herr Linke und Hasso abgestiegen waren. Das Warten zerrte an diesem Morgen noch mehr an meinen Nerven als sonst. Ich wußte nicht, ob Herr Linke und Hasso schon das Haus verlassen hatten, bevor ich dort war. Dann würden sie womöglich die schlimmsten Dinge anstellen, während ich ihr meine Zeit vertrödelte. Als ich die beiden dann aus dem Haus kommen sah, war ich heilfroh. Ihnen zu folgen, ohne von ihnen bemerkt zu werden, war mittlerweile eine meiner leichtesten Übungen. Trotzdem war ich an diesem Tag aufgeregter als an allen anderen zuvor. Heute würde sich zeigen, ob ich Herrn Linke als Einbrecher überführen konnte oder nicht. Es war meine letzte Chance. Das spürte ich bis in jede einzelne Haarspitze. Mein Widersacher und sein Herrchen führten mich zunächst an einen Ort, den ich gut kannte, aber in sehr schlechter Erinnerung hatte. Sie gingen zu dem Geschäft, in dem alles begonnen hatte. Wenn Friedems Mutter damals nicht dorthin gegangen wäre, um etwas abzuholen, wäre uns allen viel Ärger erspart geblieben. Was war das noch, was sie in dem Geschäft gewollt hatte? Als es mir einfiel, hätte ich mir am liebsten in den Schwanz gebissen. Du Idiot, rief ich laut, ohne es zu wollen. Warum bist du nicht eher darauf gekommen? Fotos! Sie wollte Fotos abholen. Und Hasso hatte doch auch von Fotos geredet, als er mir erzählte, dass Herr Linke in das Haus eingebrochen war. Dieses Geschäft spielte eine wichtige Rolle in der ganzen Geschichte. Ich rannte über die Straße. Ich musste herausfinden, was diese Fotos waren. Sie hatten etwas mit dem schwarzen Ding der Kamera zu tun. Ich wusste nur noch nicht, was. Vielleicht konnte ich es herausbekommen, wenn es mir gelang, zu beobachten, was Herr Linke und Hasso in dem Geschäft machten. Es war zu spät. Sie kamen schon wieder heraus. Im letzten Augenblick konnte ich mich vor ihnen in einem Hauseingang neben dem Geschäft verstecken. Es war zum Verzweifeln. Ich war so nah an der Lösung und hatte sie doch wieder verpasst. Aber aufgeben würde ich noch lange nicht. Jetzt erst recht nicht. Vielleicht gingen sie ja noch einmal in das Geschäft. Wieder heftete ich mich an ihre Fersen, wie Kalle sagen würde. Zunächst geschah jedoch nichts Aufregendes mehr. Herr Linke und sein Hund gingen der langweiligen Beschäftigung nach, die ich schon zur Genüge kannte. Sie vergnügten sich mit Stöckchen apportieren. Ich war ganz froh darüber. Das gab mir die Zeit, mich in dem Park nach etwas Essbarem umzusehen. Meine Beute war zwar nicht ergiebig, aber ich wurde einigermaßen satt. Danach legte ich mich unter einen Baum und döste vor mich hin. Herr Linke und seinen Stöckchenschlepper ließ ich dabei jedoch nicht aus den Augen. Je länger ich ihnen zusah, desto einschläfernder war das Ganze für mich. Herr Linke hob das Stöckchen auf, warf es weg. Asso rannte hinterher, holte es zurück und legte es vor seine Füße. So ging das ohne Pause. Aufheben, werfen, holen, ablegen. Aufheben, werfen, holen, ablegen. Aufheben, werfen, holen, ablegen. Ich spürte noch, wie meine Lieder schwer wurden. Dann träumte ich auch schon. Es war ein schöner Traum. Madeleine kam darin vor. Ohne Asso. Dafür war das Erwachen um so schlimmer. In dem Augenblick, als ich die Augen aufschlug, wußte ich auch schon, dass ich es vermasselt hatte. Asso und Herr Linke waren weg. Ich glaube, so schnell war ich nach einem Mittagsschläfchen noch nie wieder auf den Beinen. Mein erster Gedanke war das Fotogeschäft. Wenn ich Glück hatte, waren sie vielleicht noch einmal dort hingegangen und ich erwischte sie dort. Günstigerweise stand die Tür zu dem Geschäft weit offen. Ein Blick hinein genügte jedoch, um festzustellen, dass sie nicht dort waren. Das Geschäft war menschenleer. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich geschlafen hatte. Möglicherweise waren sie schon hier gewesen. Vielleicht würden sie erst noch kommen. Vielleicht würden sie aber an diesem Tag überhaupt nicht mehr herkommen. Sie waren schließlich schon einmal dort gewesen. Ich stand unschlüssig auf der Straße und wußte nicht, was ich tun sollte. Ich wünschte, ich hätte ins Geschäft gehen und jemanden fragen können. Doch ich war nun mal ein Hund. Ich rang mich dazu durch, zu dem einzigen Ort zu gehen, an dem sie mit Sicherheit erscheinen würden. Das Haus, in dem sie wohnten. Ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob meine Instinkte mir wieder einmal geholfen hatten. Auf jeden Fall kamen die beiden genau in dem Augenblick aus dem Haus, als ich dort eintraf. Ich kam in einem solchen Tempo angerannt, dass ich ihnen um mein Haar über den Weg gelaufen wäre. Sie waren jedoch so mit sich selbst beschäftigt, dass sie mich wahrscheinlich noch nicht einmal dann gesehen hätten, wenn ich ihnen über die Füße gelaufen wäre. Laut schnaufend folgte ich ihnen. Herr Linke schien sehr gut gelaunt zu sein. Er tollte mit Hasso herum und machte allerlei Dinge, von denen die Menschen glauben, dass wir Hundespaß daran haben. Mir war sehr bald aufgefallen, dass Herr Linke ein schmales Päckchen unter dem Arm trug. Mein bestes Stück meldete nichts Essbares. Ob das vielleicht die Fotos waren? Auch dieses Mal gingen die beiden wieder in ein Geschäft. Es war jedoch nicht das Fotogeschäft. Es war viel größer und auf den ersten Blick gar nicht als Geschäft zu erkennen. Es gingen aber sehr viele Menschen darin ein und aus. Das war gut für meine Absichten, denn so konnte ich Hasso und Herrn Linke unauffällig beschatten. Ich folgte Hasso und Herrn Linke in einen großen Raum. Darin standen die Menschen in langen Reihen hintereinander und warteten vor kleinen Glaskäfigen, in denen wieder Menschen saßen. Ob das so eine Art Zoo war? Ich war noch nie in einem Zoo, aber ich hatte gehört, dass dort Tiere in Käfigen gehalten werden, damit die Menschen sie betrachten können. Schreckliche Vorstellung! Vielleicht war das hier ja ein Menschenzoo. Nur was wollte Herr Linke dann hier? Er stellte sich an das Ende einer der Reihen und wartete geduldig mit den anderen. Ich schlich mich so nah an ihn heran, wie ich konnte. Da immer mehr Menschen kamen, standen bald einige von ihnen auch hinter Herrn Linke. So war es kein Problem, so nah an ihn heranzukommen, dass ich hören konnte, was er redete. Langsam, aber sicher bewegte sich Herr Linke auf den Glaskäfig am Ende der Reihe zu. »Sie wünschen?«, fragte der Mann, der in dem Käfig saß. Herr Linke legte das schmale Päckchen vor ein Loch in dem Käfig. Der Mann, der darin saß, zog es zu sich hinein. »Sein Futter?« »Bitte einschreiben!«, sagte Herr Linke. Der Mann in dem Käfig gab Herrn Linke einen Zettel. »Bitte ausfüllen!« Herr Linke begann gleich zu schreiben. Das Geschäft mit den vielen Käfigen, das wie ein Zoo aussah, hatte also etwas mit Schreiben zu tun. Leider können wir Hunde nicht lesen und schreiben, bis auf ein paar Ausnahmen. Das ist eine typisch menschliche Erfindung. Es hatte also keinen Sinn, mich noch näher an Herrn Linke heranzuschleichen, um erkennen zu können, was er schrieb. Ich hätte es ja doch nicht lesen können. Nachdem Herr Linke den Zettel wieder zurückgereicht hatte, nahm der Mann einen kleinen Stock und schlug einmal kräftig damit auf den Zettel und dann auf das kleine Päckchen. Schließlich zog Herr Linke Geld aus der Hosentasche und bezahlte. »Geld kenne ich gut. Das geben die Menschen in Geschäften ab, wenn sie etwas zu essen haben wollen. Auch so eine typische Menschenidee, aber irgendwie praktisch.« Der Mann in dem Glaskäfig gab Herrn Linke den Zettel wieder zurück. »Bitte bewahren Sie den gut auf. Der ist sehr wichtig, falls mit der Sendung etwas passiert.« Herr Linke nickte und steckte sich den Zettel in seine Hosentasche. Noch bevor er sich zu mir umdrehte, war ich zwischen den Beinen der vielen Menschen hindurch geschlüpft und versteckte mich vor der Tür des seltsamen Geschäfts mit den vielen Käfigen. Als Herr Linke herauskam, schien er noch bessere Laune zu haben als vorher. Wenn er so gut gelaunt war, würde er uns doch bestimmt nichts tun. Wollte es aber nicht darauf ankommen lassen, sondern beobachtete sie weiter. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr war ich davon überzeugt, dass dieses Päckchen etwas mit den Fotos zu tun hatte. »Warum war Herr Linke sonst so gut gelaunt mit ihm durch die Straßen gegangen und noch besser gelaunt gewesen, als er es dem Mann in dem Käfig gegeben hatte? Vielleicht waren es ja sogar die Fotos gewesen.« Mir fiel der Zettel ein, den Herr Linke von dem Mann in dem Käfig bekommen hatte. »Was hatte der gesagt? Bitte bewahren Sie den gut auf. Der ist sehr wichtig, falls mit der Sendung etwas passiert.« »Wichtig war er also. Und wenn er für Herrn Linke wichtig war, dann auch für mich. Ich musste diesen Zettel haben.« Herr Linke hatte den Zettel in die Hosentasche gesteckt. »Es war für mich also so gut wie unmöglich, an ihn heranzukommen, wenn der Linke stand. Wenn er saß, hatte ich vielleicht eine Chance. Ich überlegte, bei welchen Gelegenheiten Menschen sitzen. »Natürlich! Beim Essen!« Ich würde sie also weiter beschatten und warten, bis ich Herr Linke zum Essen hinsetzte. Dann würde ich versuchen, an den Zettel heranzukommen. Hasse und sein Herrchen gingen wieder zurück in den Park. »Und Herr Linke setzte sich auf eine Bank.« »Das klappte ja besser, als ich dachte.« »Er aß zwar nicht, aber er saß.« Vorsichtig schlich ich mich von hinten an ihn heran. Die Hosentasche war ein wenig geöffnet. Ich sah sogar in der Ecke des Zettels. Ich mußte die Tasche nur ein wenig weiter mit der Pfote öffnen. Herr Linke sprang auf. »Was zum Kuckuck! Ach, du bist es, du vorflexter Köter!« »Was hast du da gemacht?« »Na, warte, dir werde ich es zeigen.« Er lief um die Bank herum und stürzte sich auf mich. Doch ich war schneller. Er erwischte mich nicht. Das wäre auch das erste Mal gewesen, dass ein Mensch einen Straßenköter erwischt hätte. Er versuchte es noch einmal, und wieder war ich schneller. Ich überlegte, ob ich fortlaufen sollte, um auf die nächste Gelegenheit zu warten. Doch dann fiel mein Blick auf Herrn Linkes Hosentasche. Wenn mich nicht alles täuschte, war der Zettel bei seinen Verrenkungen ein Stück weiter aus der Tasche gerutscht. Wenn ich also noch ein wenig länger um ihn herum sprang, würde er vielleicht sogar herausfallen. Ich stellte mich vor Herrn Linke hin, spreizte meine Vorderpfoten, beleckte mein Restgebiss, knurrte und bellte. Da fiel ihm ein, dass er auch einen Hund hatte. »Was in, Hasso!« brüllte er meinen Widersacher an. »Was in!« »Was soll der Quatsch?« rief Hasso mir zu. »Willst du dich mit mir prügeln?« »Du kannst es ja versuchen,« rief ich zurück. »Ich will mich aber nicht mit dir prügeln. Ich bin müde. Den ganzen Morgen mußte ich dieses blöde Stöckchen holen.« Herr Linke wurde wütend. »Hasso! Ich habe gesagt, du sollst ihn fassen, sonst setzt es was.« Er griff sich an seinen Gürtel. Daher also die roten Streifen in Hasso's Fell. Dieser Schuft! Ich knurrte und bellte noch lauter. Das hörte sich bestimmt sehr furchterregend an. Leider pfiffig zwischendurch auch ein wenig. Herr Linke's Drohung genügte. Hasso kam auf mich zugerannt. Mir machte das keine Angst. Um mit einem Straßenköter fertig zu werden, gehörten mehr dazu als ein Mensch und ein verweichlichter Menschenhund. Mir machte das sogar Spaß. Immer dichter rannte ich an Linkes Beinen vorbei, schlug Haken, bellte und knurrte. Ein paar Mal geriet Herr Linke aus dem Gleichgewicht. Das brachte mich auf eine Idee. Wenn ich es schaffte, dass er umfiele, wie bei unserer ersten Begegnung, käme ich, wenn ich Glück hatte, leicht an den Zettel heran. Wie ein Wirbelwind rannte ich um Herrn Linke herum. Er versuchte mir zu folgen, was ihm natürlich nicht gelang. Dafür fing er an zu schwanken. Ich legte noch einen Zahn zu. Endlich begann er mit den Armen zu rudern, wie damals in dem Fotogeschäft, schrie kurz auf und lag auf der Nase. Und tatsächlich, der Zettel war aus seiner Tasche gerutscht. Ich stürzte mich darauf, nahm ihn zwischen meine Zähne und rannte davon. Das alles war so schnell gegangen, dass Hasse und Herr Linke noch nicht einmal gemerkt hatten, dass ich mir den Zettel geschnappt hatte. Sie riefen mir etwas nach. Ich verstand es nicht. Es war mir auch egal. Ich hatte, was ich wollte. Ich selbst konnte mit dem Zettel nichts anfangen. Konnte ja nicht lesen. Dafür konnten es meine Näherer um so besser. Ich hoffte, es würde etwas Wichtiges darauf stehen. Ich lief zum Garten. Dort war niemand, obwohl sich meine Ernährer für den Nachmittag bei mir verabredet hatten. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Der Sonne nach zu urteilen, musste es früher Nachmittag sein. Vielleicht waren sie ja noch in ihrer Schule. Ich lief zu Friedheims Haus. Bei ihm hatte ich am ehesten Hoffnung, er würde verstehen, was ich ihm mit diesem Zettel, den ich immer noch vorsichtig in meinem Mund trug, sagen wollte. An seinem Haus angekommen, war ich zunächst wieder etwas ratlos. Friedhelm war nicht zu sehen. Ob er schon zu Hause war? Ich bellte ein paar Mal, doch an den Fenstern seiner Wohnung tat sich nichts. Ich wollte es auch nicht übertreiben. Wenn seine Mutter auf mich aufmerksam würde, hätte ich bestimmt nicht zu lachen. Außerdem musste ich beim Bellen über den Zettel auf den Boden legen. Das war sehr umständlich. Plötzlich öffnete sich die Tür und eine Frau kam heraus. Sie trug einen Beutel, den sie in eine Mülltonne warf. Das war eine gute Gelegenheit. Ich schlich mich an der Hauswand entlang und schlüpfte dann in einem günstigen Augenblick unbemerkt ins Haus. Dort lief ich die Treppe hoch zu Friedheims Wohnung. Ich bellte und kratzte an der Tür. Alles blieb ruhig. Es war also niemand zu Hause. Ich nahm den Zettel wieder auf und ging noch eine Treppe höher zur Wohnung von der Linke, die nun wieder leer stand. Den Zettel legte ich neben mich. Ich hatte ihn nur ein wenig voll gesabbert. Das, was Herr Linke darauf geschrieben hatte, war noch gut zu erkennen, soweit ich das beurteilen konnte. Ein paar Mal hörte ich jemanden auf der Treppe. Aber es war nicht Friedhelm. Doch dann kam er endlich. Ich erkannte ihn bereits an seinem Schritt. Mein bestes Stück tat das Übrige. Ich wollte ihm schon entgegenlaufen, als mir einfiel, wo ich mich befand. Wenn er mich vor Herrn Linkes ehemaliger Wohnung sah, machte ich es ihm leichter, mich zu verstehen. Ich musste nur zweimal bellen. Das genügte. Tausendschön, tönte es von unten darauf. Bist du da oben? Das hörst du doch, rief ich hinunter. Friedhelm machte ein ziemlich blödes Gesicht, als er mich vor Herrn Linkes Wohnung sah. Ey, Mann, ey, was ist denn nun schon wieder los, Tausendschön? Vermisst du immer noch deinen Hasso? Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, hätte ich mich mehr beeilt. Ich war nach der Schule noch für Mama einkaufen. Jetzt fing er damit wieder an. Ich winselte und tappte mit meiner Pfote auf den Zettel, der neben mir lag. Friedhelm sah ihn gleich und hob ihn auf. Was hast du denn da? Eine Quittung von einem Einschreibebrief. Wo hast du den denn, Herr Tausendschön? Einschreiben? Das hatte der Mann in dem Käfig auch zu Herrn Linke gesagt. Was steht denn da drauf? Sagte Friedhelm zu sich selbst. Er las ihn und runzelte die Stirn. Ich hoffte, dass er ihn mir laut vorlesen würde. Doch den Gefallen tat er mir nicht. Das ist ja komisch, sagte er nur und steckte den Zettel in seine Tasche. Hey, was steht da? Was steht da drauf? Rief ich. Friedhelm schüttelte nur den Kopf. Ich verstehe das nicht. Was bist du nur für ein Hund tausendschön? Ein Straßengöter, rief ich. Komm, wir gehen in den Garten. Das müssen die anderen sehen. Wir hatten uns sowieso gleich bei dir verabredet. Ich bringe nur schnell die Schultasche und die Einkaufstüten in die Wohnung. Auf dem Weg zum Garten murmelte Friedhelm immer wieder etwas vor sich hin. Schlauer Hund, sagte er und außergewöhnlich intelligenter Hund. Ich freute mich, dass meine Nähe mich so gut kannte. Meine restlichen Ernährer warteten schon im Garten. Da kommst du ja endlich, Friedhelm, rief Steffi. Wieso ist tausendschön bei dir? Warst du schon mal hier? Friedhelm schüttelte den Kopf. Nö, der hat vor Linkes Wohnung auf mich gewartet. Echt? rief Radieschen. Ob er hast du immer noch vermisst? Das dachte ich auch erst. Aber dann hat er mir das hier gegeben. Er zog den Zettel aus seiner Tasche und hielt ihn den anderen hin. Gegeben wie gegeben, fragte Kalle. Er hat neben ihm auf dem Boden gelegen und tausendschön hat mit der Pfote darauf getappt. Das ist eine Quittung von einem Einschreibbrief. Bestimmt hat der Link ihn dort verloren, als er ausgezogen ist, sagte Steffi und nahm Friedhelm den Zettel aus der Hand. Ihhh, der ist ja ganz voll gesabbert. Damit entfällt die Theorie, dass Herr Link ihn verloren hat. Tausendschön muss ihn in seine Maul dorthin getragen haben. Was steht da überhaupt drauf? Ein wirklich kluger Junge, dieser Kalle. Mit spitzen Fingern hielt Steffi den Zettel vor ihr Gesicht und las ihn vor. Endlich erfuhr auch ich, was Herr Linke geschrieben hatte. Es war sein Name und die Adresse eines Antiquitätengeschäfts. Und was war das jetzt wieder? Ein Antiquitätengeschäft, sagte Radieschen. Was hat der Linke denn mit alten Möbeln zu tun? Ich denke, der macht Fotos von Vögeln. Alte Möbel also. Damit konnte ich auch noch nicht viel anfangen. Sollten meine Mühen wieder umsonst gewesen sein. Kalle nahm den Zettel. Nie gehört. Immer nee. Ich konnte erst auch nichts mit der Adresse anfangen. Aber dann ist mir eingefallen. Dass ich mit meiner Mutter schon einmal dort war. Es ist irgendwo auf dem Land. Ungefähr 60 Kilometer von hier. Stimmt, rief Radieschen. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ist das nicht so eine Touristenecke mit Ausflugslokalen, Andenkengeschäften? Und Antiquitätenläden, ergänzte Friedhelm. Was machen wir jetzt? Fragte Kalle. Sollen wir hinfahren und uns den Laden mal ansehen? Spinnst du? Rief Steffi. Was sollen wir denn da? 60 Kilometer fahren, nur weil Friedhelm einen vollgesabberten Zettel anschleppt? Ey, Manne, ich bin auch dafür, dass wir hinfahren. Überleg doch mal, Steffi, sagte Kalle. Erst dieser seltsame Einbruch bei uns, dann die verschwundenen Gartenzwerge und die Reaktion von dem Linke, der dann gleich ausgezogen ist, und nur dieser Zettel. Das kann doch alles kein Zufall sein. Steffi sah ihn lange an. Wenn ich es mir recht überlege, ist tatsächlich eine Menge passiert, seit wir Herrn Linke und das so zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind. Vielleicht ist das wirklich alles kein Zufall. Willst du etwa auch dahin? Rief Radieschen. Wisst ihr nicht mehr, wie wir Frau Schulte-Stratmann gesucht und uns dann verlaufen haben? Das will ich nicht noch einmal erleben. Nun mach dir nicht gleich vor Angst in die Hose, sagte Kalle. Dieses Mal fangen wir es schlauer an. Erstens haben wir die Adresse und zweitens gibt es jemanden, der uns dorthin fahren kann. Wer denn? riefen die anderen drei gleichzeitig. Meine Schwester Nicole. Die hat gerade ihren Führerschein gemacht und seit der letzten Klassenfahrt habe ich noch was gut bei mir. Die macht es bestimmt. Endlich, endlich hatten meine Ernährer es kapiert. Sie wussten zwar immer noch nicht, dass Herr Linke der Einbrecher war, aber sie waren wenigstens auf der richtigen Spur. Sechzehntes Kapitel Wir kaufen Möbel Kalles Schwester Nicole ist älter als ihr Bruder, fast schon erwachsen. Ich kannte sie von einem Schulausflug, zu dem ich meine Ernährer immer mitgenommen hatten. Wie so oft hatte Kalle damals einen Fall aufklären wollen und dabei so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Trotzdem war seine Schwester seit diesem Ausflug gut auf ihren Bruder zu sprechen, weil er ihr damals sehr geholfen hatte. So erklärte sie sich nach einigem Zögern tatsächlich bereit, uns zu diesem Antiquitätengeschäft nachzufahren. Könnt ihr mir nicht endlich verraten, was ihr da wollt? fragte sie, als wir eng aneinander gedrückt in ihrem kleinen Auto saßen. Es geht um einen Fall, sagte Kalle wichtig. Auweia, stöhnte Nicole. Nicht schon wieder. Wenn du mir damals nicht geholfen hättest, würde ich das bestimmt nicht mitmachen. Dieses Mal ist es wirklich eine sehr merkwürdige Sache, Nicole. Wir konnten nicht verhindern, dass Kalle seiner Schwester die ganze Geschichte aus seiner Sicht erzählte. Und der Fotograf, ich meine dieser Herr Linke, was soll der nun eigentlich gemacht haben? fragte Nicole, als Kalle endlich fertig war. Das wissen wir auch nicht so genau. Ich habe den Verdacht, dass er bei uns eingebrochen hat. Ich weiß nur noch nicht, warum. Mensch, Kalle, fuhr seine Schwestern an. Mama und Papa haben dir damals schon gesagt, du sollst mit dieser Spitterei aufhören. Bei uns hat niemand einen gebrochen. Du siehst dir anscheinend so viele Krimis im Fernsehen an. Seine Familie hatte Kalle also auch nicht geglaubt. Das war sehr interessant. Und nun unterstütze ich das Ganze auch noch, schimpfte Nicole weiter. Ich muss verrückt sein. Außerdem stinkt es hier. Das ist bestimmt euer Hund. Weh, der versaut mir mein schönes Auto. Das war ja wohl eine Unverschämter. Was glaubte die, wen sie vor sich hatte? Wenn es nicht um eine wirklich wichtige Sache gegangen wäre, hätte ich ihr Auto auf der Stelle verlassen. Verteidigen musste ich mich aber nicht. Das übernahm schon Friedhelm. Ey, Mann, ey, tausend schön ist nicht so ein Hund. So ging es hin und her. Nicole meckerte, meine Ernährer verteidigten sich oder mich. Und schließlich waren wir alle froh, als wir endlich an unserem Ziel ankamen. Wie geht es denn jetzt weiter, wollte Radieschen wissen, als wir vor dem Geschäft standen, dessen Adresse Herr Linke auf seinen Zettel geschrieben hatte. Wir gehen rein, sagte Kalle ohne zu zögern. Ey, Mann, ey, und dann? Was weiß ich? Wir gucken nur mal so rum. Vielleicht fällt uns hier etwas auf. Später können wir dann den Besitzer in ein unauffälliges Gespräch verwickeln. Oh, lauffällig, stöhnte Steffi. Das kennen wir. Kommst du mit? Fragte Kalle seine Schwester. Na klar. Ich will schließlich wissen, was ihr da drinnen anstellt. Außerdem habe ich keine Lust, hier draußen herumzustehen. Das Antiquitätengeschäft war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dort standen viele alte Möbel herum. Außer uns war niemand zu sehen. Mein Ernährer und ich hatten schon eine ganze Weile herumgestöbert, als wir jemanden neben uns bemerkten. Es war ein alter, männlicher Mensch mit langen, grauen Haaren und diesem Ding auf der Nase, das die Menschen Brille nennen. Ich hatte keine Ahnung, wo er hergekommen war. Wie ein Geist stand er plötzlich neben uns. Mein bestes Stück meldete mir einen äußerst unangenehmen Geruch. »Womit kann ich den jungen Herrschaften dienen?«, fragte er mit breitem Lächeln. Seine Stimme klang fast so wie die von Asso. »Wir gucken nur mal«, antwortete Kalle. »Sind Sie der Besitzer?« »Ja, der bin ich. Wonach gucken denn die jungen Herrschaften? Vielleicht kann ich ja helfen.« »Wir suchen eine Kommode für meine Eltern«, sagte Nicole. Meine Ernährer und auch ich sahen sie ungläubig an. »Eine Kommode, so, so«, sagte der Langhaarige immer noch lächelnd. »Da haben wir einiges am Lager, wenn die jungen Herrschaften mir bitte folgen wollen.« »Spinnst du?«, zischte Kalle seiner Schwester zu, während wir dem Besitzer des Geschäfts in eine der vielen mit Möbeln zugestellten Ecken folgten. »Irgendwas muss ich doch sagen«, flüsterte sie zurück. »Wir können doch nicht einfach nur so herumstehen.« Es wäre wohl besser gewesen, Nicole hätte nicht von einer Kommode gesprochen. Ich hatte zwar keine Ahnung, was das war, aber der alte Mensch hatte anscheinend viele davon. Auf jeden Fall scheuchte er uns von einer Ecke in die andere, um uns alte Möbel zu zeigen, die irgendwie alle gleich aussahen. Meine Ernährer und Nicole schüttelten jedes Mal den Kopf und erklärten, dass sie etwas anderes suchten. »Es ist wohl doch nicht die Kommode dabei, die wir uns vorgestellt haben.« »Was haben sich die jungen Herrschaften denn vorgestellt?« »Irgendwie etwas Besonderes. Es kann ruhig etwas mehr kosten.« »Ja, wenn das so ist«, strahlte der Besitzer, »dann kann ich den jungen Herrschaften auch etwas Besonderes zeigen. Einen Augenblick bitte.« »Das kann ruhig etwas mehr kosten«, rief Kalle, als der alte Mann zwischen den alten Möbeln verschwunden war. »Du hast sie ja wohl nicht mehr alle.« »Wie lange willst du dir denn noch die alten Klamotten hier angucken?«, gab seine Schwester zurück. »Ich dachte, er hätte keine teuren Sachen, wir könnten uns unauffällig wieder verdrücken.« »Mann, ey, lass uns doch einfach abhauen, hier ist sowieso nichts zu holen. Das ist ein stinknormaler Laden.« »Es stimmt, was Fredhelm sagt, außer altem Plunder gibt es hier nichts. Mist, schon ganz schwindelig davon. Lasst uns gehen.« Ich musste meinen Ernährern recht geben. Hier gab es wirklich nichts, was auf Herrn Linke oder Hasso hingewiesen hätte. Ich wollte auch wieder in die frische Luft, der Geruch in dem Geschäft war kaum auszuhalten. Wir waren schon fast an der Tür, da erschien der Langhaarige wieder. »Da bin ich. Es hat etwas länger gedauert, tut mir leid. Wenn die jungen Herrschaften bitte schauen möchten.« Er legte ein Buch auf einen der Tische. »Hier sind unsere besonderen Stücke, allerdings nur auf Fotos. Wir liefern sie auf Bestellung. Sie am Lager zu halten, wäre zu teuer. Bitte sehr. Kommen Sie doch näher.« Seufzend ging mein Ernährer und Nicole zu dem kleinen Tisch. Auf dem das Buch lag. Ich sprang an Fredhelm hoch, um ihm zu zeigen, dass ich auf seinen Arm wollte. Der Mann hatte von Fotos gesprochen, die es in dem Buch zu sehen gab. Ich wollte endlich wissen, was diese Fotos waren. Außerdem war es eine Verbindung zu Herrn Linke. Fredhelm verstand gleich und nahm mich hoch. So konnte ich das Buch, das aufgeschlagen auf dem Tisch lag, sehen. Darin waren glänzende, viereckige Papiere eingeklebt, auf denen etwas abgebildet war. Ja, das kannte ich. Das hatte ich schon einmal irgendwo gesehen. Ich hatte allerdings nie gewusst, wie die Dinger hießen und dass man sie mit so einem schwarzen Ding macht. Wegen dieser Papierschnipsel sollte Herr Linke eingebrochen haben? Kalle und Nicole blätterten gelangweilt eine Seite des Buches nach der anderen um. Das, was ich auf den Fotos sehen konnte, war nicht sehr aufregend. Noch mehr alte Möbel. Doch dann geschah etwas Seltsames. Fast gleichzeitig zuckten Kalle und seine Schwester zusammen. Sie beugten sich zu dem Buch hinunter, sahen sich an und dann wieder das Buch. Nicole klappte das Buch zu. Ihr Gesicht sah irgendwie blasser aus. Es ist wohl doch besser, wenn wir mit unseren Eltern wiederkommen. Wir können uns einfach nicht entscheiden, sagte sie mit leicht zitternder Stimme. Wir gehen dann jetzt. Vielen Dank für die Mühe. Keine Ursache, die jungen Herrschaften, strahlte der Besitzer. Immer zu Diensten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, murmelten meine Ernährer und stürzten hastig aus dem Geschäft hinter Nicole her, die schon vorgelaufen war. Manni, warum rennt ihr denn so? rief Friedhelm, Kalle und seiner Schwester nach, die zum Auto stürmten, als ging es um ihr Leben. Friedhelm sah Steffi und Radieschen an, aber die zuckten auch nur mit den Schultern. Kann mir endlich jemand sagen, was in euch gefahren ist? fragte Steffi, als wir alle wieder im Auto saßen. Nicole startete das Auto. Gleich. Erst einmal weg hier. Sie fuhr mit einem so heftigen Ruck an, dass ich beinahe von Friedhelms Schoß gefallen wäre. Dann wurde es sehr still in Nicoles Auto. Kalle, der neben seiner Schwester saß, starrte auf die Straße. Nicole fuhr wie eine Verrückte und Friedhelm, Radieschen und Steffi sahen sich immer wieder fragend an. Endlich stoppte Nicole ihr Auto und stieg aus. Wir anderen folgten ihr. Jetzt will ich aber endlich wissen, was in euch gefahren ist, rief Steffi. Hast du sie auch erkannt? fragte Kalle seine Schwester. Sicher habe ich sie erkannt. Warum glaubst du, wollte ich weg von dort? Ey, Mann, ey, was habt ihr erkannt? Tante Lisbeths Kommode. Hä? Die Kommode haben meine Eltern von meiner Tante Lisbeth geschenkt bekommen, als die ins Altersheim gingen, erklärte Nicole. Und nun steht die Kommode bei uns im Wohnzimmer. Und die war auf einem der Fotos? fragte Radieschen ungläubig. Genau. Kalle und ich haben sie gleich erkannt, aber das ist noch nicht alles. Das Foto wurde in unserem Wohnzimmer aufgenommen. Darüber hängt nämlich ein Bild. Das war auf dem Foto auch zu sehen. Ey, Mann, ey, wie kommt denn dann dieses Foto in das... Friedhelm stockte mitten im Satz und riss die Augen auf. Herr Linke, dann, dann... Dann hat doch jemand bei uns eingebrochen, schrie Kalle ihn an. Von wegen, Heinzelmännchen, von wegen, Gartenzwerge. Der Linke war es, so wie ich es gesagt habe, aber mir will ja niemand glauben. Seine Stimme überschlug sich fast. Er sollte sich nur nicht so haben. Wenn ich nicht gewesen wäre, würde er immer noch an Heinzelmännchen glauben. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, warum er das gemacht haben soll, meinte Radieschen. Das ist doch ganz logisch, erklärte ihm Nicole. Dieser Linke bricht in Häuser ein und fotografiert wertvolle Möbel, Bilder und so. Dann schickt er die Fotos diesem komischen Antiquitätenhändler. Der zeigt sie seinen Kunden. Und wenn sich jemand etwas von den Sachen auf den Fotos aussucht, dann... Du meinst, die klauen auf Bestellung? Genau, rief Kalle. Das hat der Typ in dem Geschäft gemeint, als er sagte, sie würden auf Bestellung liefern. Ey, Mann, ey, stellt euch mal vor, jemand hätte sich eure Kommode ausgesucht. Das stelle ich mir lieber nicht vor, sagte Nicole. Auf jeden Fall müssen wir so schnell es geht zur Polizei und die Sache melden. Ich hoffe nur, dass dieser schmierige Typ aus dem Antiquitätengeschäft kein Verdacht geschöpft hat. Als wir wieder im Auto saßen und Nicole mit einer Geschwindigkeit über die Straße brauste, das mir beinahe schlecht wurde, drehte sich Kalle zu uns um. Ist euch das eigentlich klar, Leute? Wir sind einer Verbrecherbande auf die Spur gekommen. Das ist ein Ding. Kalle konnte sich nicht lange über seinen Erfolg, den er letztlich mir zu verdanken hatte, freuen. Was ist denn jetzt los? sagte Nicole plötzlich. Im gleichen Augenblick merkte ich es auch. Das Auto ruckte und bockte und blieb schließlich stehen. Was hat die blöde Karre denn? fuhr Kalle sie an. Warum fährst du nicht weiter? Was fragst du mich das? schrie Nicole nun ihren Bruder an. Frag lieber das Auto. Ey, Mann, ey, ist es kaputt? Was weiß ich? Frag nicht so blöde. Nicole und meine Ernährer waren mit den Nerven runter. Menschen vertragen nicht viel Aufregung. Du, Nicole, sagte Steffi, nachdem wir gemeinsam um das Auto herumgelaufen waren und verständnislos hier und da nachgesehen hatten. Ja, was willst du? Ähm, was ist mit dem Benzin? Nicole sah Steffi mit großen Augen an. Dann riß sie die Autotür auf, drehte den Autoschlüssel und starrte auf einen Zeiger. So ein Mist! Du hast recht, der Tank ist leer. Ich hab vergessen zu tanken. Um ein Reservekanister ist auch leer. Nein, schrie Kalle. Nein, das darf doch alles nicht wahr sein. Ausgerechnet jetzt! Du hättest ja auch daran denken können, schrie Nicole zurück. Nun regt euch doch nicht so auf, ging Radieschen dazwischen. Die Polizei läuft uns schon nicht weg. So ist Radieschen. Je aufgeregter die anderen sind, desto ruhiger wird er. Irgendwie schafft er es, die anderen wieder zu beruhigen. Kalle und Steffi wurden ausgeguckt, um neues Benzin zu holen. Sie nahmen sich einen kleinen Kanister aus Nicoles Auto und stiefelten los. Nicole, Friedhelm und ich passten auf das Auto auf. Benzin kannte ich. Das ist Essen für Autos. Es schmeckt aber nicht besonders. Es wurde schon dunkel, als sie endlich wieder da waren. Mensch, stöhnte Steffi, ich dachte schon, wir finden überhaupt keine Tankstelle mehr. Nachdem sie dem Auto etwas zu essen gegeben hatten, fuhren wir weiter. Als wir in unsere Stadt zurückkamen, war es stockfinster geworden. Von unterwegs hatten sie ihre Eltern angerufen, damit sie sich keine Sorgen machten. Von ihrer Entdeckung sagten sie nichts. Wahrscheinlich fürchteten sie, die Eltern würden dann auch gleich zur Polizei gehen. Nicole hielt vor einem großen Haus. Das musste die Polizei sein. Wir stiegen aus und gingen hinein. Auch hier war es sehr unangenehm. Mit der Polizei hatte ich als Straßenköter ein paar Mal zu tun gehabt. Sie hatten mich und meine Kumpels von schönen Schlafplätzen verjagt. Siebzehntes Kapitel Meine Ernährer werden enttäuscht In dem Haus gab es einen großen Raum, so wie in dem Zoo, in dem Herr Linke seine Päckchen abgegeben hatte. Ich erkannte die Polizisten sofort. Sie trugen alle grüne Kleider. Nun saßen sie nicht in Käfigen, sondern hinter einer Wand, die aber nur so hoch war, dass ein Mensch darüber sehen konnte. Es gab zwei Polizisten dort, einen älteren und einen jüngeren. Wir wollen eine Anzeige machen, rief Kalle noch in der Tür. Der jüngere Polizist stand langsam auf und kam zu der Wand vor. Meine Ernährer, Nicole und ich, stellten uns auf die andere Seite der Wand. Friedhelm hatte mich auf den Arm genommen. So konnte ich alles gut beobachten. Worum geht's? fragte der Polizist. Um organisiertes Verbrechen. Der Polizist an der Wand zog die Augenbrauen hoch und auch der ältere Polizist, der noch an seinem Tisch saß, sah Kalle an. Worum geht es? Um organisiertes Verbrechen. Da gibt es einen Fotografen. Der bricht in Häuser ein und fotografiert Möbel. Dann schickt er die Fotos zu einem Antiquitätenhändler. Der Polizist hob die Hände. Immer langsam, junger Freund. Und was ist mit dem Antiquitätenhändler und dem Fotografen? Ey, Mann, ey! rief Friedhelm dazwischen. Wir haben Kalles Komode auf dem Foto gesehen. Ich meine, die seiner Tante Lisbeth. Der junge Polizist sah sich zu seinem Kollegen um. Der stand auf und kam auch zu der Wand. Dabei schmunzelte er. Ich ahnte schon, worauf das hinauslaufen würde. Er stützte sich mit den Armen auf der Wand ab und beugte sich zu uns vor. Also, was ist mit der Komode von Tante Lisbeth? Das ist wirklich nicht witzig, rief Nicole plötzlich. Wir haben bei einem Antiquitätenhändler ein Foto gesehen, das bei uns im Wohnzimmer aufgenommen wurde, ohne dass wir davon wussten. Und genau diese Komode wollte uns der Antiquitätenhändler verkaufen. Wie heißt denn der Antiquitätenhändler? fragte der junge Polizist. Als Nicole es ihm sagte, sahen sich die beiden Polizisten wieder an. Doch dieses Mal schmunzelten sie nicht. Und der Fotograf, von dem ihr gesprochen habt, wollte der alte Polizist wissen. Der hat bei uns gewohnt. Linke heißt er, antwortete Friedhelm. Aber er ist ausgezogen. Und wo wohnt er jetzt? Friedhelm zog ihn mit den Schultern. Keine Ahnung. Er hat es uns nicht gesagt. Er ist Hals über Kopf verschwunden. Aber ich wusste es doch. Der junge Polizist sah mich an. Ist das euer Hund, der da pfeift? Das macht er immer, wenn er aufgeregt ist, sagte Steffi. Vielleicht hat er Angst vor Ihnen. Was ist denn jetzt? rief Kalle dazwischen. Verhaften Sie den Antiquitätenhändler? Der junge Polizist wollte etwas sagen, doch der alte ließ ihn nicht zu Wort kommen. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir gleich auf unbescholtene Bürger losgingen, nur weil uns ein paar Kinder eine wirre Geschichte erzählen? Kalle holte Tiefluft, doch seine Schwester war schneller. Was heißt denn die Kinder? Ich bin 18. Der Polizist griff nach unten und holte einen Stift und ein Blatt Papier hervor. Also gut, wir versprechen euch, der Sache nachzugehen. Schreibt mir eine Adresse und Telefonnummer auf, unter der wir euch erreichen können. Wenn wir euch brauchen, melden wir uns. Nicole warf dem Polizisten ein Blick zu, der einen Rinderknochen zum Schmelzen gebracht hätte. Doch dann nahm sie wortlos den Zettel, schrieb etwas darauf und reichte ihn dem Polizisten. Gut, sagte der. Wie gesagt, wenn es etwas gibt, melden wir uns. Wieder sahen sich die beiden an. Da stimmte etwas nicht. Das sagte mir mein Instinkt. Wollen Sie denn nicht wenigstens ein Protokoll aufnehmen? flehte Kalle. Das machen Sie doch sonst immer. Sonst auch, rief der junge Polizist. Wie oft habt ihr denn mit der Polizei zu tun? Hören Sie nicht auf ihn, sagte Nicole. Der sieht nur zu viele Krimis. Wir gehen jetzt. Sie versuchte ihn, von der Wand wegzuziehen. Doch Kalle wedelte mit den Armen herum. Aber, aber das ist ungerecht. Wenn ihn seine Schwester nicht aus dem Raum gezogen hätte, wer weiß, ob er nicht auf die Polizisten losgegangen wäre. Komm, Kalle, redete seine Schwester auf ihn ein, während wir hinausgingen. Es ist gut. Die Polizei kümmert sich um die Sache. Kalle schien gar nicht zu hören, was sie sagte. Er trottete mit glasigen Augen neben mir her, als wir wieder auf dem Weg zu Nicoles Auto waren. Unser erster großer Fall, mummelte er. Organisiertes Verbrechen, kein Benzin. Und nun glauben die uns nicht. Das haben Sie doch gar nicht gesagt, erwiderte Nicole. Sie wollen sich darum kümmern. »Glaubst du ihm das?« fragte Steffi. »Ja, schon«, sagte Nicole gedehnt. »Und warum hast du ihm dann eine falsche Adresse gegeben?« Kalle blieb so plötzlich stehen, dass Radieschen auf ihn auflief. »Was hast du?« schrie er seine Schwester an. »Du hast ihnen eine falsche Adresse angegeben?« »Ja,« antwortete Nicole wie selbstverständlich. »Aber warum?« »Mensch, Brüderchen, denk doch mal nach. Wenn ich Ihnen unsere richtige Adresse angegeben hätte, könnte möglicherweise morgen schon die Polizei bei uns vor der Tür stehen. Kannst du dir vorstellen, was Mama und Papa dazu sagen? Kannst du dir auch vorstellen, wie Mama reagieren würde, wenn sie wüsste, dass das Foto von Tante Lisbeths Kommode bei irgendeinem schmierigen Antiquitätenhändler zu bewundern ist?« Kalle sah seine Schwester mit großen Augen an. »Auweia,« sagte er dann, »wahrscheinlich würde sie tagelang herumlaufen wie ein aufgescheuchtes Huhn und uns alle verrückt machen.« Ich überlegte mir, dass Kalle seiner Mutter wahrscheinlich sehr ähnlich war. »Genau,« sagte Nicole, »und darum ist es besser, wenn wir die Sache unter Kontrolle halten. Wir warten ein paar Tage ab, dann gehen wir zur Polizei und fragen nach, was sie unternommen haben. Sie wissen ja jetzt, wie der Antiquitätenhändler heißt. Und wenn sie nichts getan haben sollten, hatten wir wenigstens genug Zeit, uns zu überlegen, wie wir es Mama schonend beibringen.« Kalle nickte. »Du hast recht. Wir behalten die Situation unter Kontrolle. Das gefällt mir. Bis dahin müssen wir zu Hause halt besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen.« Ein paar Tage. Die Situation unter Kontrolle. Die hatten ja keine Ahnung. In ein paar Tagen konnte dieser Linke längst über alle Berge sein, und ich wußte doch, wo er wohnte. Ich überlegte fieberhaft, was ich tun konnte. Sollte ich meine Ernährer zu der neuen Behausung von Hasse und seinem Herrchen führen? Das hatte wahrscheinlich wenig Sinn, wenn ich daran dachte, wie wenig sie bisher mit meinen Hinweisen anfangen konnten. Ich mußte die Sache selbst in die Hand nehmen. Als wir wieder auf der Straße waren, sprang ich von Friedhelms Arm. »Ey, Mann, ey, tausend schön, wo willst du denn hin? Warte, ich komm mit!« »Ach, lass doch!« »Wahrscheinlich will er nur zurück zum Garten«, hörte ich Steffi sagen, während ich um meine Hausecke bog, um mich dort zu verstecken. Es dauerte noch eine Weile, bis die anderen Friedhelm davon überzeugt hatten, dass er sich keine Sorgen um mich machen müsse. Endlich stiegen sie in Nicoles Auto und fuhren davon. Bisher hatte ich zwar, wie alle Straßenköter, keine besonders guten Erfahrungen mit Polizisten gemacht, aber in diesem Fall waren sie wahrscheinlich eine größere Hilfe als meine Ernährer. Dieser Blick, den die beiden sich zugeworfen hatten, musste etwas bedeuten. Ich verließ mich auf meine Instinkte und lief zu dem Haus zurück, in dem die beiden Polizisten saßen. Wenn man ein kleiner Straßenköter ist, hat das einen ganz entscheidenden Vorteil. Man wird leicht übersehen. So konnte ich mich unbemerkt bis vor die Tür schleichen, hinter der die beiden Polizisten saßen. Sie stand einen Spalt offen. Vorsichtig sah ich ihn durch. Mensch, Hans, sagte der junge Polizist zu seinem älteren Kollegen. Ich weiß immer noch nicht, ob das vorhin richtig war. Ihr jungen Hüpfer seid viel zu ungeduldig. Ich weiß schon, was ich tue. Von den Kindern hätten wir sowieso nicht mehr erfahren. Aber du hast doch auch die Fahndungsmeldung gelesen, legte der junge Polizist sich auf. Die Kollegen von der Kripo suchen diesen Linke. Das weiß ich, aber die Kinder wussten nicht, wo er ist. Wir hätten sie doch näher befragen können. Möglicherweise hätten wir dann mehr erfahren. Das waren Kinder. Kannst du dir vorstellen, was los ist, wenn wir hier Kinder festhalten und sich dann herausstellt, dass alles nur ein Hirngespinst ist? Aber, versuchte es der junge Polizist noch einmal. Nein, nein, unterbrach ihn sein Kollege. Wir machen es so, wie ich gesagt habe. Wenn ich den Bericht geschrieben habe, gehen wir zu den Eltern der Kinder und finden heraus, was an der ganzen Sache dran ist. Wir haben ja die Adresse. Vorher unternehmen wir nichts. Ich habe keine Lust, mich bei den Kollegen von der Kripo zu blamieren. Ich hatte genug gehört. Vorsichtig schlich ich von der Tür fort und versteckte mich in einer dunklen Ecke des Hauses, um zu überlegen, was nun zu tun war. Meine Instinkte hatten wieder einmal Recht gehabt. So viel stand fest. Und auch Nicoles Vermutung war richtig gewesen. Nur brachte mich das nicht weiter. Die Polizei würde meine Ernährer wegen der falschen Adresse nicht finden. Sollte ich sie zu Kalles Haus führen? Das würde auch nicht helfen, denn außer mir wusste niemand, wo Herr Linke sich aufhielt. Es gab nur einen Weg. Ich musste die Polizisten zu dem Haus führen, in dem Hasso mit seinem Herrchen wohnte. Und ich wusste auch schon wie. Wie schon einmal sollten mir meine schweigsamen Freunde dabei helfen. Ich musste mich beeilen, denn ich wusste nicht, wie lange das mit diesem Bericht dauern würde, von dem der Polizist geredet hatte. So schnell mich meine vier Beine trugen, rannte ich zum Garten und holte einen meiner Freunde aus meiner Hütte. Zum Glück war der Weg zu dem Haus, in dem Herr Linke wohnte, nicht sehr weit. Ich stellte meinen Freund gleich neben den Eingang. Wie von Schäferhunden gehetzt, rannte ich wieder zurück, holte meinen anderen Freund heraus und lief, so schnell es ging, zu dem Haus der Polizisten zurück. Ich hoffte inständig, dass ich nicht zu spät kommen würde. Meine Beine zitterten und ich keuchte wie ein wütender Kater, doch ich rannte weiter. Als ich bis auf ein paar Dackellängen an das Haus der Polizisten herangekommen war, sah ich sie aus dem Eingang kommen. Ich hatte es also geschafft. Es dauerte auch nicht lange, bis sie mich entdeckten. Sieh mal, Hans, ist das nicht der kleine pfeifende Köter der Kinder? Der ältere Polizist blieb stehen. Ja, genau. Was hat er denn da im Maul? Der junge Polizist lachte auf. Der pfeift ja wie eine Dampflok, komischer Hund. Ich kümmerte mich nicht um die blöde Bemerkung, sondern legte ihnen meinen Freund genau vor die Füße, wie Hasso sein apportiertes Stöckchen. Der junge Polizist bückte sich. Was hat er denn da? fragte er, hob mein Freund hoch und ließ ihn gleich wieder fallen. Ehh, der ist ja total voll gesabbert. Das ist doch ein Gartenzwerg, sagte der ältere Polizist. Ach, tatsächlich, wäre ich nie drauf gekommen. Kannst du mir auch sagen, warum uns das pfeifende Vieh den Gartenzwerg vor die Füße legt? Der erste Teil meines Plans hatte geklappt. Die Polizisten hatten meinen Freund gesehen und sie waren neugierig geworden. Ich bellte sie an, lief ein Stück die Straße entlang, kam wieder zurück und bellte noch einmal. Hör mal, sagte der junge Polizist, der hustet. Quatsch, der will uns etwas zeigen. Komm, wir gehen ihm nach. Aber wir wollten doch zu den Eltern der Kinder gehen, rief der junge Polizist. Das können wir nachher immer noch machen. Der Hund gehört doch den Kindern und er will uns etwas zeigen. Der Kleine hat mich neugierig gemacht. Vielleicht hat es ja mit dem Linke zu tun. Der junge Polizist sah seinen Kollegen Hans an, als wäre der nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ich weiß ja, dass sich das verrückt anhört, sagte Hans. Aber mein Gefühl sagt mir, dass wir ihm folgen sollten. Polizisten schienen also auch so etwas wie Instinkt zu haben. Das war sehr interessant. Ich lief langsam voraus und sah mich immer wieder um, ob sie mir auch wirklich noch folgten. 18. Kapitel Ich verliere einen Freund Als wir an dem Haus ankamen, in dem Hasse und sein Herrchen wohnten, waren die Polizisten immer noch hinter mir. Ich war heilfroh, als ich meinen Freund neben der Tür stehen sah. Siehst du, was ich sehe, Hans? rief der junge Polizist. Und ob, da steht noch ein Gartenzwerg vor einem Hotel. Und du meinst, darin wohnt er? Ich weiß es nicht. Ich ansehen werde. Aber den Hund nehmen wir mit, rief der junge Polizist. Das ist eine völlig verrückte Geschichte. Ein Straßenköter, der schon so viel erlebt hat wie ich, lässt sich auch von einem Polizisten nicht so leicht fangen. Er bückte sich, ich schlug einen kleinen Haken und er griff ins Leere. Es wurde Zeit zu verschwinden. Ich war schon ein Stück gelaufen, als mir einfiel, dass ich meinen Freund vergessen hatte. Ich blieb stehen und sah mich um. Es war zu spät. Der junge Polizist hob ihn gerade mit spitzen Fingern auf und ging mit seinem Kollegen in das Hotel. So schnell ich konnte, lief ich zurück zu dem Haus der Polizisten. Mein anderer Freund lag immer noch dort, wo der junge Polizist ihn fallen gelassen hatte. Als ich endlich näherer geopfert hatte. Ich hatte alles getan, was in meiner Macht stand. Nun konnte ich nur noch hoffen, dass sich das Opfer auch gelohnt hatte. Ey Mannel, du siehst müde aus, tausend schön, begrüßte Friedhelm mich am nächsten Morgen. War ja auch ein echt aufregender Tag gestern, oder? Allerdings, und die Nacht erst. Mensch, ich bin gespannt, ob die Polizei den Linke tatsächlich verhaften wird, erzählte Friedhelm weiter. Vielleicht bekommen wir eine Belohnung. Kalle ist schon völlig aus dem Häuschen. Er hat mich heute Morgen angerufen und gesagt, dass er nicht zur Schule kommt. Er geht heute überhaupt nicht aus dem Haus, weil er Angst hat, der Linke würde die Kommode von seiner Tante Lisbeth klauen. Er kramte in seiner Tasche und holte ein großes helfen muss. Steffi und Radieschen fahren mit ihren Eltern weg und Kalle naja, das weißt du ja. Dafür bleibe ich morgen den ganzen Tag bei dir. Da haben wir nämlich keine Schule. Also bis dann. Damit war er auch schon weg. Um ehrlich zu sein, war ich ganz froh darüber, dass mich meine Ernährer in Ruhe ließen. Mir tat noch jeder Knochen weh. Ich konnte einen Tag Ruhe gut gebrochen. Am nächsten Morgen fühlte ich mich schon viel besser. Ich trauerte zwar immer noch ein wenig um meinen verlorenen Freund, aber ich war ausgeruht und gespannt, was dieser Tag bringen würde. Als ich dann aber ausgerechnet Hasso am Gartentor stehen sah, verschlug es mir beinahe die Sprache. Was willst du denn hier? rief ich. Ohne eine Antwort lief er Kannst du mir helfen? fragte er leise, als er vor mir stand. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Was soll ich? Dir helfen? Ja, sie haben ihn mitgenommen heute Morgen. Wir saßen gerade beim Frühstück. Da ist die Polizei gekommen und hat ihn mitgenommen. Er konnte mir nur noch zurufen, dass ich verschwinden soll. Ich konnte ihn entwischen, aber ihn haben sie in ihrem Auto mitgenommen. Du meinst dein Herrchen, Herrn Linke? Sicher mein ich den, wen denn sonst? Ich konnte es nicht glauben. Mein Plan hatte geklappt. Mein Opfer hatte sich gelohnt. Ich war Herrn Linke los. Aber ich konnte mich trotzdem nicht zu Recht darüber freuen, als ich das Häuflein elend sah, das da vor mir stand. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, tausend schön, ich hatte doch nur dieses eine Herrchen. Ich finde bestimmt keinen Menschen, der mich bei sich aufnimmt. Deine Ernährer wollen mich sicher auch nicht, nach allem, was passiert ist. Ich versprach ihm nicht, denn das hätte mir gerade noch gefehlt. Menschen, rief ich, warum bleibst du nicht einfach auf der Straße? Du bist doch ein kräftiger Hund. Du bist nur etwas verweichlicht. Wenn ich an all das dachte, was Hassel mir schon angetan hatte, gab es kaum einen Grund, ihm zu helfen. Andererseits hatte ich auch nichts davon, wenn er auf der Straße nicht zurecht kam. Im Gegenteil, dann würde er sich möglicherweise doch wieder an meine Ernährer hängen. Ich mache dir einen Vorschlag, sagte ich deshalb. Ich bin zwar schon eine Weile bei meinen Ernährern, aber ich kenne immer noch genug Straßenköter von früher. Mit denen bringe ich dich zusammen. Die werden sicher eine Weile auf dich aufpassen und dir die wichtigsten Grundregeln beibringen. Das würdest du machen, rief Rassel. Das würdest du tatsächlich machen? Das werde ich dir nie vergessen. Sollen wir jetzt gleich gehen? Nicht so schnell. Meine Ernährer werden gleich hier sein und die müssen dich nicht geht, hol ich dich dort ab. Ich hätte von Hasso auch verlangen können, auf zwei Beinen zu laufen. In dem Augenblick wäre er mit allem einverstanden gewesen. Ich weiß nicht, wie oft er sich noch bedankte, bevor er endlich abzog. Es wurde auch höchste Zeit, denn kurz darauf erschienen Friedhelm, Steffi und Radieschen. Ob Kalle heute wieder zu Hause bleibt? fragte Radieschen, während ich mir das Essen schmecken liest, das sie für mich mitgebracht hatten. Bestimmt, grinste Steffi, der muss doch auf Tante Lisbeths Kommode aufpassen. Immer nicht, wahrscheinlich hat er im ganzen Haus Nähgarn gespannt. Genau, rief Radieschen, und jetzt sitzt er in einer Ecke und traut sich keinen Schritt zu laufen, aus Angst, sie zu zerreißen. Das glaube ich nicht, sagte Steffi, da hinten kommt er nämlich. Sie hatte recht, mit rotem Kopf rannte er den Gartenweg entlang und schwenkte ein großes Stück Papier. Habt ihr schon gelesen, rief er, dabei überschlug sich seine Stimme fast. Habt ihr schon gelesen? Was sollen wir gelesen haben? fragte Steffi, als er schnaufend vor ihr stand. Na die Zeitung, den Artikel über den Linke. Mit einem Satz waren meine anderen Ernährer bei ihm. Zeig her, rief Radieschen. Gleich, ich muss erst etwas wissen. Kalle kniete sich vor meine Behausung und sah hinein. Dann murmelte er etwas, kam wieder hoch und ließ sich auf die Wiese fallen. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Friedhelm Radieschen und Steffi setzten sich neben ihnen. Und auch ich spitzte den Rest meiner Ohren. Mannel, was erzählst du denn da? Gib uns endlich den Artikel. Kalle schüttelte den Kopf. Ich lese ihn euch vor, dann versteht ihr, was ich meine. Das war mir auch lieber so. Er faltete das Papier umständlich auseinander und räusperte sich. Dreiste Diebesbande gefasst. Heute Morgen ist es der Polizei gelungen, die Mitglieder einer Diebesbande dingfest zu machen, die bei ihren Beutezügen einen besonders dreisten Trick anwendete. Sie brach in Häuser ein, in denen sie Antiquitäten, Gemälde und andere wertvolle Einrichtungsgegenstände vermutete. Diese allerdings stahl sie nicht, sondern fotografierte sie nur, um sie dann in Katalogen ahnungslosen Kunden anzubieten. Dazu bediente sie sich unseriöser Antiquitätenhändler, die, wie die Polizei mitteilte, ebenfalls verhafteten. werden konnten. Steht doch etwas über uns drin, rief Radieschen aufgeregt. Kalle seien an, lass mich weiter vorlesen, dann wirst du nicht mehr an Gerechtigkeit glauben. Also, dem Kopf der Bande Balthasar L 37 kam die Polizei durch einen anonymen Hinweis auf die Spur. Ey, Mann, ey, anonym, wieso anonym? Ist doch klar, sagte Steffi. Nicole hat ihnen die falsche Adresse Das ist aber noch nicht alles, das härteste kommt noch. Über den genauen Fahndungsverlauf wollte die Polizei keine Auskünfte geben. Es ist zu vermuten, dass dabei moderne Methoden angewandt wurden, die der Öffentlichkeit und damit auch möglichen Nachahmungstätern nicht bekannt gemacht werden sollten. Das lässt sich zumindest aus einem Hinweis schließen, den die Redaktion aus gut unterrichteten Polizeikreisen erhielt. Dort hieß es, dass Balthasar L mit Hilfe eines Gartenzwerges gefasst worden sei. Gartenzwerg riefen Friedhelm, Radieschen und Steffi gleichzeitig und schon lagen sie auf den Knien vor meiner Behausung. Ey Mann ey, einer von tausend schönes Gartenzwergen fehlt wieder. Aber, aber, stotterte Radieschen, wieso, warum? Kalle sprang auf und ruderte mit den Armen in der Luft. Wieso, warum, rief er, ich sage doch, ich bin im falschen Film. Erst wird bei uns eingebrochen und niemand glaubt mir, dann haben wir die Täter und wieder glaubt uns niemand. Und dann verhaftet die Polizei doch und zum krönenden Abschluss Tausendschöns Gartenzwerg. Da soll man nicht verrückt werden. Friedhelm nahm mich hoch und hielt mein Gesicht vor seines. Wir sahen uns in die Augen. Tausendschön warst du das? fragte er leise. So ein Quatsch, brüllte Kalle ihn an. Glaubst du, Tausendschön hat seinen Gartenzwerg aus seiner Hütte geholt und damit die Polizei zur Linke geführt? Allerdings. Genauso war es. Friedhelm setzte mich wieder auf den Boden. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Tausendschön ein ganz besonderer Hund ist. Da hat er recht, sagte Steffi, bevor Kalle widersprechen konnte. Er hat uns immer wieder zu Linke geführt und dann die Quittung für den Einschreibebrief und die Gartenzwerge. Kalle schüttelte den Kopf. Du tust ja gerade so, als könnte ein Hund wie ein Mensch denken. Bestimmt hat Hasso den Gartenzwerg hier weggeholt und mitgenommen. Ehm Mannel, wer weiß, vielleicht kann Tausendschön ja tatsächlich denken. Ehrlich gesagt, ist es mir egal, meint Radieschen. Wir werden doch nicht herausfinden, was mit dem Gartenzwerg passiert ist. Ich bin nur froh, dass die Sache vorbei ist und der Linke nicht mehr bei Kalle einbrechen kann. Wer weiß, vielleicht wäre er ja auch noch zu uns gekommen. Ehm Mannel, soll das heißen, du willst nicht mehr unternehmen? Sollen wir nicht mehr zur Polizei gehen und sagen, dass unser Hund ... Hör auf, unterbrach Steffi ihn. Mal ganz abgesehen davon, dass sie uns in eine Klapsmühle stecken, wenn wir ihnen erzählen, dass unser Hund den Fall gelöst hat, würde ich sowieso nicht mehr zur Polizei gehen. Entweder sie haben uns nicht geglaubt, denn dann hätte in der Zeitung gestanden, dass ihnen Kinder den Hinweis gegeben haben, oder sie wollen genau das nicht zugeben. Außerdem haben wir eine falsche Adresse angegeben, ergänzte Radieschen, und das macht uns nicht unbedingt glaubwürdiger. Kalle ließ sich wieder auf die Wiese fallen. Das hat Nicole auch gesagt, und das Schlimmste, sie hat recht. Ihr habt alle recht, es ist zum Heulen. Meine anderen Ernährer setzten sich zu Kalle. Ey, Mann, rief Rithelm, jetzt hatten wir unseren ersten großen Fisch an der Angel, und er ist uns doch entwischt. Eine Weile betrachtete ich meine Ernährer, wie sie schweigend auf die Wiese starrten und Gedanken verloren mit den Grashalmen spielten. Mit einem Mal wurde mir bewusst, wie sehr ich an allen hing, selbst an Kalle. Ich war zwar traurig, aber bestimmt würden sie sich bald wieder in ein neues Abenteuer stürzen. Und wer weiß, vielleicht würde ich Kalle dann sogar den Gefallen tun und das eine oder andere Kunststückchen von ihm lernen. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, schau dich gerne auf meinem Kanal um. Bestimmt findest du dann noch etwas, das dir auch gefallen könnte. Bis dahin wünsche ich dir Joachim Friedrich